hallo leute und ein herzlich willkommen wieder zu einem neuen real life online live stream mit karl heinz wieder pünktlich wie die deutsche bahn so wie sie es gehört mir leute ja wenn ihr es noch nie wusstet leute lasst kostenlos ein like da lasst ein abo da damit supportet mich wirklich kostenlos es kostet euch nix ein abo immer richtig und wichtig mit einer glocke auch aktiv und wuppelt auch gerne in meinem shop vorbei da gibt es immer noch mein shiba inu zu vorbestellen mit gratis autogrammkarte also wuppelt da gerne vorbei im shop unten auch verlinkt und es gibt die neuen 1 zu 7 shirts mit mark krumpe unten im shiba inu drauf also wuppelt gerne vorbei genauso ist es so jetzt starten wir durch leute wieder ehrlich mit karl heinz am start ich freue mich gerade richtig weil ich war gleich mal dass karl heinz da und wisst ihr was mir aufgefallen ist es gibt ein haus mit der nummer ja ist das das einzige haus das ich gefunden habe mit der nummer was an ähnlichkeit von 1 zu 7 rankommt aber ich weiß nicht gibt es in gta irgendwo das haus mit einer nummer 1 zu 7 das ist einfach teil des todes karl haut 107 wir brauchen das haus zu weisen also vielen dank warte mal und die musik vorbei bruder dankeschön die einfach raus alter danke 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 einfach der kolon hey viel spaß im stream und bin schon seit circa vier jahren dabei an der bruder vielen dank aber das war jetzt ein timing ich bin nummer 1 1.007 lande ich ganz 1 zu 7 und er brüge einfach 1 zu 7 raus vielen viele hat sich da wirklich alle 1 zu 7 in der chat für kolon alter die einfach von stream so warte ich mache gleiche streamer mode und no admin an weil das habe ich noch vergessen zack ja mal schauen vielleicht gibt es irgendwo haus nummer 1 zu 7 können uns auf die suche machen das haus kaufen ich möchte heute ja ein bisschen bisschen geld machen vielleicht die leute ein bisschen nerven titel sagt wieder nerven ich fahre mich heute auto wird lustig wenn die cops kommen vielleicht mal ein haus kaufen mit karl heinz weil ich habe mir noch mit keinem charakter fällt mir auf ein haus gekauft offiziell auch nicht mal mit mark rump hat ja auch kein haus ich habe kein haus offiziell was mir gehört wir könnten nämlich gucken vielleicht gibt es wirklich das haus mit der nummer 1 zu 7 das wäre natürlich nice wenn wir das kaufen es hat die fragen gibt es das haus überhaupt also dass die die hausnummer 1007 ist schon cool aber also sind wir natürlich heftig so seabox dann für zip werden fake team ist auch wird geworden leon matz nach oben wird raus oliver bart für deine pünktlichkeit der aller echte vielen vielen dank philip seidel für jede minute zu spät 10 euro wie viele mut war ich jetzt zu spät ich glaube ich war da war ich acht minuten glaube ich oder so nicht zu spät oder länger ach keine ahnung dankeschön philip seidel dann 1550 gramm dank fürs schießen an der kasten wunder ich wünsche dir in einer familie frohe ostern du bist ein ehrlicher youtuber danke für alles vielen dank hast wunder wünscht dir ebenfalls seine familie die wir dann kurz getraut es hilft nbk auch wieder am start auf ein geilen stream heute ja auf jeden fall und die nikola suber guter abend wie geht es euch eigentlich denke wir mal allen gut der kennt das der kennt noch drauf ist auch wieder am start jawohl freue mich wieder auf dem stream habe leider seit gestern einen viral infekt herz regt ach der arme bruder dann auf jeden fall alle alle gute besserung nie so schick nicht so schön aber wird schon wieder er vorhin adam guten abend wie geht es dir heute sehr gut ich hoffe dir auch mein lieber und lionhai haut auch direkt raus ganze vor 20 minuten ob ich ihn noch kenne der vorzutage war so schauen wir mal was wir heute angehen also entweder wir machen erstmal geld indem wir ihn zum court fahren ich weiß nicht ob er da ist aber mit unserem fortland mobil fahren wir mal zum court rüber und fragen ob es vielleicht zwölf minuten zu spät das sind zwölf euro ob er das einhält nicht mal das spaß alles gut wir fahren mal rüber zum court und fragen ob die rasen wir brauchen weil ich brauche geld für ein haus vielleicht mal schauen ich habe nämlich noch immer kein haus gekauft das wäre lustig wenn wir uns kaufen würden wir können aber vom makler fragen ist haus 1 zu 7 frei was jetzt sicher nur die virtuelle hausnummer sein es gibt eine virtuelle hausnummer ne echte also ne echte ist halt die wie ich dann an einem haus dran steht vom vta aus aber sieht nicht so aus es wäre da jemand ich schau mal ich park mal meinen wagen auf ganz entspannt ist da was drin im auto unser fortland mobil erstmal ganz entspannt geparkt schauen wir mal rein ob er da ist wenn ich dann ziehe ich einfach jemanden das geld aus den taschen raus geht auch überfallen einfach leute mit 20 ich glaube wie viel kann ich rausziehen 20.000 waren es glaube ich nur 20.000 dollar kann ich nicht das ist keiner schade vielleicht später vielleicht später dann noch mal rasenmähen auf der runde aber gucken sebastian lepd wie 19 rexion könntest du mal meinen geburtstag live gehen ja bruder ich weiß natürlich wann du geburtstag hast ne das ist durch zufall also wenn ich streame dann ziemlich halt wenn ich Bock habe bruder es ist immer unterschiedlich kann auch seit ich meine woche nicht streame aber es ist eher unwahrscheinlich so ich sollte mal tanken fahren weil wenn wo habe ich eigentlich eine nosflasche ja wisst ihr was ich kaufe mir noch mal zu nosflaschen ja das ding mal auftanken dann ist es ein guter start in den tag hätte ich gesagt vor allem mit karl 1 brauchen wir nosflaschen weil wenn wir mal weg müssen und es war ganz schnell weg und ich glaube das ist könnte auch mal fragen ob wir eine stelle als ich da mechaniker willkommen guck mal was hier ist ein schöner ferrari steht hier können wir gleich mal klauen gehen hallo hallo ich habe eine frage natürlich sucht ihr noch leute die hier arbeiten wollen weil ich könnte hier arbeiten also ich bin richtig flink ja ja was muss ich alles was muss ich alles habe ich immer zu dem da hinten okay stehen bleiben da ihre die dame ihre mentors stehen bleiben hallo hallo nicht zumachen hilfe hallo hallo sie haben zugemacht ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus hallo ich wurde eingesperrt hallo tschuldigung sind sie der chef hier vizechef warum ja ich wollte fragen ob ich hier arbeiten kann ich kann nämlich kommen das hier kann ich ihr seid ja ein tanzclub oder nicht so ganz aber wir tanzen gern in der freizeit ja passt cool wie kann man sich hier bewerben als richtiger mechaniker ich will immer echter mechaniker werden ich habe auch schon mal ein werkzeugkasten dabei achso die habe ich nicht habe ich zuhause vergessen ich habe jedenfalls werkzeugkasten zuhause liegen gelassen und ich schraube gerne an autos okay hast du zufällig ein blick in deine strafakte schon erhalten ob da irgendwas drin steht nö nicht okay also bist du sauber sagst du ich denke mal schon ich habe eine weiße weste unten an man kann sogar sehen wenn man unter dem pulli guckt das ist perfekt ja da will ich dir jetzt nicht drunter gucken du kannst eine e mail schreiben an l a t c s at mail.com und dann ist mir zu viel arbeit da muss ja schreiben dann ich lasse einfach chat gpt eine bewerbung schreiben wenn das okay ist dann schreibe ich die dann so kannst du auch gern machen cool andere frage habt ihr noch nitro einspritzung für autos da ich bräuchte ich bräuchte für man ja für mein fortnight mobil bräuchte ich ein paar stück ich weiß nicht wie viel wiegt eine flasche ich glaube die sind 1 zu 1 wie 1 1 also eine flasche ein kilo könnte ich dann vier flaschen bitte kriegen klar kein thema zwei für mich zwei fürs auto alles klar ja aber wenn man lachgas einatmen dann wird es richtig lustig also kennt ihr sich da aus ach so der dreh ist geil der fragt er fragt auch gar nicht mal alter dankeschön sonst immer wie bei finis sind vor seid ihr nicht etwas zu jung dafür immer die frage immer ist nicht etwas zu jung dafür nein nein sind wir nicht oder sie so über team die turner bei elfen die helfen wenn wir so fragen ja wo hast du das denn hier das gerät internet fühlt sich immer so an wie ich keine einspiele so ich lese gleich vor der vielen dank für den frischen support wirklich der haut hier raus unglaublich ja ich glaube aber mit chat gp t t sollten wir gleich mal eine bewerbung schreiben lassen funktioniert ja super ne ich schaue ich heute eigentlich so weit drauf was ist denn los mit meinem setting warte mal ja mein hund schaut nämlich heute komisch rauf so sebastian lp die nummer mit neuer dankeschön die bs merks jetzt ist offen da ist bestimmt mit dabei des monats bei db bei deutsche bahn da wäre ich 100 pro mitarbeiter des monats line high also sieben danke robert ja ich da robert dankeschön line high auch dabei danke robert ja der alle echte also ja vorgelesig trottel so philip seidel kässt mich noch verarscht ich nur weiß noch die drei also sieben spenden weiß ich noch alter philip seidel vielen dank auch mal von fuwi oder super schade raus ist ja heute unglaublich wie geht's dir liebe grüße von meiner freundin und von mir an dich und schande danke robert habe dann hat letztens noch mal zwei magst du mit karton oder magst du sie in den pulli ich will in den pulli stecken alles klar rein in den pulli stecken dankeschön kein problem was macht das aus wenn wir das schwarz machen was schwarz machen ja so ohne rechnung halt was macht das aus wenn sie es nur einstecken ach so ja wenn ich es einsteck dann sind wir so quitt jetzt wie ich hab das erste was gutes gemacht ich habe 20.000 er wollte mir die schenken das ist voll süß von ihm das ist richtig süß der ist geil das ist ein vieze das ist ein vieze er wollte mir gerade wirklich die nosflaschen schenken was ein ehrenbruder da habe ich ihm jetzt mal 20.000 trinkel gegeben das schwarz einsteckt da kann sich was schönes verkaufen wobei ich glaube die mechaniker sind eh relativ reich die haben viel geld also die mechaniker ist nicht sind nicht arm muss man schon sagen so jetzt erst mal auf ehem guter basis jetzt bin ich sicher wissen man muss sich auch irgendwie freunde machen wenn das ein vieze ist du steckst da ein bisschen was unter da kriegen wir dann sicher jetzt in zukunft vergünstigungen wenn wir da reinfahren ja leute 20k sind 20k so dankeschön an erzliff nbk bei jav 2 gelesen zu herzen genommen mit es kommt eines tages die richtige kuss kuss ist die die richtige ist gekommen ist die gekommen die richtige auch das freut mich wenn das so ist sie für nbk ja wie sagst du mal irgendwann findet man seinen richtigen aufpassen immer findet man den richtigen deckel für den topf und dann passt das dann passt das schon so nosflaschen haben insgesamt vier stück das passt das reicht damit können wir zu gut fahren wo schon mal ein pudel ohne das ist ein kopf das ist aber schnell gegangen jetzt das hier war schnell mit meinem fortnite mobil das ist so auffällig oder gar nicht geguckt jetzt kann ich das kennzeichen abgefahren alter was ich was für ein ehrenkopf erstmal kennzeichen durchgegangen wenn man kennzeichen durchgehend fortnite draufsteht dann weiß er dass ich das bin ey was ein ehrenkopf heute richtige ehrenmänner am start jetzt bin ich richtig happy nur polizei gut aber ganz ehrlich hätte der kopf jetzt probiert mich anzuhalten ich hätte mir nitroflasche reingeballert und dann wäre ich weiß ich in hohen hochgefahren aber er ist das schon gewesen weil langsam ist daher acht jahr nicht oder das marsch ich muss ein bisschen aufpassen das ist was los ich fahre es mal richtung hauptplatz runter vielleicht eine waffe wäre auch nicht schlecht mal wieder eine waffe holen wenn du rechnung offen eigentlich nicht gar keine hast weiß ich ding ist ein haus ist noch keiner da ja aber ich hätte das gerne haus gekauft das war schick und schön gewesen aber leider keiner da der wo ich ein haus kaufen könnte also kein wobei es gibt nur zwei bin ich ja letztes mal aufgekommen im stream es gibt derzeit nur zwei leute die als makler arbeiten deshalb ist es sehr schwer an ein haus ranzukommen außer wir schauen auf ebay und gucken ob er sein haus verkauft das wäre eine möglichkeit um zu gucken oder wir geben unser ganzes geld für neues auto aus wäre auch eine möglichkeit weil ich habe ja passt mal auf auf der bank jetzt haltet euch fest leute ganze 766.000 dollar noch drauf und 156.000 habe ich noch ein paar dabei also wir können uns heute was richtig heftiges holen davon würde ich einmal ich soll uns sportwagen holen vielleicht heute das ist richtig heftig ist ebenfalls heute los hier die firma ausflug ich glaube die bries machen firma ausflug aber rot gefahren fahren mit gelb nicht was sie nicht dürfen war ich mal hier rechts dran hallo mama ist aber ganz schön cool am schaffeln mami guck mal was ich gelernt habe fortnight tanz immer noch cool oder ist das was von 2000 und 21 der fortnight tanz ich weiß es nicht ich glaube das ja mama kannst du mir mal beibringen wenn man so schaffelt wie du ich bin ich deine mutter aber doch 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 du siehst exakt aus wie meine mutter nein wann gibt es frühstück nein ich muss heute in die schule gehen es war heute kein frühstück aufgetischt gar nichts ich probiere mal so zu tanzen wie du aber wie macht man das so macht man und dann so irgendwie mit mehr mit der hüfte also mit den füßen mehr mit den füßen mehr so ist das ein guter hüftschwuck so in etwa so und jetzt in die knie gehen und so jetzt in die richtige richtung ja die richtige richtung ich glaube ich glaube warte warte ich glaube ich habe es nicht raus und nee ich bin zu blöd dafür einmal umdrehen aber jetzt habe ich den hüftschwung raus den hüftschwung habe ich schon so weiter 1 2 aufwärmen links rechts und jetzt aber ja das ist wie bei spongebob wo man erstmal alles machen muss und dann kann man natürlich mama schrantz mit jetzt ach ich habe nichts gesagt jetzt aber cool aber du kannst gut tanzen mit Stöckeln du kannst gut tanzen mit Stöckeln sag mal wo ist ein Papa überhaupt hin ich warte die ganze Zeit auf ihn aber ich finde ihn nicht ähm ja ist das dein Auto ja das ist mein Auto was steht da drauf I hate kids ok was heißt das wenn man es übersetzt auf deutsch was heißt das ich mag Brot du magst Brot ich dachte Kids das ist dieses Re da dieses kleine wenn man so ein Rehkitz hat I hate kids oder K-I-D-S ist das vielleicht eine Krankheit oder so weil Brot heißt spread auf Englisch haben wir in der Schule gelernt das ist eine bestimmte Brotart aber cooles Kennzeichen Mami komm wir erfahren komm mal auf wir fahren jetzt hin wir fahren einkaufen und wir gehen zu Papa jetzt nee nee na wo ist denn Papi jetzt überhaupt wo ist er denn er hat Zigaretten holen Zigaretten holen er hat aber lang Zigaretten holen ja mhm ja aber du wartest doch hier auf ihn oder nein auf wen wartest du dann keine Ahnung okay bis jemand kommt und dich abhüllt oder wie so in etwa oi ich glaube da habe ich mal eine Doku gesehen nein doch ich glaube ich habe da mal so eine Doku gesehen die lief so um zwei Uhr in der Früh Mami ich glaube dir das du bist aber nicht so eine oder nein okay nein weil du nicht mal weißt was du machst und du wartest hier auf jemanden also irgendwie komisch ich tanze nur ganz fröhlich ach so okay ich habe dann einen auf den Straßen ach so ja nee weil weißt du dass du alleine stehst ich habe da mal eine Doku um zwei Uhr morgens gesehen das sind Frauen die sehen so ähnlich aus wie du angezogen nee 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 und die warten dann auch auf jemanden und die wissen aber auch nicht auf wen sie warten aber mitgenommen werden sie alle irgendwann manchmal auch von der Polizei ich weiß aber nicht warum okay okay ja cool sicher ist sehr unangenehm für sie ja gut dann rufst du halt an wenn Papa wieder da ist ja ja mach mal so ja vielleicht holt dich halt doch mal wer ab ja kann ja sein ich glaube die fährt jetzt nicht weg aber das Kennzeichen perfekt für heute da muss ich ein bisschen nachhaken was ist das denn für ein Kennzeichen 6EVC889 hallo bist du der ach so hallo hallo ich gebe dir mal einen Tipp die Dame da hinten die warnt auf einer Abholung mhm mhm vielleicht hupen sie sie mal an oder so dann steigt sie sich vielleicht ein da will ich mal gucken ob das wirklich so funktioniert wie in der Doku die ich letztes Mal gesehen habe um zwei Uhr mit der Schrottkiste hier ach so zu reden sie über die Dame oh es ist unglaublich nein das Auto ach so sie meinen das Auto ich dachte schon sie meinen die Dame da vorne in die Schrottkiste ach so mit der ist doch keine Schrottkiste ist das doch ein Hellcat ne möchte ich ein Hellcat SRT so ist es da fehlt aber ein paar Logos drauf ne aber du kannst ja mal kannst du mal so hingehen und mal fragen so ob sie mitkommen will weil dann beobachte ich das mal ob das so eine ist weil sie vorhin gesagt hat so eine ist sie nicht ach so eine ist sie nicht ne aber hup mal an und probier ja ja mach ich ich drück dir die Däumchen danke danke so jetzt heißt es Zusehen und Warten die Schrottkiste aber Tadeus ne er zieht halt durch er zieht halt durch wie sie weggerannt ist oh das ist das ist so schön ey weißt du solche Situationen sind einfach geil das ist das ist schau mal wie sie weggerannt ist ich glaube es ist für Zeit für uns zu gehen ich glaube hat nicht funktioniert eindeutig das Auto eindeutig das Auto hätte ich auch gesagt sind hübscher sie wartet hier einfach ich will das Kinnzeichen lag schon am Auto oder ich bezahle mal für ihr Auto was hier steht ich glaube die Dame redet nicht mit ihnen kann das sein ne wie gesagt ich habe es verstanden ja dann liegt es aber doch nicht am Auto ja wahrscheinlich also wenn wenn die wüsste dass sie sie Schrottkiste genannt haben vorhin unglaublich so muss ich mal ein paar Minuten einstellen hier zack gut ich muss los jawohl ich habe nämlich zu tun und das Geld das arbeitet sich nicht von allein so ist es Geld wächst nicht auf Bäume oder ne aber an Sträuchern habe ich gehört ne aber aber hören sie mal zu an an wo kommt Geld her also Geld ist ja aus Papier ne mhm aus was besteht Papier äh aus Bäumen also eigentlich wächst Geld schon auf Bäume wenn man ehrlich ist eigentlich schon ja ja warum sagen sie dann nein da haben sie gerade gelogen ne und das ist der Grund warum sie nicht erfolgreich sind das ist alles ein schöner Start in dem Stream genau so muss das und ein paar Pizzasachen holen hier Upsi ähm guten Tag ich brauche bitte eine Pizza Margherita arbeiten sie hier ja ich nehme bitte einmal eine Pizza Margherita zum mitnehmen wobei ich nehme sonst wie die acht Stück acht kleine acht kleine Stückis haben sie Margherita Pizza Margherita haben wir leider nicht was habt ihr dann für Pizza äh Pizza Schinken Pizza Salami und Pizza Thunfisch Salami Schinken Thunfisch mhm könnte ich eine Pizza mit Salami und Schinken haben also beides gemischt oder mhm ja also ne Thunfisch Salami Pizza ja ja ok haben wir das so halt sagt kleiner Mann schönes Auto hast du äh danke spielen sie auch Fortnite ne leider bin ich ganz schlecht da drin ich hab das einmal versucht und direkt äh umgefallen und danach hab ich gesagt ne ja aber das ist das offizielle Fortnite Auto das hier oh da hat der meinen Lack nachgebaut oi oi das zähre ich aber an hier der hat den ach ne äh ähnlich nicht ganz hätte ich jetzt fast eine Anzeige geschrieben für den Lack der hätte fast meinen Lack kopiert mhm das wär schlimm ne geht ja gar nicht ne weil das ist der originale Fortnite Lack hier interessant ja ich kenn mich damit nicht so aus ja Fortnite dies das aber brauchst du nicht bisschen bisschen fortbauen in Fortnite sag den sag den kleinen und dann ne Skybass bauen und dann wenn man ne Skybass baut gefällt's mir hier so und dann kann man von der Skybass runter schießen und dann gibt's ein richtig schönes Battle Royale also von oben muss man dann den finalen Schuss treffen mit ner schönen Sniper am besten die Heavy Sniper ja und dann muss man halt gucken wenn man seine Skybass hat hat man eigentlich schon fast gewonnen sag mal die Skybass ist die halbe Miete ich glaub ich würd schon sterben bevor ich einen Baumstamm hätte zum Aufbau ja gut wir müssen sie halt bauen üben ja wie ist es denn hier mit dem Auto würden die Cops dich da sehen durch die Scheibe durch die Frontscheibe ja dann hab ich ein Problem aber ist egal ich bin heute schon zweimal haben die mich gesehen da drin und haben nichts gesagt weil am Heck siehst du es ja nicht ja ja klar ja das sind auch nicht die hellsten die Cops hier nö sind sie nicht aber es ist ja lustig soll ich dir die Pizza gerade in den Kofferraum tun? nee der ist voll ich nehm sie so bitte jawohl ich greif da mal rein ja was kostet mich das? da kann ich das aber ich kann's nicht ich geb dir noch was als Bonus bitteschön dankeschön jetzt hab ich aber jetzt hab ich aber Schinken und Thunfisch bekommen äh das ist eine gemischte Pizza was anderes bieten wir leider nicht an ja aber ich wollt doch Schinken und Salami und kein Thunfisch Schinken und Salami? ja die bezahl ich jetzt aber nicht ich muss jetzt wegschmeißen ich esse keinen Thunfisch so schlimm ich krieg Durchfall davon ja ich geh nochmal kurz rein ok ok aber Essen schmeißt man nicht weg verschenkt es einfach ich hab ich hab ja aber Thunfisch ist so ekelhaft bäh bäh er soll seinen Thunfisch selber essen aber das ist frischer Fisch der ist im Hafen gefangen worden ja aber das ist doch das Problem haben sie schon mal den Hafen gesehen wie dreckig und verschmutzt der ist will doch keinen Schmutz aus meiner Pizza haben oder? der Fisch wird gewaschen ja achso mit Spiritus mit Spiritus gewaschen und dann kurz flambiert ja ja und dann kurz flambiert damit alles weggebrannt ist ja aber ich traf es im Müll mag keinen Thunfisch Thunfisch schmeckt nach Thunfisch schmeckt so fischig keine Ahnung irgendwie so übelst nach Fisch aber nur ein bisschen nur ein bisschen schlimmer als Ananas ja gut wer Ananaspizza ist der hat eh komplett sein Leben irgendwie kaputt gemacht ja komplett verloren im Leben ja der ist richtig verloren so dann nehmen sie dir gerade einmal raus ja jetzt kriege ich die aber gratis ne weil sie vorhin die Pizza falsch gehabt haben sonst schreibe ich eine schlechte Bewertung auf auf Google mache ich nur einen Stern wenn ich die jetzt nicht gratis bekomme äh machen wir 10 Dollar günstiger ok das bedeutet 20 Dollar das heißt 2 Dollar kriegen sie jetzt von mir weil ich muss nochmal ab 20 aber ich bin Influencer ich kann das abziehen machst du dann Werbung von uns ja also Influencer ich würde ich würde auf 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 Twitter posten dann dass hier eine gute Pizza ist hm hab ich auch so ein bisschen na komm ich gebe dir mal 20 Dollar ne ich gebe dir die ja machen wir 20 machen wir 15 guck mal kleiner Mann ein bisschen Trinkgeld aber gebt nicht alles auf einmal aus jawohl ich mache ja sonst einen schönen Post noch dass ich noch ein bisschen Werbung mache wollt ihr drauf sein auf dem Post wenn du das möchtest ja ich mache ich mache einen Twitter Post so warte ich habe Angst was gleich zu lesen nicht nur du haben wir nachher Probleme mit einer Lügelampe oder so warte ich mache ich mache irgendein Bild rein ist da ein Bild von Karl Heinz auf die Schnelle das ist die Frage habe ich ein Bild von Karl Heinz ach das ist die Frage Karl Heinz habe ich da ein schönes Bild von ja das hier ja das hier oder das nicht oder das nicht wenn man es hier zur Verfügung stellt D.O. zur Verfügung stellt D.O. zur Verfügung stellt oh ich habe schon einen Account oh gut alles schön lächeln oh warte ich glaube auch nicht ich glaube das Deutsch kommt ganz gut für Karl Heinz gut ich glaube das ist eine gute Bewertung ich muss nur das fair sein wegen der wegen der Thunfischpizza die schmeckt komisch okay magst du nicht so viel oder was ne also ich sage die Thunfischpizzen die sollten verboten werden so ja warum ist die zu salzig ja also man riecht halt an den kompletten Thunfisch raus eigentlich die anderen Pizzen schmecken jetzt ja auch nach Thunfisch ist hier so alles getunfischt hier drin sollte man mal so einen Kammerjäger holen dann soll man den Thunfisch rausbringen gut ich fahre mal aber danke für die Pizzen tschüssi er macht diese diese Rechtschreibung diese Bewertung was traurig ist was traurig ist es gibt halt wirklich Leute die so schreiben es ist echt heftig es gibt halt diese Krankheit da diese wie heißt denn das und das hat aber ich denke mir so in der heutigen Zeit geht es eigentlich weil du hast ja auf dem Handy oft Autokorrektur es gibt Leute die schreiben auf dem Handy so da hast du ja Autokorrektur die sagt dir halt eh an wenn du was falsch hast oder unterstreicht das ja und alles also heutzutage hast du dir alles ausbessern lassen hab ich mal auch bei Bewerbungen gedacht wenn jemand äh sagt er hat wie heißt das nochmal wie heißt denn diese wie heißt denn diese Krankheit wenn man wenn man nicht richtig äh Dings schreiben kann wenn man ihr wisst schon wenn man wenn man ach wie heißt das Och Mann Alter LRS genau LRS gibt's und äh wie heißt das andere noch ah ne ist ja LRS Legasthenie ist ja LRS ne die Abkürzung LRS ja und wenn du das hast dann kannst du ja nicht richtig rechtschreiben du kannst es dir ja nicht merken ich weiß noch damals äh äh hat irgendwo war ich schon mal die haben das auch gesagt ich hab das bis dann meine Deutschland gemeint habe ich hab das nicht die würde das direkt sehen hätte ich das und ich war mal in so einem Institut da hab ich auch mal so einen Test gemacht und da meinten sie sich so ja ich hab äh äh Lese-Rechtschreibschwäche und da meinten sie so äh oder Legasthenie und da meinten sie so ja hab ich und meine meine Deutschland so nö hast du gar nicht das kann nicht das kann nicht sein weil sie hat sie weiß wie das aussieht so also wurde ich komplett anscheinend falsch äh diagnostiziert da an der Stelle ne aber da denke ich mir oft wenn du das hast ne du kannst nicht schreiben heutzutage wenn du eine Bewerbung schreibst du lassst es einmal durch so ein Tool durchlaufen und er bessert dir ja alles aus du siehst ja dann was ist falsch geschrieben und dann denke ich mir so wenn jemand ne Bewerbung schreibt zum Beispiel ein RLO und er schreibt ja tut mir leid dass das so scheiße aus ich hab LRS oder so da denke ich mir so Bruder du lässt es einmal durchlaufen ist ein Aufwand von einer Minute und dann hast du schöne Bewerbung so wisst ihr das denke ich mir so oft heutzutage zum Glück gibt es sowas früher gab es ja sowas nicht da hast du schon geschrieben und du wusstest nicht was falsch ist und dann verstehe ich halt Leute nicht die das haben und dann sagen äh ja sorry dass es so aussieht ich mir so Bruder lass das einmal durchlaufen und dann eine Bewerbung schreibst und gut ist wie wenn ich arbeiten gehen würde um mich das ja auch so machen würde ich dann so machen aber ja also viele die das haben ne aber bei mir war das echt Bullshit weil wenn ich schreibe ich ich weißt du was mir nur passiert Tippfehler passieren mir übelst oft das heißt wenn ich mich an der Tastatur mal vertippe ne passiert mir manchmal aber so Rechtschreibung gar keine Probleme früher als Kind so ein bisschen gehabt so mit der Rechtschreibung einfach oft Sachen nicht gemerkt aber mittlerweile wenn ich was schreibe keine Probleme mehr nur ab und zu vertippe ich mir an der Tastatur dass da mal irgendwas anders ist oder zum Beispiel was hatten wir letztes Mal für ein Gespräch gehabt dieses ähm ja auf Jagd gehen oder Verfolgungsjagd ob man das jetzt mit DT schreibt oder nicht das war äh ja weil einmal schreibst du so die Jagd schreibst du anders als eine Verfolgungsjagd das kommt immer drauf an wie du es schreibst das ist komplett kompliziert aber das ist halt die deutsche Sprache die ist halt kompliziert so jetzt habe ich aber meine äh ich gehe mal tanken fahren jetzt nehme ich mal meine Sachen ich muss nur kurz gucken entweder ich hole mal jetzt eine Waffel für Sachen die ich noch heute vorhabe ja vielleicht die so schlecht oder ich schaue dass ich mir mal ein schönes Auto kaufen gehe aber ich weiß nicht ob Autohändler wäre da ich schaue nochmal auf auf Willhaben auf Willhaben genau auf Ebay ob da was ist weil ich hätte mal gerne ein neues Auto verkaufe GT 3HS original mit 345 äh was 335 verkauft er den da verkauft er seinen Jaguar F-Pace ja das ist jetzt nicht so meins ja 8 haben wir schon verkauft er im 8 Fullt und das ist doch geil ja ich glaube ich fahre heute zum Auto aus und schaue was ich mir heute kaufe weil ich habe so viel Geld Leute eine Black Series für 400.000 Alter sollen wir die mal Probe fahren eine Black Series Fulltuned Überlegung wert Überlegung so Mustang haben wir ja LKW gibt es brauche ich nicht ui hallo ich weiß nicht Leute da will ich Karl-Heinz drin sehen in der Kiste ei ei aber hallo ist das was ist das der SVJR Fulltuned Preisverhandlungsbasis ich glaube da schreibe ich mal hin in der Dänien Chrom Alter der sieht schon geil aus also der ist frisch der fährt auch schnell der fährt richtig schnell ich überlege gerade soll ich den kaufen oder ist das ist das der den ich gerne hätte ist das nee das ist nicht der ich lasse mich sonst mal unten beraten ob das der ist es gibt ja zwei ähm der wäre schon geil ich rufe das sonst mal an ich frage den mal wie viel ich ihn verkaufen würde für 200.000 nehme ich den Bruder ah der nette Pflanzenmann der mir noch immer Sachen schuldet ist das kennt ihr den noch der mir nie die Sachen gegeben hat dass ich die Nummer noch hab Alter der nette ich hab sogar eingeschmeitert jetzt weiß ich aber wer den verkauft und warum er den verkauft der nette Pflanze ja ich glaub der ist nicht da der nette Pflanze wisst ihr was ich fahr mal zum Auto hin und schau mal was die Preise sind wir fahren da runter und dann kaufen wir was schönes weil ich mir so viel Kohle weil ich brauch was schnelles weil Karl-Heinz hat zwar geile Autos die schnell sind aber ich hab kein kein Supersportwagen der richtig schnell ist ich glaub der R8 ist eh schon mein schnellstes Auto was ich hab ja müsste sein und der fährt sich auch der R8 fährt sich auch gut aber ich hätt gern mal schnelleres wisst ihr irgendwas mit dem ich easy vom Kopf wegkomme wenn's sein muss oh ne das war ein Kopf das war ein Kopf oh ne oh Bruder bitte nicht hast du den aufgeschmissen dem Reh hä hä wo ist der hin ich hab schon die drauf reingemacht dann hast du den glaub ich aufgeschmissen der ist weg guck der ist nicht mehr hinter mir ja Bruder was ist denn dogrot passiert ich glaub den Kopf hat's grad wirklich auf die Fresse gehauen der war auf einmal nicht mehr da der war auf einmal weg hinter mir ja Bruder was ist denn dolle Hust er hat nämlich schon Blaulis hinten angemacht er hat zu den 3m Feldweg auf Fresse gelegt ach das sind so Momente die liebe ich einfach ja komm einfach ich hab nämlich schon das Nitro bereit gehalten wisst ihr ach ist das schön so ich lese mal vor sorry dass es sowas gibt ne dass ein Kopf einfach auf die Fresse fällt und einfach weg ist oder der hat ich weiß nicht ist er disconnected vielleicht einfach wär auch lustig gewesen aber das ist schon geil ich hab ja doch gar kein Rubbel los gekauft hätten und ich brauche ne Weste hab ich ja auch nicht stimmt ich muss Weste und Rubbel los mal kaufen wichtig und richtig einen fetten Win bitte am Rubbel los bitte einmal aufrubeln ja Robert heute gewonnen oh ja guck nochmal gewonnen ja hallo vielleicht noch 10 Taui alter ne schade heute Glückstrede gehabt zweimal gewonnen das hab ich sonst nie bisschen Gewinn gemacht 200 Dollar gewonnen äh 300 Dollar gewonnen das ist Mathe-Genie warte ich hab ja kein ich hab ja kein Dings dabei ich nehm nur ein Dings mit ein äh Kanistel ja einen Kanister bitte und jetzt schnell ne Dings kaufen ne Weste wo sind der nächste Waffenladen hier da oben ne wobei gibt's hier unten auch ein ach das ist der der unten ist ja da muss ich hin auf zum Waffenladen yay so Fake Team Leon Matzner und Seppok sag ich was mit werden Oliver Barth für deine Pünktlichkeit alter danke nochmal Oliver Barth Manni van Corp zu spät kennst mich noch natürlich dankeschön Manni van Corp Elisa Marie wenn ich zwei Plüsch bestelle bekomme ich auch zwei Autogrammkarten als Geschenk ich weiß nicht ich glaub nur bei einer Bestellung ist eine Autogrammkarte dabei falls du zwei bestellst am besten eine Mail schreiben aber ich kann nochmal fragen die Frage ich nämlich letztes Mal auch schon gehabt ob wir das pro Plüsch machen oder pro Bestellung ich glaub es steht drin pro Bestellung müssen wir nochmal gucken natürlich wärs optimal wenn wir pro Plüsch eine Autogrammkarte dazugeben das war natürlich optimal ich frag mal nochmal nach meinen Shop am besten hier hingestellt und merkt es keiner gut ich brauche hab ich denn warte hab ich denn warte hab ich denn Waffenschein ne hab ich denn nicht du hast keine Lizenz weiterarbeitet ja gut Munition Waffenattachung und sonstiges ich brauche Panzerung ein paar Stück eine ziehe ich mir an und eine nehme ich mit ich sag euch Panzerung immer richtig und wichtig im ERP man kann ja immer mal angeschossen werden man weiß ja nie jetzt fahr mal runter an den vielleicht warte vielleicht ich fahr nochmal dran vorbei vielleicht liegt da der Kopf am Straßenrand ich schau mal der muss ja hier irgendwo liegen oder hier bin ich ja gefahren hier rechts stand er hier der Vorher ist dann anscheinend aufgeschmissen oder äh hä wo ist der hin also wenn's der wirklich auf die Fresse gelegt hätte dann müsste er hier irgendwo liegen aber es liegt hier keiner strange vielleicht hat er einen Einsatz bekommen ich weiß es nicht aber es war schon strange gerade so Autohändler noch da ja drei Stück sogar auf zum Autohändler ich weiß aber nicht glaubt er die verkaufen mehr Autos noch weil ich glaube letztens hat er andere richtige Probleme von der Polizei bekommen als sie mir Autos verkauft haben aber irgendwann habe ich dann wieder ein Auto kaufen können an der Zeit also ich weiß nicht ob sie mir jetzt noch oh Polizei schön da steht ein Kopf das ist sehr schön na zum Glück hat er den angehalten nicht mich na zum Glück ach schau das ist unsere Mami wieder schick ist der offen der Heli boah heftig wenn der offen ist ne ne ist er nicht guten Tag schöner Tag heute ne angenehmes Klima das stimmt 10 von 10 Stern heute na wie geht's bestens für dich auch gut ja ich wollte mich mir hier mal ein bisschen umgucken was es so schönes gibt hier in dem Laden wenn sie mir ein bisschen rumschauen lassen können was es hier alles schönes gibt oh den Wagen den habe ich auf Ebay gesehen stehen bleiben den habe ich auf Ebay gesehen naja egal ja ich glaube das war der von Ebay ok ne gut ich wollte mich hier mal umsehen so Auto gucken müssen sie so ein bisschen Auto schauen die ist das Ananas was sie so im Angebot haben was sie so im Petto haben sicherlich der Herr Brockhaus ganz ganz gut beraten Herr Bruckschmaus dann beraten sie mich bitte was Brockhaus ja Herr Bruckschmaus dann beraten sie mich mal was gibt's ein schönes ja Fahrzeuge mit vier Rädern auch mit zwei Rädern ich weiß nicht was schnelles ich brauche irgendwas richtig hart schnelles mit dem ich von der Polizei abhauen kann wenn es so richtig hart auf hart kommt sowas ich weiß nicht wie viel Geld hast du denn oh warte mal ich habe lass mich zusammenrechnen bin ich schlecht im Rechner ähm ähm 25 Dollar und 2 Cent ich mache nur Spaß ich habe ca.900.000 zur Verfügung ach klar oh da müssen wir flüstern ich glaube ich glaube das ist ich kann die Polizei nicht dass sie das hört was hier los ist oh den kenne ich der war doch von vorne am hautplatz hallo na haben sie die damit abschleppen können oder hat nicht funktioniert ach so wissen sie der Mann ist so hässlich da wollte die Dame nicht mit einsteigen vorhin nicht auf nicht aufs Gesicht fliegen sie haben ein sehr schönes Gesicht haben sie ihre Nase machen lassen oder war die schon immer so sie sind mich gemacht aus die nase das hätten sie operieren lassen die war schon immer so was hast du denn so was hast du jetzt schon unter uns bin ich glaube das schnellste was ich habe ist da vorne mein dings hier mein r8 der steht hier vorne mit dem fort not kennzeichen mit fährt in der fulltune ich glaube so 300 wenn es sein soll ungefähr du brauchst was schnelleres ich brauche was richtig schnelles was richtig viel dampf hat dass wenn die cops komme ich richtig auf gas metall drücken die immer klein irgendwas mit richtig dampf ich meine ich habe gesehen svj im angebot auf ebay klein anzeigen aber der 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 callt nicht zurück wir haben einen svj roadster der preislich gut ist und schnell ist ist der roadster schneller oder habt ihr auch einen normalen svj und welcher ist schneller der roadster warum ist schneller 270 270 stock 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 270 gut und der andere fährt wie viel stock 250 stock ok also keine kmh sondern stock ich muss das umrechnen wie viel stöcke das in kmh ist das sind 250 stöcke ich muss das umrechnen ein stock ist ein kmh und dann passt das aber dann sind 250 stöcke sind aber 250 meter das ist aber kein kilometer kmh heißt kilometer die stunde da sind aber nicht aufgepasst schlecht im rechnen das sind sie richtig schlecht außer ein stock warten sie berechnen wir das mal wenn sie sagen ein stock ist ein meter macht das nämlich keinen sinn aber wenn sie den stock verlängern würden auf ich wüsste jetzt gar nicht wie viel ein stock lang sein sollte wobei dann brauchst du nur ein stock wobei wenn du sagst 250 stöcke 200 kilometer dann müsste ein stock müsste doch ein stock müsste ein kilometer lang sein wenn wir jetzt richtig ernst sind weil ein kilometer die stunde wäre ein stock der ist dann ein kilometer lang verstehen sie dann haben wir 250 stöcke aber dann hast du ja auch wieder kilometer wenn du es umrechnest dann brauchst du ja gar nicht auf stock umrechnen boah sie verwirren mich aber ganz schön der wird du wirst zwar von den kopf gerade beobachtet ja wir werden gerade beobachtet oh jetzt hört er weiter aber der wartet sich hinter der nächsten kreuzung bestimmt dass du irgendwas fährst und um die hege kommst am besten sie fahren damit und dann fahren wir irgendwo hin damit auf so ne teststrecke mach mal das so steigen sie ein kommen sie wir machen das achso ich muss ihnen dann geld geben oder vertrauen sie mir sie müssen auch dem kind vertrauen ja ja sie müssen mir schon vertrauen kommen sie auf geht's machen wir eine schöne ausfall mit der kiste er sieht aber schön aus ach sie haben ach der ist aber echt doch der ist schön der ist schick der gefällt mir ich weiß nicht ob das cabrio so ganz zu mir passt ah musst du rausfinden ist das nervig jetzt warten die hier na klar warten die hier die werden jetzt auch den ganzen kunden verscheuchen die ja autos kaufen wollen ich hab auch gesehen der hat vorhin bin aufgehalten da stand wer an der straße und der wurde aufgehalten mit so einem ich glaub es war ein agera in rot das kostet eigentlich ein agera der kostet viel ne ja er ist fast bei 3 millionen boah alter bruder heftig diggi das wird nicht wir werden angehalten musst du rechts ranfahren warst du so schnell oder was jup das fängt schon gut an heute ich hab bock wunderschön wunderschön hallo der mann hat mir süßigkeiten gegeben und hat mich dann ins auto gezerrt das ist ne reine lüge ich mach ne spaß ich bin komplett freiwillig hier dürft ihr einmal bitte nen führerschein haben das ist so dumm das ist eine lüge ehrlich sagen Karl-Heinz freut mich dass du nicht am steuer sitzt ne er hat mir nur gezeigt was es cooles gibt sehr gut ja ich fahr nicht das wissen sie aber auch sehr gut ist ganz schön gut am lügen ne warum du fährst mich doch schon den ganzen Tag rum ja ich weiß nur eben fahr dich den ganzen Tag schon rum ja was heißt hier gelogen definitiv ja definitiv aber definitiv ja aber Karl-Heinz ich frag mal nicht wie der zum Autohaus hingekommen ist er fährt mich schon den ganzen Tag rum er ist mich hingefahren er kann es sogar bezeugen super dann Herr Rorkhaus kriegen Sie hier meinen Führerschein wieder vielen Dank ähm wissen Sie weshalb ich Sie angehalten mhm weil ich ein kleines bisschen drüber brauche yes 101 kmh mhm und äh da gibt es einmal 2000 dabei äh gibt es einmal kurz 2000 Dollar und dann dürfen Sie gleich weiter ach das ist zu gut das war 2000 Dollar so also so schnell war das jetzt aber nicht ne bitteschön haben Sie uns noch offene Rechnung nope top dann Herr Brockenhaus wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und passen Sie auf Sie auch ebenso alles klar ciao ciao tschüss Karl-Heinz sauber bleiben ich bin sauber ich fahre duschen sehr gut denkt aber auch ich spiele nur im Sandkasten na wahrscheinlich den ganzen Tag spielst du im Sandkasten ja eben nicht ich will gerade nicht wissen was du machst bin ich ehrlich na nix ich habe mein eigenes Business aufgebaut die sind nur neidisch ja warum ist ja Polizei muss ich jetzt Angst haben ich glaube das ist gerade eine Verfolgung jetzt am Lauf und da wo wir gerade sind naja wir ziehen gleich wieder ab überall Sirenen hier ich würde dich erfahren lassen aber die kleben uns am Arsch ich weiß wir sollen vielleicht irgendwo hingehen wo es keiner sieht naja hast du einen Vorschlag ja ich habe einen Vorschlag East East Highway weil da stehen viele Blitzer aber ja dort da ist nicht viel los glaube ich da musst du runterfahren auf die Autobahn rechts jetzt oder wir fahren auf den innerstädtischen Highway ein bisschen rum da ist auch nicht so viel los wir probieren es einfach hier mal ok was kostet der Wagen der kostet 550.000 ok so ein Schnäppchen naja Tuning noch mit dazu wenn du mit NOS abhaust ja stimmt was kostet mit Tuning Tuning ist knappe 100.000 bei den Mechanikern also so geil mal so toll ich dachte es ist mehr ne auf den Attachmentschub zuzugreifen ja da greife jetzt einfach mal drauf zu gute Idee pass auf ich habe eine Idee Katalina ah perfekt wäre ja auch eine Idee ich hätte jetzt einfach bloß gesagt ich lasse dich fahren und wenn sie anhalten sagst du musst mich ganz dringend ins Krankenhaus fahren ja aber das kaufen sie das kaufen die mir niemals ab bin ich fest aber auf Katalina können wir probieren weil da ist ja nie Polizei so eigentlich oder da sollten wir unsere Ruhe haben jetzt kommt es mir ja erst einmal unsere Ruhe weil da blitzt ja auch keiner oder so oder cool ja dann steigen sie mal aus dann rutsche ich mal rüber so ich hoffe du willst was du machst ich denke mal schon das ist ja Automatik oder natürlich wie ein Thief ja dann weiß ich was ich mach dann zieh mal durch die beiden besten Fahrzeuge unter einer Million sind der und der Black Series Black Series ist der gut der ist auf jeden Fall in Nürburgring Meister das heißt es ist so das stellste Auto was es gibt also bezüglich Kurvenlage und so so ziemlich für das Geld ja okay der fährt 277 gerade 275 das ist mir wieder ab ja so 275 naja der wird seine 310 knacken mit Tuning 280 280 280 er dreht ganz schön durch also wie gesagt die Black Series sind auf dem gleichen Level was ist günstiger die Black Series kostet 407 ja so ein bisschen günstiger ist ja ich schau nochmal ganz kurz was man hier machen kann da kann man vorne oh Dach kann man zumachen schön was ist das hier so schön das kann man das Dach einfach zuschieben oben bist du so der Fan vom Cabrio oder was ja ab und zu sicher aber das Problem ist halt wenn die Polizei sieht wer da drin ist hab ich ein Problem und auf die Scheibentönung auch drauf an wenn die Scheibe ganz getönt ist ist es mir lieber wissen sie zufälligerweise wie heftig man das ja tönen kann mit den Scheiben so viel ich weiß kann man es komplett tönen also wirklich auch beim Black Series ja ok dann schon mal gut aber Black Series muss man halt bedenken ob sie es mögen oder nie Black Series ist extremst laut ok ja würde ich nämlich auch mal gerne probieren ob das was ist ich dachte mir vielleicht so Lambo schon cool würde ich mich schon fühlen drin so Tuning Teile gibt es für das Ding mh wenig also das ist eher aber zum Beispiel den Spoiler hinten wird jetzt nicht so knorke kann man den umändern das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen ich selber besitze das Fahrzeug nie achso da könnte man ja gucken ne wenn man zum oh boll da hat kein Tank mehr ist leer ich hoffe sie haben Kanister dabei im schlimmsten Fall kann ich auch noch tanken alles gut ich überlege die Black Series vielleicht ne mal schauen dann willst du die Black Series nochmal fahren genau und dann gucken wo ich mich drin wohler fühle aber meinst du dass du so gut das schaust was meinst du ich hab sie gerade nicht verstanden meinst du dass du so gute Chancen hast damit lange Spaß zu haben positiv wieder anhalten ich denke schon ja ich bin nicht so schlecht im Wegkommen aber meine Autos sind die schnellsten deshalb dachte ich mir wenn ich mir was schnelles hole dann habe ich vielleicht mehr Chancen wegzukommen so ich sag mal so ich bin schon öfters mit Autos weggekommen die halt nie so schnell sind teilweise auch dreimal hintereinander und wenn ich jetzt dann nochmal einen Ass im Ärmel habe mit ein bisschen mehr PS ist das sicher cool also ich sag es mal so wenn du schon 900.000 auf dem Konto hast könntest du auch überlegen ob du nochmal 600.000 sparst und dir ein P1 kaufst ne ist mir zu teuer ich habe sehr lange drauf hingearbeitet das ist das Geld was ich jetzt habe ich glaube jetzt nochmal 600.000 zusammen zu sparen ne ne ist da kein Hüt dann fahren wir halt gleich mit der Black Series nochmal boah ich hab da irgendwo Sirene gehört alter ich hab irgendwo Sirene gehört so Lion High kennst du dich noch Matze ja dankeschön Lion High kurz geht raus Sebastian LAPDW 19 exium könntest du meinen Geburtstag live das ist ja schon vorgesen genau ein paar Mittag versippt werden und Sebastian LAPDW nochmal könntest du das nochmal alter wie oft trailt er das oder vielen wie Dank das kann ich leider nicht sagen wirklich überhaupt wissen wie du an 900.000 gekommen bist ja tatsächlich an sehr vieles legales also es ist wirklich nichts illegales gewesen ich habe mal einen Shop aufgemacht für Miniautos ja die Autos habe ich gesehen da habe ich ein Rasenmäherunternehmen aufgemacht habe beim Kord gerasenmäht da habe ich sehr viel Geld gemacht eigentlich eher durch die logalen Dinge im Leben ja macht man viel Geld wenn man über den Rasenmähen geht und ein Kind ist ja ich glaube das liegt daran dass man ein Kind ist ja da kriegt man so einen Bonus der hat glaube ich viel Geld gemacht und so konnte ich mir das jetzt irgendwie verwirklichen also gar nicht mal so durch illegale Sachen eher wirklich das legale mache ich mehr Geld als wenn ich jetzt irgendwas dummes machen würde man ich habe ja auch schon dumme Sachen gemacht das bin ich gespannt Black Series was macht denn der Herr hier wartet der auf jemanden beim Zielers vorhin der mit dem also die sind das ne ja ich glaube oder oder ne das war anderes Entschuldigung die sind gleich als wie der Grüße guten Tag ja die Kundschaft die wartet haben sie keinen anderen der hier noch arbeitet doch doch theoretisch sind die beiden anderen im Dienst achso aber die arbeiten gerade nicht oder wie ich weiß was die machen was denn ja vielleicht Besprechung vielleicht kuscheln kuscheln ist das so ein kuschelhaus oder wie ich wüsste nicht was machen kann ich dir nicht sagen achso ja bin ich mal gespannt wie das Ding fährt hier ist das wendiger als das andere Auto ja oh das ist gut das ist okay das ist schon mal ein Bonus und Endgeschwindigkeit sogar gleich oder wie Endgeschwindigkeit müsste sich jetzt glaube ich ein paar kmh glauben wir das gleiche sein oh krass oh jetzt bin ich aber wirklich gespannt ob das den gut wenn das hier sich gut handeln lässt dann bin ich dabei anscheinend ist das Händler noch besser das ist aber cool alter Timo Löwe danke für 10 Verschenkungen Kuss geht raus danke 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 haut er einfach raus die Verschenkung jetzt kommen die ganze einblenden Fabio Legenstein Dere kennt sich noch alter Fabio Legenstein von 59,90 gespendet viel finanzlichen Reizdarm Gruß geht raus da lasst du mal regnen für dich ganz 59,90 oder 60 Euro ausgewirbelt Gruß und Liebe geht raus an dich mein Lieber Lukas Stettler danke für 1,01 Euro Jön Matzner danke für 3 Euro meine erste Spende vielen vielen Dank deswegen sagen ja alle die das Fahrzeug besitzen das ist ein Kurvenmonster ja dann ist es cool dann ist die wohl auf jeden Fall das hier zu nehmen weil das ein Kurvenmonster ist weil genau sowas suche ich brauche irgendwas mit dem ich halt wegkomme etwas schnelles etwas mit varialem Anschub gut dann bin ich beim Tuning aber auch ich glaube da 90.000 oder so ja knapp runter okay dann probier mal das Ding mal bin ich gespannt und das Scheibentünung geht auch voll ne ja cool ja ja es ist wirklich sehr laut aber es ist ein cooles laut jetzt muss ich aber was fragen hast du einen Vormund oder irgendwas in der Art ja weil sonst wird mein Manager wahrscheinlich böse offiziell hoffe ich dir ja kein Auto verkaufen weil du noch ein Kind bist ja ich habe einen Vormund ich weiß noch nicht ob der da ist im schlimmsten Fall ohne ich bin erwachsen den du verkaufen kannst da gibt es keine Probleme da kriegt er nicht Probleme nicht du dann ist das so ja dann ist das so ja du solange du nicht sagst dass wir das so ausgemacht haben nö ja aber kein Kläger da kein Richter ne richtig boah aber ich muss schon sagen das Ding ist heftig boah von 407.000 ist so ein extremes Schnäppchen gibt es da Tuning-Teile für ne der ist so ne ne der ist so der ist ja schon mehr als breit gebaut ja der ist breit gebaut braun gebrannt mit 100 Kilo Handelbank so irgendwie so ungefähr ja der geht schon ziemlich steil der Wagen boah das wäre schon was geiles Black Series fahren krieg mal Höchstgeschwindigkeit ja der war jetzt vorhin auf 278 glaube ich ja ich sag ja die nehmen sich fast nicht von der Höchstgeschwindigkeit her aber Tune geht der ein bisschen besser mhm ja auf jeden Fall das Ansprechverhalten vom Lenkrad ist anders viel intensiver heftig ich probiere mal ne Kurve fahren hinten wenn's okay ist mhm alles gut ein bisschen probieren wie der sich um die Kurve fährt das ist ja nicht umsonst ein Kurvenmonster ne exakt aber wie gesagt auf dem Nürburgring fährt der sich richtig gut ja der fährt sich schon boah also der legt sich ganz schön die Kurve rein das merkt man ich denke wenn du ein Auto brauchst für dein Vorhaben für das Geld kommst du mit dem am besten ich glaube ich gerade auch wenn ich damit jetzt so fahr ja ich glaube der wird also mit Tuning Endgeschwindigkeit wo sind wir da Tuning Endgeschwindigkeit 310 315 310 315 okay aber dafür ist er halt immer noch so wendig also lass mal umsteigen ach der hat's Gott sei nicht gesehen der Polizist ja ich dachte ich hab's hier auch in dem Moment ach zum Glück so ähm ja ich überlege noch also der wäre noch also ich wollte noch eines probieren ähm der normale Ventador vielleicht noch so einfach zum probieren zum testen wie der sich so fährt vom Handling her und dann wäre ich durch und dann mache ich eine Entscheidung aber ich glaube es wird der aber mal schauen oh entspannt machen wir cool also ich dachte ganz gut bloß jemand der das Auto dann kauft kriege ich hin kriege ich hin da kriege ich ich irgendwann mein Telefon ich schau mal ob der da ist ich bin immer so eingeschmalt ne ich glaube mein Vormund ist nicht da dann muss ich gucken aber ich kriege das hin ich denke das schaffst du kennst du bestimmt noch ein paar andere Erwachsene oder äh jein es geht aber ich finde immer irgendwo jemanden wenig Aufgabe und dann macht er das einfach alles gut solange offiziellen Erwachsener das Auto für sich kauft offiziell ist mir das egal ja weil dann bin ich raus aus der Geschichte und was er dann macht ist eure Sache ja dann bist du raus aus dem Schneider äh er will sich selber safe erstmal so Janik hast du mit Karl-Heinz nicht noch einen offenen Fall beim Court ich weiß nicht Janik ich äh vielleicht bin ich nur angerufen mal schauen Adrian S bist der Beste mach weiter Dankeschön Helsingrock danke für den 10er Freund Stummkiller Nico lang verslippt werden Stummkiller Nico nochmal mit Ahiosch Quirin 1536 bin auch immer seit lang wieder da vielen vielen Dank für 2 Euro auch Eratos nee Eratos Tennis 90 hatte ich gar nicht die ein schönes Team freu mich immer auf Neues mit Karl-Heinz Dankeschön Criminelord auch am Start an Mechaniker danke Robert Philipp Seidel wie alle sagen Mitarbeiter des Monats bei DB nein du wirst bevor das Vorstellungsgespräch stattfindet für Geschäftsleitung würde ich auch sagen Philipp danke die Kita weh danke fürs SIP werden auch Mio wir nee Mio Wirsich ist das wichtig oder Mio Wissrich ey kannst du mich grüßen der Dorsch ist crazy Gruß geht raus hatte ich auf jeden Fall boah ich hab echt Probleme mit den Namen manchmal also damit kann ich die Laras beeindrucken oder Aiden kannst du mal schick wegfahren das war knapp herrlich das ist schon herrlicher Tag heute ne ja auf jeden Fall ja auf jeden Fall herrlich heute sehr herrlich denitiv denitiv dativ numitiv numisativ wie geht das numen numisativ tiefes numen so den wirst du noch testen ja genau und der hat auch kein Kennzeichen drauf gehabt ne da muss ich mal Klammer abbringen ist aber ein Pluspunkt ja ne für dich ist das bestimmt ein Pluspunkt naja an das denke ich nämlich gerade das ist natürlich top weil so wissen die Cops ja nicht dass ich da drin sitzt also wenn man die Scheiben komplett tönen kann wäre das natürlich top kriegt man bei dem denke ich auch hin ok ich weiß nicht ob es bei dem komplett ist dass man wirklich nichts mehr sieht aber können wir ja testen bei dem kannst du die Frittentheke abbauen wenn du willst na cool ist halt auch top ne bei den habe ich mir auch mal überlegt weil den habe ich auch schon ein paar öfters mal gesehen da dachte ich mir so boah das ist schon geil aber ich finde der ist vom Handling zu klobig das vielleicht dann ich meine ich habe noch nicht gefahren der sieht aber schon komisch aus aber vom 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 Ding her vom Stil her gefällt der mir halt gut weil langsam ist der sich ja auch nicht der müsste stock 250 kmh fahren also das ist halt schon ein Unterschied zum SV ja gut haben sie recht sonst könnte ich auch mal damit über die Brücke fahren ist ja nicht weit wenn es hier vorne ist gleich über die Brücke achso kennst du die hier war ja ja sonst wäre ich hier schon drüber gefahren weil hier ist ja auch nichts los na probieren wir es mal das ist der Sound auf der Spende also ich finde er fährt sich gut hat es Geschmack auch wenn er mal vorher Blackstibes gekommen ist mhm ich hieß es nicht vor Dankeschön also ich fahre gerade 260 was ist das der Sound auf der Spende 257 250 ja der kostet 495.000 also circa gleich wie die Black Series ne ne die Black Series ist 407 achso 240 oder was ne 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 die Black Series ist 407.000 ja und der ist 495.000 ja ihr sagt doch ja fast gleich ne der Roadster ist 550 dann ja ich meinte fast gleich für die Black Series ein paar 95.000 mehr oder so circa genau ja ich beschlechne rechnen als der Roadster so guck mal so guck mal ich find Beschleunigung ist der fast besser oder wie kommst du so vor wegen dem Sound aber der beschleunigt sehr schnell der Wagen jetzt bin ich auf 250 ne 261 64 64 ich sehs 281 75 77 warten sie 280 82 84 86 80 warten sie 292 291 huch dann stimmt da die Tabletangaben nimmer 291 grad gefahren top speed ohne ohne tuning ist der na dann wollt's der wahrscheinlich werden oder alter schwede der ist ja mal voll der gerät also dass sie mir sagen dass der 250 wir fahren so steht tatsächlich bei uns im Tablet mit drin sie müssen auch bedenken wir wir zwei sitzen drin wir wiegen ja halt auch etwas mehr alter uiuiui der zieht aber ganz schön die Frage was der mit tuning fährt die kurve ist halt ein bisschen schlechter muss ich sagen aber er fährt sich jetzt nicht ohne na dann besorgt dir den erwachsenen und gibst du mir 495 1000 dann kannst du das Auto haben was hat die black series 260 270 die black series die war auch bei 283 283 war die okay ich glaube ich weiß gar nicht was der roadster hat ich glaube der roadster hatte 280 oder 279 aber der kam man nie so schnell vor der hier fährt jetzt also von allen die gefahren mit der hier am besten kommt mir vor ich probiere nochmal hinten die kurven langfahren ok dann entscheide ich mich ob ich doch das kurvenmonster nehme oder ob das das neue kurvenmonster ist aber von der geschwindigkeit her ist das bis jetzt top so gucken wir mal um die kurve yay ich muss dir ganz ehrlich sagen der fährt auch nicht schlecht um die kurve ja ich finde es kommt ja so vor an wie der fahrer fährt wobei doch der schwenkt ein bisschen mehr aus das stimmt schon also hinten merkt man schon er schwenkt man fährt halt schnell ja der hat nie so grip boah das ist echt schwer zu überlegen aber ich finde beide schön vielleicht kaufe ich mir beide wenn du das Geld fürs Tuning dann noch haltest ne das ist das ding ja tatsächlich beide könntest du dir wahrscheinlich leisten aber das Geld fürs Tuning wird schwer ja dann wird es schwer damit boah ich finde aber optisch finde ich den hier aber auch schöner irgendwie muss ich ehrlich sagen und das Auto hat dir mehr angetan ne weiß warum weil man Kennzeichen montieren kann und weiß keiner dass ich drin sitzt weil wenn sie mal mein Kennzeichen durchgehen dann wissen sie schon ach ja der Karl Heinz der sitzt da drin wissen sie was ich mein ja und wenn ich mit dem fahr und wir können wir noch probieren kannst du mit zum Dings fahren und gucken ob man die Scheiben tönen kann ich glaube das geht schon bei der Kiste oder weil dann ist das auf jeden Fall ein Kaufgrund weil Scheiben tönen schnellste Auto Kennzeichen abmontieren bespricht halt alles gerade für die Kiste also sobald sie sehen dass hinten Kennzeichen von mir ist dann ja kann ich eigentlich schon einpacken gehen so schlimm ja glaube es ist ein Kind ja weil da ist so ein Gesamtpaket das ist der SV also muss sagen der normale SV finde ich geiler als der SV SVR SVJR mit Dach oben finde ich den geiler muss ich sagen ja dann ist Black Series besser ja aber wisst ihr was bei der Black Series halt ist bei der Black Series kannst du das Kennzeichen nicht abmontieren die Black Series ist langsamer insgesamt und das Teil hier ist vom Handling her gar nicht mal so schlecht also muss sagen vom Handling her ist der nicht schlecht der aber der 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 Cabrio Freunden äh Cabrio Lambo den wir da hatten der war von allen am schlechtersten also der hier ist fährt sich auch besser tatsächlich der fährt sich sogar besser aber Black Series und der sind schon beide gut auf aber ich finde dadurch dass wir das Kennzeichen Eintönung schauen wir wie das ist na das ist Maximum ne ganz dunkel geht nie ok das ist natürlich auch wieder blöd dann aber schauen wir mal beim anderen kann man ganz dunkel machen ne bei Black Series ja ja ok oh ist jetzt schwer zu überlegen ich überlege aber einkaufe ich einen von den zwei aber du musst halt überlegen wenn dir der besser ab zusagt dann würde ich lieber den nehmen wegen Kennzeichen abmontieren als die Black Series ja das Ding ist halt wenn sie dann eh seht durchs Fenster weißt das ne das Ding außer sie sehen es nicht wenn es zu dunkel ist das bringt ja auch nisch wenn sie die Black Series ein Kennzeichen lesen sehen sie dich so oder so dann wissen sie wie wer fährt ja außer es geklaut außer das aber er klaut in dem Kind das Auto schon passiert kann schon mal passieren so siehst dann da ist halt die Frage was da halt wichtiger ist ja ich schau mal aber günstiger wäre die Black Series ne ja die ist 407 und er ist hier 495 also fällt der SVJ Roadster raus sozusagen ja der ist nicht so meins ok ist kein Problem danke ja aber man sieht halt was sich gut verkauft ne man sieht es direkt haben sie alle irgendwie weil die halt so gut fährt ja muss ich nur gucken ob ich jemanden find ne hast da bestimmt ein paar ältere Freunde oder sowas die da reichen kannst ja das Problem ist mein mein Freund hebt halt nicht ab ich kann mal gucken ob ich noch jemanden habe ich hab so ein Span Kinnlade ich könnte den Sandwich anrufen mach dir erstmal keinen Stress ich gehe mal kurz mit dem Kollegen quatschen alles klar ich komme dann rüber ja den Sandwich ist nicht zu reichen Officer Milchschnitt ist nicht so keine Ahnung hat der gerade ein Fortnite zu mir gesagt ach du kacke der pflanzen wann hebt mich da Frau Geld Automat Freddy Wolf warte wer ist das ist der Dings hier ne einfach mal alle durch sonst fahre ich aber jemanden hier ich hätte wohl jemanden finden der mir das beschaffen kann ne Werkzeug Carsten Scarlet Scarlet Tennis Ball Alter das Problem ist ich hab die Leute so eingespeichert dass ich nicht mehr weiß wer es ist Patrick Swayze Patrick Swayze Hallo Patrick Swayze und der war Jakob damals Patrick Swayze Er ist ja mittlerweile kein Cop mehr ne Ich glaube den gibt es ja nicht mehr Ich glaube der Charakter ist nicht mehr da Ich glaube der ist weg Tim Wolf hätte ich noch anrufen ganz viel eins das sieht man am Apparello eingespeichert anscheinend da hebt keiner ab keiner hebt heute ab was ist das denn keiner da sequelt die Hochzeit so tabla doch ist ja auch uralte nummern vielleicht gehen die auch gar nicht mehr der nette Ben Kinlade rufe ich mal an da muss ich halt jemanden fragen und damit aufpassen dass ich nicht verpetzt werde im Kopf entschuldigung gehört ihnen das kfz hier ok sie sind kein polizist oder ok könnten sie mir einen gefallen tun ich ich möchte hier drin auto kaufen das problem ist mindestens 18 16 glaube ich muss man sein das problem ist ich bin 14 und kann mir offiziell keins kaufen könnten sie für mich kaufen ich gebe ihnen das geld und sie zahlen das ein und kaufen das und sie schreiben den vertrag und verkaufen es dann mich weiter ist das nicht illegal nein wenn es keiner weiß nicht ähm ja aber nur sie zwei also klingelingeling sie machen sich nicht strafbar weil solange kein richter da kein kläger ach nee anders solange kein kläger da kein richter oder sind sie richter oder kläger ich sehe hier weit und breit keinen kläger und keinen richter ich überlege noch was könnten sie mir empfehlen kennen sie back series hier vor das ding den habe ich mir überlegt aber ich bin mir unsicher entweder den oder trommel bitte aventador sv das musst du jetzt wissen ja aber was würden sie nehmen wenn sie beide zur Auswahl hätten sv 50 50 also ja ich bin dann noch nie ich bin halt noch nie fulltuned in der black series gefahren haben sie eine in der garage achso sie sparen selber auf eine ja ich über meiste entschuldigung ähm entschuldigung ist die voll also voll 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 tun ja kann ich mal probe fahren jawohl das ist nett ich bin gleich wieder da uiuiui lass dich nicht erwischen ne ne ich bin gleich wieder da ich weiß dass volle polizei steht also fahre ich anders alles klar ich komme ich komme gleich wieder ne wenn ihr noch da seid bis gleich ist aber voll nett ich bin mir sehr unsicher aber die fährt sich aber doch die wäre halt schon geil ne weil der chat ist ja auch 50 50 gefühlt ihr seid ja sehr gespalten was ich kaufen soll ich hab noch nie eine black series gehabt und nie eine gekauft das war der erste black series in aventador hab ich als mag humpe das ding ist jetzt nur ich bin noch nicht voll getunt gefahren vielleicht fährt er sich voll getunt halt anders ne hat aber keine fenster tun drin muss sagen also handling ist schon heftig ist was jetzt machen wir fahren damit ganz entspannt würde ich sagen Richtung links muss fahren wir genau ich test das jetzt mal um die kurven fahr ok kurven monster ist es schon also das merke ich das ding fällt in kurven butter weich das ist halt schon eher eine abstimmung vielleicht machen wir eine mir geht es darum ihr müsst bedenken die black series langsamer dafür war ein kurven monster das ist halt alles so ein bisschen ja ich fahr einfach mal auf die autobahn damit und schauen mal wie das fährt abgefahren ja geil also die black series klebt halt mehr ich muss immer ein bisschen probe fahren bremstest auch machen legit jetzt bremse vorne die kurve ja es ist halt stabiler also ich merke black series fährt sich stabiler als der sv aber der sv ballert halt auch beschleunigungstechnisch durch ne das ist halt das sv du drückst aufs gas das ding kommt und du bist beschleunigungstechnisch so krass damit am rumfahren aber das ding ist halt haftung mäßig pur boah das ist echt schwer und der sound ist halt heftig aber ich finde also rein optisch wenn ich jetzt nur auf die optik gucken würde würde ich sogar sagen aventador so aber wir fahren wir fahren damit mal auf die Strecke ja falsch gefahren vorhin wäre eh gut da kann ich es hier mal testen bisschen wir fahren nochmal ab so was die endgeschwindigkeit packt schnäle ich muss sagen endgeschwindigkeitstechnisch ist Black Series nie so schnell bin ich gerade habt ihr gesehen wie ich gerade gefahren bin das war jetzt nicht so der burner ich probiere es nochmal hier gerade aus fahren aber ich glaube so schon ist der gar nicht ihr müsst bedenken er ist fulltuned ich weiß der SV fährt ohne tuning gleich schnell gerade ich probiere es mal ihr müsst bedenken Highspeed fährt über 300 weil ich jetzt eine Highspeed hinter mir hätte klebt die trotzdem an mir dran weil das Ding einfach langsamer wäre aber schaut nochmal jetzt bin ich bei 270 ich fahre alleine 280 schauen wir nochmal ah jetzt holt er ein bisschen ein 307 ja doch jetzt nochmal der letzte gang komm letzte gang noch baller 311 mein er ist halt langsamer er ist halt langsamer ich merke das schon also ich glaube ich der SV ist schneller das auf jeden Fall SV ist um einige schneller da können wir glaube ich wenn wir den letzten gang reinballern so 330 fahren glaube ich so 320 330 ist drin beim SV und der fährt halt hier auch sein 311 und dann ist halt die heiß bis hinten ran dafür aber ist das ding halt ja handlingstechnisch geiler ich fahre aber zurück mit der kiste und schau mal es ist schwierig es ist sau viel geld das ich ausgibt andererseits kann ich hier das kennzeichen abmontieren ich werde reingucken es ist lauter das gerät es ist sehr laut ich weiß nicht ob mich das stört es ist echt ich weiß nicht ja leute ich baue gleich die abstimmung ein vor dem kauf noch ich fahre jetzt zurück aber meine abstimmung black series aber schau mal hier fahre jetzt nur 298 hier zurück dafür die beste kurvenlage die es anscheinend gibt es soweit mit so im auto also kurvenlage kann ich eh nicht schlecht sagen also ich fahre zumal hier den berghof pass mal auf hier ja wobei hier hört es mich gerade raus na wobei hm jetzt so die engkurven fahr ich glaube ich mal so heftig jetzt merkt man es halt also das ist nicht schlecht das ist echt nicht schlecht ja leute ich fahre zurück und dann badele ich die abstimmung rein dann dürfte ihr abstimmen was ich kaufen soll okay haben wir es so also ihr müsst bedenken der sv fährt stock äh 2 was ist immer gefahren über 2,90 ne fährt also wenn man tun ich sag mal so ungefähr 3,30 ich bin ja damit auch erstmal krumm ein rennen gefahren hab damit auf zweiten platz gemacht gegen chiron und so weiter das heißt das ding ballert zirka gleich wie ein chiron dürfen wir nicht unterschätzen ist heftiges auto dafür den kurven nicht so geil aber der hier hat halt vorteil komplett getönte scheiben nachteil kennzeichen ja montierbar langsamer und ähm vorteil aber halt die kurvenlage und ja das war's eigentlich schon ich sag mal die kurvenlage der andere kennzeichen ah ne wobei hier ist noch der vorteil scheibentönen auf schwarz genau hier scheibentönen und schwarz vorteil komplett und kurvenlage der andere hat geschwindigkeit und kennzeichen abmontieren ach du kacke ich hab keinen tank mehr dann probieren wir gleich mal ob der stand hält die kurve hat ihm ja nicht so gefallen anscheinend auiuiuiui ja warte ich mach gleich an ich muss schauen dass der kopf da weg ist muss das auto zurückbringen warte passt das auto hier durch oh ja das passt hier durch das ist natürlich geil ne das ist natürlich sehr geil dass das hier durchpasst so ich schau dass ich hier wegkomme aber den ersten die ersten vorher hat er erfolgreich überstanden der wagen hätte ich mal gesagt die hat er erfolgreich überstanden ist er noch da der bre hallo ähm also tschuldigung ich hatte gerade eine verfolgung ähm okay aber ich es ist ja geklaut worden das auto kann man ja sagen so ist ja richtig also wenn ich stehen lassen weg war das Thema erledigt also ja ich hab jetzt ein paar kratzer drin aber ich bin da wo durchgefahren wo ich geguckt ob ich durchpasst ich hoffe es ist so schlimm und er ist leer der tank also wirklich leer leer oh moment ich hab ein kanister oh jetzt ist der andere weg ich hab eine frage weil sie gerade hier sind ähm ich such jemanden der mir eben exakt so ein auto vielleicht besorgen könnte ich überlege noch zwischen der black series und einem sv aventador ähm willst du den sv auch nochmal probefahren getunt wo hast du den getunt ich hab den auch getunt da ja wie schnell fährt der also was ne wenn du den da mal hast welcher fährt sich besser welchen findest du schöner zum fahren der sv hat eine stärkere beschleunigung als die black series ja und fährt 320 getunt 320 getunt das ist natürlich heftig ich kann die mal kurz rausholen oh nee was ein ehrenmann aber habt ihr gehört 320 mit tuning und bessere beschleunigung dann fahr ich den vielleicht nochmal probe und dann achtung ja hat jetzt auch nur einen halben tank müsstest du bevor du testest halt nochmal tanken gehen ich hab einen tank dabei ah ok ich mach das schon hier oh vielen dank weil es ist echt schwer sich zu entscheiden dass man haben möchte kein problem und wenn du dann jemanden brauchst zwecks äh kaufen ich bin noch ein bisschen hier jawohl danke musst du mir halt nur wenn es möglich wäre das geld dafür geben dass ich es den außenverkäufer gebe aber natürlich aber welchen würdest du eher nehmen wenn du jetzt eine verfolgungsjagd hast mit der polizei welchen würdest du nehmen von den zwei verfolgungsjagd den hier also den sv die sv tatsächlich warum weil er zügiger in der beschleunigung ist damit kriegt man in der stadt auch die highspeed gut ausgedrückt weil wenn du ein paar kurven fährst da ist die highspeed gar nicht gut drin und demnach aus den kurven kannst du mit dem halt sehr gut rausbeschleunigen ok und die black series ist halt auch sie ist in der kurve gut aber nicht so wie der also der ist besser in kurven sagen sie meiner meinung nach tatsächlich ja ok ich probiere mal er ist zwar trifft freudig aber wenn man damit umgehen kann kein problem eigentlich ok dann ist der so besser mit allem so eigentlich finde ich ja ok cool viel spaß danke also er sagt aber er also ich muss sagen mit der kurve ne wisst ihr was das ding ist der schlägt schneller ein merke ich gerade der aventador vor allem jetzt wenn er getunt ist alter ok also eins muss ich euch sagen bitte geht durch die beschleunigung das kannst du nicht vergleichen gerade mit der black series ach du scheiße fährt er sich getunt heftig ich hab das ganz vergessen wie heftig er sich fährt äh ich muss euch sagen der fährt sich wie ein ich weiß nicht also er meint auch der ist besser allerdings ne ja gut er beschleunigt raus das ist heftig krank erst mal baum zieht ne beim fahren aber er fährt sich super also da hat er nicht unrecht also man merkt er klebt weniger auf der straße babula die beschleunigung ist krank alter brees ich bin jetzt gerade in der stadt 2,70 gefahren und es fühlt sich an wie 100 ok man kann richtig gerne um die ecke damit fahren habt ihr gerade gesehen wie man aber ich fährt um die ecke ok also das ding ist halt also ich muss sagen er fährt sich er fährt sich männlicher also du musst da schon ein bisschen mehr skill haben aber schau mal wie du damit durch die ecke kommst musst du ein bisschen abbremsen ich probiere das nochmal hier vorne musst du ein bisschen abbremsen um die ecke wenn du so ein bisschen rauftrittst aufs bremschen dann geht der relativ gut quer oh das ist der erste cop perfekt dann testen wir das gleich mal aus wie wir kommen damit ne sind wir gleich immer verfolgung drin hier Und wenn ich jetzt dann später rausbeschleunige mit NOS, müsste ich eigentlich weg sein, theoretisch. So, ich darf jetzt nicht immer nach hinten gucken. So, wir ziehen es durch, Leute, okay? High Speed immer noch hinten. Laut technischen Angaben 3,20, dann sollte die High Speed auch klein werden hinter uns. Mal schauen, stell dir mal vor, ja, wobei, 3,20 nicht ganz, ne? Ein bisschen Lack braucht man hier. 3,20, High Speed immer noch hinten dran. Das ist halt das Ding, was ich meinte, wenn man da mit dem anderen gefahren wäre, wäre man langsamer. Schnell ist die High Speed 3,40 oder was? Und jetzt ziehen wir durch. Jetzt wird sie klein hinten. Ich weiß, das Asi ist aber nicht mein Auto. Komm, jetzt nochmal NOS, komm, komm. Das ist halt das Geile in dem Teil. Du haust NOS rein, du bist weg. Du bist gerade über 400 gefahren. Ich weiß, das ist wichtig. Ich habe mich jetzt darin gesehen, ne, ne? Ich glaube, der hat mich gesehen. Der Nostrin? Ne. Leider hat mich gesehen. Jetzt geht es um Skill, Leute. Alter, was ist das? Ist das ein Crash-Event hier? Haben wir jetzt Crash-Event, Crash-Derby, komm. Dann fangen wir halt in die Stadt rein. Der hat mich leider gesehen, der Brie. Leider, zweimal in der Nostrin auch nicht geholfen, bei der Kiste. Muss ich wohl in die Stadt damit flitzen. Die High-Speed ist aber auch, ach ja, hinten dran gewesen, bitte. Ich habe zweimal Nitro reingeballert und die High-Speed kommt halt hinterher. Das ist halt die Scheiße. High-Speed geht höchstwahrscheinlich 3,40 oder was, ne? Keine Chance, da liegen die High-Speed, Bruder. Die muss ich irgendwie anders abzapfen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. okay das war gut das war sehr gut das okay da muss ich sagen auch ein vorurteil für das auto was dafür spricht ist es ist so es ist so nieder dass du es nicht siehst beim anderen wäre der spoiler hinten draußen der würde da raus fragen weil er so riesig ist stimmt also ich muss sagen ich bin entzückt ja also ich weiß nicht findet ihr dass diese gerät hier vielleicht gut ist also die haben das auch gehört das auto doch das wunderbar ein bisschen aber ich finde das gerät war jetzt eigentlich ganz gut klappt immer wieder jetzt ist so was klappt es muss nur warten bis die wechseln dann fahre ich weiter aber ich glaube da muss ich sagen habe ich gerade die beschleunigung gerettet habe das gemerkt also gegen die highspeed hat jetzt gerade die beschleunigung gewonnen weil ich gut weggekommen bin mit einem anderen hätte ich länger gebraucht ich überlege echt ob das ding vielleicht doch scheiter ist ich meine ich merke in den kurven ist es jetzt nicht ganz so das beste das stimmt schon aber wenn du damit mit dem ich bin ich bin ich bin wenn ich ehrlich bin ich bin in der stadt nicht so der gute fahrer dass ich jede kurve perfekt mitnehmen mich überschlägt das meistens ich bin lieber so einer ich fahre lieber geradeaus und nach schnellen mit nos rein oder baller hier rein auf die schnelle und dann fahr ich hier runter versteckt mich funktioniert aber ich habe gemerkt die beschleunigung hat mir gerade den arsch gerettet wie ich da war weil die highspeed braucht erstmal bis sie auf das tempo kommt was ich gerade drauf hatte die ist dann zwar in der endgeschwindigkeit heftig krass aber beschleunigungstechnisch ist das ding natürlich geiler und ich glaube wenn wir das ding kaufen sind wir glaube ich am längeren hebel glaube ich weil die highspeed ist immer schneller die highspeed fährt glaube ich 340 oder 330 wenn wir jetzt mit dem anderen mit dem anderen der zweck gefahren werden das hätte mir vielleicht noch starten vorteil gehabt mit dem handling maybe aber die highspeed kommt ja auch wieder hinten dran wisst ihr was ich meine die sieht euch ja wenn ihr abbiegt und ist ja dann wieder schneller in geradeaus fahren und das ding ist vielleicht so das 9 plus ultra was wir kaufen sollten aber ich glaube das wird es ich glaube das wird es muss nur warten wann ich hier raus fahre weil ich werde es gesucht mit der kiste und sage ich ihm einfach das hier abgestellt warum wir p-chat ist doch gerade schön aber wisst ihr was wir machen mal ich glaube ich weiß was ich mir schon kaufe wir machen jetzt eine abstimmung okay wir sind jetzt beides probe gefahren wir machen fragerunde ja passt auf also eine abstimmung umfrage welches auto soll ich mir kaufen damit einmal den svj die sv ist das nicht svj lambo sv die wir jetzt haben oder black series schauen wir mal was ihr sagt dazu ich will jetzt ich wollte die umfrage schon vorhin starten aber ich bin leider in die verfolgung gekommen so etwas leid aber vielleicht dass ihr jetzt ein bisschen seht dass die dass der gar nicht mal so schlecht ist der wagen weil alter der ist echt nicht schlecht gefahren muss ich sagen ich wurde aber heute ziemlich gerammt von den cops weiß auch nicht was die heute hatten die haben mich heute richtig abgerammt leute nervt nicht wird wird der chat ist jetzt erstmal crispy clean es passt dabei also da ist alleine ach so okay ich wusste nicht dass er alleine ist sorry dann mach ich rein wenn du alleine bist damit ich dich entlastet bitteschön aber ich hätte sich gewusst aber das so jetzt nach der verfolgung sind ganze 84 prozent für den sv na 84 prozent schreiben sv 16 prozent für den black series ja aber jetzt nach der verfolgung ne auf einmal alle hier sv davor alle ich habe die ganze black 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 series black series black series gut 84 prozent bei 3000 aber auch der der typ hat gesagt es passt besser die frage ist wie komme ich jetzt runter ohne dass ich wieder eine verfolgung habe ich will mich schon zurückbringen ich müsste ja hier die cops sind aber hier lang gefahren na das wird jetzt nicht so easy das wird gar keine einfache aufgabe leute ist magisch gerade das wird gar keine einfache aufgabe weil die cops haben ein problem hier ist akademie hier ist immer polizei das heißt wenn ich hier runter als polizei das problem ist die cops sind in die richtung außer ihr wait a second was ist wenn ich das kann ich auch nicht machen hier hier stehen sie ja dann irgendwo nach kacke wie komme ich das am besten weg wie zum teufel komme ich hier weg hat der gesamte insgesamt das ganze beliebt hinter mir aber kommen wir risken wir fahren einfach runter zum beach und schauen dass wir da den wagen zurückbringen können ich bin mit der kiss ja 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 hier 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 merkt man es in solchen kurven merkt man es dass der wagen halt nicht das kurvenmonster ist da merkt man es richtig ich muss nur hoffen dass hier kein cop raus wird danke bre aber ein beschleunigungsmonster ich bin gerade 333 gefahren hier mit dem bump du musst auch bums mitnehmen dann geht es richtig gut ab ich bin gerade in der kurve ist auch nicht so krank ich bin gerade mal ich bin gerade hier mit dem ragen Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung, Bray Hier passe ich nicht durch, ne? Bin ich zu breit für Ah, ne? Geht's nicht aus, geil Auch ein Pluspunkt, das geht's nicht aus So, dann muss ich eben wieder erklären, dass ich in einer Verfolgung bin, warum das ein bisschen länger gedauert hat Ich war ein bisschen Palito in einer Verfolgung, Bruder Hallo Lass mich raten Du warst das Vorsicht da hier wieder hinter dir Dieses Mal das ganze PD war hinter mir Aber Ich bin weggekommen, weißt du wie? Wie denn? Ein Busch hat mir mein Leben gerettet Das ist der Vorteil, dass er so flach ist Das dachte ich mir, nämlich genau vorhin auch Genau dasselbe, weil beim anderen geht der Spoiler so nach oben Er ist schon flach, kannst du gut verstecken Ja, der Black Series Und für dich ist halt auch der Vorteil Ich geh mal davon aus, wenn die Polizei sieht, wer drin ist Hast du sowieso ein Problem Ja Und die Black Series kannst du vorne die Frontscheibe überhaupt nicht dunkel machen Achso, gar nicht Gar nicht Okay, dann ist das Okay, ich dachte, die kann man komplett dunkel machen Ja gut, dann ist das hier der Kaufgrund Dann kauf ich mir den her Das ist der Kaufgrund Sorry, es sind ein paar Kratzer drin Mich haben Highspeeds verfolgt Ich hatte glaube ich 6 PD-Fahrzeuge Also, falls du jetzt gesucht wirst Ich bin dran schuld Aber die können ja nichts nachweisen eigentlich Der war geklaut, Thema ledig Ey, aber musst du fragen, wenn sie gesagt haben Sie haben dein Gesicht da drin gesehen Dann weißt du, dass sie dich anlügen Das ist alles gut Ich packe immer schon ein Ja, ja Okay, man kann beim Black Series ganz so vorne das Fenster nicht tönen Das ist natürlich super Zur Umfrage beenden 82% Lambo SV, den holen wir uns jetzt aber auch Wenn man da die Scheibe vorne tönen kann Nächstens ein bisschen Ich muss da nur mal kurz rein Weil ich jetzt durch den anderen Wagen im Minus bin Dass ich das mit deinem Geld auch nicht vermischt Ja, okay Perfektarino Ja, dann wissen wir Bescheid, Leute Ist das geil oder ist das geil? Wir holen uns jetzt einen SV Das Ding ist, wir sind jetzt Also, wir haben jetzt gerade Probe getestet Und sind auch weggekommen von der Polizei Ich weiß schon gerade nicht mehr, was die Kiste kostet Ich meine, ich kann es ja auch eins Es geht nur darum, dass du den Vertrag unterschreibst Und das Ding annimmst, ne? Ja, das Ding war Ich glaube, 495.000 waren es Wir müssen eh warten, bis jemand von denen wieder da ist Ah, da ist der Grund Jop Und lösen Guten Tag Wir würden gerne den SV mitnehmen Man versteht sie nicht Ich höre sie gerade nicht Ah, jetzt SV, du musst ja lager SV Das ist den Aventador 495.000 Ja, das ist klar Sag mal ein Ja Hab ich doch noch dran Dann könnt ihr doch die Zahl, geil Sonst vergesse ich es, oder? Leute, wir haben uns jetzt offiziell Uns einen Lamborghini geholt Offizieller Lamborghini geholt So Dann einmal Können wir so bekommen Hier unten rechts Jo Hoffentlich zieht er mich nicht ab Auf einmal zieht er mich ab Nimmt man das ganze Geld weg Weißt du Jetzt zieht sich das Nee, das macht er nicht Jetzt überdicht den Wagen Aber so macht man das hier, Leute So macht man das Wir haben ihn offiziell Den Wagen, den Lamborghini SV Haben wir auf jeden Fall testen können Servus Hallo 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 Mein Kollege Marcel Rockho Ist er draußen? Na, dann bist du eigentlich draußen stehen irgendwo. Also eine bessere Probefahrt hätte man nicht nach innen kriegen können wie heute mit dem Lambo. Ist ja die beste Probefahrt die ich jemals hatte. So denn. Auf einmal haut er ab mit der Kiste und ich sehe ihn nicht mehr wieder. So mit Karlheinz eine Frack beitreten und bin schon extrem lange Zuschauer. Schon mal da was verfahren hat. Ich weiß nicht, ich finde Karlheinz ist immer so ein einzelständiger Dude einfach so. Okay das ist geil. Wir fahren dann mal kurz ums Eck, dann kriegt es keiner mehr. Jawohl. Nee vergessen, Kennzeichen montieren ne. Ach der wurde ohne ausgeliefert. Ja der ist ja jetzt eh noch nicht angemeldet. Ach warte mal ein Kennzeichen brauchen wir noch. Oder was wir jetzt haben hier komm her. Jaja, ich habe ja bekommen. Oh jetzt hast du gar nicht die Provision bekommen. Alles gut. Oh das tut mir sehr leid. Können sie, sagen sie, sie haben die Probefahrt gemacht. Sie müssen das machen. Alles super. Sie brauchen die, sie brauchen doch die Provision. Sie haben doch die ganze Kacke gemacht für mich. Alles, alles gut. Nein, sie sollten schon die Provision kriegen. Sie gehen jetzt hin. Alles super. Ich fühle mich jetzt nämlich schlecht. Nein, alles gut. Okay. Aber es ist der hier geworden. Das dachte ich mir. Aber wissen sie warum ich jetzt so lange gebraucht habe? Hm? Ich durfte den vorhin voll tuned komplett ausfahren und ausprobieren. Hab ich auch gerade. Ich war gar nie so begeistert von. Nicht arg begeistert? Nee. Gar nicht. Das ist dann voll tuned gefahren. Hm, 3.30. 3.30? Okay. Wenn du gut fährst, 3.30 mal kurz, ja. Dann ist bei mir ein Fettsack mit gefahren. Bei mir ist dann nur 3.10 gefahren. Achso, ja dann. Dann war Jacob im Auto. Nee. Nein. Einer von den Bikern. Achso, ja da. Da wiegt die West ja schon viel. Die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich. Der hat ein bisschen zu viel gefrühstückt wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Ja, nee. Perfekt. Cool. Dankeschön. Arrivederci. 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 Ich fahr nur vorne auf den Parkplatz. Ja. Weil da fahren selten Polizisten rum. Aber sonst fahren wir doch zur Anmeldestelle. Da müssen wir sowieso anmelden gehen dann später. Ich hätte mir hier nur schon überschrieben, wenn du willst. Achso, ja. Nee, klar. Weil für so Sachen stelle ich mich gerne hier drunter. Da fahren die nämlich eh selten lang. Mhm. Oh, Vertrag habe ich noch dabei. Wenn du vielleicht noch so nett bist und mich dann zum Ding führen könntest, zu den Mechanikern. Ja, das kriegen wir hin. Das wäre supi. Und zur Anmeldestelle. Ja, ja. Weil ich fahr jetzt hier sehr ungerne durch, weil die suchen genau so ein Lambo in so einer ähnlichen Farbe jetzt. Alles gut. Nicht, dass wir dann angehalten werden wegen dem. Aber dankeschön. Kein Problem. So. Einmal unterzeichnen den Stritzel. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, in Kurven ist er ein bisschen driftfreudig, aber dafür ist er halt beschleunigungsmäßig echt stark. Habe ich bemerkt, die Highspeed hat ein bisschen gebraucht, deshalb bin ich weggekommen mit der Beschleunigung. Ohne die hätte es nicht funktioniert. Ne, die braucht lang. Ne, ich hatte jetzt auch, ich hatte den Mustang hinten dran gehabt. Das wäre kritisch geworden. Ne, ich habe nämlich zweimal Nussflaschen eingebaut gehabt, bin dann weg gewesen. Habe aber dann zu lange gebraucht beim links abbiegen, weil ich die Gas nicht gefunden habe. Und aus dem Grund hat er mich dann gesehen, wo ich mich versteckt habe. Und in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass sie mich jetzt gesehen haben, habe ich mich da versteckt in so einer Scheune. Dann bin ich da rausgefahren, waren sauviele PDI davor, ich glaube sechs Stück oder so. Und dann habe ich aber rausbeschleunigt und aus Grund dessen, dass ich rausbeschleunigen konnte, bin ich dann links abgefahren, also vom Palito runter in den Wald rein und habe mich dann dort in den Busch mit dem Auto versteckt. Ja, du gehst immer zum Autorleger in den Wald rein. Genau dort, dort. Genau, da ist so ein Parkplatz vorne. Ja gut, dann weiß ich, dass ich nicht mehr arbeiten gehe heute. Danke für die Info. Warum? Weil ich da hin und wieder einen Garten stehen habe. Oh. Alles gut. Ja, aber ich habe mich dort dann in so einen Busch gestellt und sind alle an mir vorbeigefahren. Die haben mich nicht gesehen. Ja, die werden da jetzt wahrscheinlich ein bisschen häufiger kontrollieren. Du flüsterst. Absichtlich noch vom Autohaus. Achso, ja. Schließ mal ab oder ich fahrt hier. Ja, ja. 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 Dann ist der wie neu. Ja. Das ist sehr nett. Da würde ich lustig finden, wenn die sich jetzt anhalten und sagen, du bist das gewesen vor allem mit dem Lambo. Das wäre so lustig. Tollen zu versuchen. Ja. Ja. Eigentlich hatte ich halt mal vor, einen Tag mal nicht im Knast zu sein, aber joa. Ja. Ja, wenn dann ist wegen mir. Ach, alles gut. Aktuell habe ich bei denen eine Dauerkarte gebucht. Achso. So eine Dauerskiliftkarte. Darf man dauerhaft Skilift fahren. Ja, warte. Ich glaube, ich darf doch anders fahren. Wir müssen hier, warte. Hier rauf, genau. Was ist hinten dran? Ja, von der Seite komme ich so selten. Achso. Ich fahre meistens vom Hauptplatz oder von den Hills rüber. Ja, dass man so pushen kann durch den Hauptplatz mit seinen Autos, ne? Äh, richtig. Genau. Boah, ich bin gespannt, dann endlich mal was Schnelles, weil ich suche die ganze Zeit schon ein schnelles Auto, was ich mir leisten kann. Ich glaube, jetzt bin ich gut beraten mit dem, weil ich bin echt gut gefahren. Also die Highspeed war schon hinten dran, die war schon schneller. Aber wie du gesagt hast, wenn du dann beschleunigst, dann ziehst du sie erstmal ab. Und das gibt ja viel Zeit. Endgeschwindigkeit ist die Highspeed echt böse, aber beschleunigungsmäßig, wenn du es richtig machst, bist du mit dem zügig weg. Ja, da war ich dann über alle Berge später. Hat sogar noch Zeit gehabt, mich ganz angenehm einzuparken. Es dauert ein paar Anläufe. Es dauert ein paar Anläufe mit der Beschleunigungstechnik, aber es funktioniert. Also war viel los. Ein bisschen. Ui. Oh Gott, die Chiron. Was? Ja, ich war bis vor einer Minute arbeitslos. Wärst du schneller gewesen, dann hättet ihr mich haben können. Ne, du bist schon da gut aufgehoben, wo du bist, glaub mir. Ähm, Shido, wenn ich jetzt schon mal hier bin, kannst du mir den tunen? Nein. Nein. Für ihn nicht. Ja, ich bin jetzt hier, weil ich das hier tunen lassen möchte. Ja, ihr müsst mir tunen, gerade alle brauchen ein bisschen warten. Wir haben gerade... Ja, ja, wir können... Wie lange ist Wartezeit? Shido, ich würde ihn jetzt bitte gerne tunen lassen. Circa 10 Minuten. Ja, gut, dann warte ich hier 10 Minuten, dann geh ich pissen. Okay, wie kommst du... Kommen du noch was von mir? Naja, wie kommst du jetzt wieder zurück, ist die Frage. Ich kann mit dem Skateboard zum Hauptplatz fahren und kann dann meinen Berliner... äh, doch... Ne, ein Lago einparken beim Autohaus. Okay. Aber vielen Dank fürs Herbringen. Kein Problem, dann viel Spaß dir damit. Dankeschön. Und lass dich nicht erwischen. Ne, ne, ich pass auf. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüssi. Das hilft auch nicht viel. Jetzt steckt die da wieder dran. Ja, ich brauch die doch. Dann bin ich schnell am Klo, also... Jetzt musst du noch ins Ventil reindrücken, dann hat er keine Luft mehr. Falls er fragt, der hier vollmachen, ne. Alles klar, machen wir dann. Sobald wir dazukommen. Jawohl. Kann ich vollmachen oder... Nein, Tuning vollmachen. Aha. Okay. Also jetzt nicht optisch, sondern... äh, technisch. Vollmachen. Soll ich gleich jetzt mit Alkohol oder wie? Da, 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 da. Ich bin gleich wieder da, ich geh schon pissen, Leute. Eine kleine Klopause. Eine kleine WC-Pause. Hoffentlich sitzt da keiner. Och, zum Glück. Ich weiß nicht, ob ich da einmal reingerannt bin, der da geschrien hat. Ah! Ich bin gleich wieder da, Leute. Bis gleich. Wir sehen uns in zwei Sekündchen. Eine kurze Pause. Gleich geht's weiter. Checkt mein Social Media ab, ja. någ disrupt alright. Da weh! Wo? Wo? Wie geht's das? No. Danke! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hä, warum Gurken? Hä, was ist das für ein Witz? Okay, danke. Okay, ich erinnere dich daran. Dankeschön, es hilft ein bisschen ein Kuss. I follow you, Deep Sea, baby. I follow you. Und der Brandmeister, kein Dank für den Euro-Super-Chat. Vielen, vielen herzlichen Reizdarm. Florian Angle, nochmal. Schon drei Monate und glaubst du, dass V3 noch von Herbstanfang rauskommt? Ich denk' mal schon. Mal zusammenhauen. Mal die ganze Zeit haben, das zusammen zu machen, wär's super. Mhm. Mhm. Bugatti ist halt auch, der ist halt, Leute, wisst ihr, was das krasse an dem Bugatti ist? Er sieht aus wie schwarz, ne? Schwarz-orange. Wenn du jetzt aber hingehst und den mal anguckst, das ist komplett Carbon. Seht ihr das? Seht ihr, ne? Gebt euch das mal. Der ist... Komplett Karosserie-Carbon. Also alles. Und das hier ist einfach so wie ne, ich sag mal, Sticker, die draufgeklebt sind. Weil der komplette Wagen an sich, ja, Carbon ist. Alles. Also auch hier der Ding oben. Alles. Denk' nicht mal dran. Nee, weißt du was? Ich will den nicht klauen. Ich guck mir den an. Ich bin ja hier Kunde. Ich guck mir grad die Carbon-Schicht an. Die interessiert mich grade. Hier alles aus Carbon ist. Glaubst du, ich klau den oder was? Was ist das denn? Ja. Hä? Hä, ich bin doch hier als Kunde. Wär ja nicht das erste Mal. Hä, aber ich hab hier noch nie ein Auto geklaut. Ach nein? Nee, noch nie. Dann muss ich dich wohl verwechselt haben. Glaub ich auch. Mhm. Ich glaub, die Rückleuchte ist kaputt. Die flackert ein bisschen, die Bremsleuchte. Die tut ein bisschen rumflackern, guck mal. Wie können die flackern, wenn das Auto aus ist? Ja, ich weiß nicht. Die hat einen Kurzschluss oder so. Die flackert jetzt. Du musst ganz nah ran und dann runter. Die flackert so komisch weiß. Ganz komisch. Das sind nur die Reflektionen. Natürlich sind das nur die Reflektionen. Mhm. 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 Das ist aber echt schön, das Auto. Wenn man da einen Kratzer reinmacht, kann man das Ding wegschmeißen. Ja, dann halt lieber ein bisschen Abstand. Nicht, dass du aus Versehen einen Kratzer reinmachst. Ach, da ist ja schon ein Kratzer von mir drin. So unterschrieben. Ich hab da, ich hab da, ähm, mit, mit, mit einem großen, mit einem großen K hab ich unterschrieben. So reingekratzt. Für was steht das K? Für Karl-Heinz. Du kannst gerne noch unterstützen, dass wir es pünktlich zum Feierabend schaffen. Ach so. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das, ja. Ich hoffe, der wird bald fertig, dass ich bald schön fahren kann. Ich gucke mir mal den schwarzen SV an. Schau mal, wir könnten den so herrichten, ne, in schwarz. Was sagt ihr dazu? Man kann ja denn, die Intuitor-Dings kann man ja machen. Stimmt, Alter, das ist ja geil. Gucke ich das mal an. Den komplett schwarz würde ich halt auch fühlen. Vor allem dann geht der Wagen unter. Was sagt ihr? Komplett schwarz? Ja, nein, vielleicht. Oh, Alter, der hat hinten nochmal blau. Die Kombi ist geil, ne? Mir gefallen nur die Felgen nicht. Die kommen auf jeden Fall weg. Also, sau viele lassen ja die Standardfelgen draufhängen im Wertverlust. Nur weil du halt andere drauf tust. Aber ich finde die Standardfelgen überhaupt nicht schön. Also die zum Kotzen, wirklich zum Kotzen die Dinger. Aus dem Grund andere Felgen drauf, tiefer legen. Einmal tun wir ja hier machen. Und dann vielleicht das komplett Blackout machen. Richtiges Batmobil. Entweder das oder vielleicht in Chrom wie Dings, ne? Mal schauen. Wäre so ein richtig großes Car. Fühle ich, ja. Aufs Auto drauf kratzen. Mal komplettes Batmobil. Der sieht schon geil aus. Also da steht in schwarz. Im Gegensatz zu rot. Schon traurig. Schau mal wie traurig der in rot aussieht. Und hier vorne in komplett Black einfach. Der sieht einfach heftig aus. Da sind so schwarze Felgen dran. Dann sieht der nämlich aus so wie so ein... Oh, ne. Matsch, schwarz wäre auch geil. Dann sieht der aus wie dieser, dieser Fighterjet da. Dieser, ne. Nicht Fighterjet, dieser Bomber. Wie so ein Tarnkappenbomber, ne. Mit... Matsch, schwarz. Würde ich fühlen. Matsch, schwarz, matsch, schwarz. Mitternachtsblau soll ich machen. Nee, Midnight, Midnight Blue. Ich weiß nicht. Schau mal, Polizeiauto. Hat ja vorhin eine Verfolgung verwickelt vielleicht. Der M5. Das ist der Sound, der will spenden. Hahaha. Die Türen. Was ist denn da passiert, Bruder? Der dachte sich auch so. Oh, ich mach hier mal. Ich mach hier mal ein bisschen Unfall. Reh, ist das denn hier los? Schau mal, die ganzen Cop-Autos. An in ner fetten Verfolg oder was? Äh, versteck alle Polizisten und dann einen Überfall. Hä, wie soll ich alle Polizisten verstecken? Komm, Fred, überfordert den nicht. Was? Du meinst, alle Polizisten einpacken und dann einen Überfall machen? Das ist doch lustig. Na ja, das ist klar. Ich höre den Graz. Was? Müsst du Graz oder was? Bsg1990, danke für 2,02 Euro. Nur Mari87, nee 987. Warte, ist das richtig? Oder nur Marv? Nur Marv ist das, glaube ich. Nur Marv. Komisch. Geschrieben nämlich in so nem... Ich sag mal, in so ner komischen Schrift. Danke fürs VIP werden. Nico Trier ist auch VIP gewonnen. Dankeschön. 50 Kubik nochmal. War jetzt lange weg. Jetzt bin ich wieder immer dabei. Kuss. Der Brandmeister auch am Start. Dankeschön. Brandmeister, WLK auch immer am Start. Danke für den Euro. Und Dominik, danke fürs VIP werden, ne? Carbon Fiber, Carbon Fiber, Carbon Fiber. Schill dieses Video. Carbon Fiber. Carbon Fiber, Carbon Fiber. Carbon Fiber. Carbon Fiber. Dann wird's immer weniger. Zwei Streams hintereinander. Ja, ne. Ich hab keine Zwei Streams hintereinander. Ich hab gestern nicht gestreamt, Bruder. Vorgestern hab ich gestreamt. Schwarz-Weiß würde auch ballern. Ja, aber Schwarz-Weiß ist so auffällig. Ich hab einmal, wissen Sie auch, wie ich einmal mit diesem weißen, mit dieser weißen G-Klasse, wie die hier hinten und die alte, mal flüchten wollte. Nicht so gut. Gar nicht gut. Du kommst halt nicht unter. Deshalb immer dunkle Farben, wenn ihr ein Fluchtfahrzeug haben wollt, weil ihr geht halt vor allem in der Nacht einfach unter. Wenn wir da diesen Wagen nehmen, Licht ausmachen und wir machen den Mattschwarz. Bruder, du bist dann so weg mit der Kiste am Abend. Also, die Cops sehen dich nicht mehr. Du bist weg. Ist aber auch wiederum ein Vorteil, wenn wir mit dem Auto fahren, als mit der Black Series. Die Black Series hat so einen fetten Spoiler hinten. Die ist halt so heftig auffällig, finde ich. Die siehst du auch noch, auch wenn du die komplett schwarz machst. So ist es. Aus welchem Grund kein Grant mehr. Hab ich schon mal in einem Stream gesagt, warum ich derzeit kein Grant mehr mache. Die haben bei allen Streamern, also wirklich alle, gesagt, kein Streaming mehr. Es wurde gestoppt. Das heißt, selbst wenn wir wollen hätten, würden irgendwie streamen, hätten wir gar nicht dürfen auf Grant. Und bis heute habe ich auch keine Nachricht mehr von Grant bekommen, dass wir dürften. Aufgrund der, ich sag mal, Richtlinie von Rockstar. Das ist jetzt nicht mal ein Scheiß oder so, dass ich euch erzähle, dass das wirklich so passiert. Also, das war ja auch, warum Cisco und so auch gewechselt ist. Wir durften nicht mal mehr. Es wurde gestoppt. Komplett. Das ist halt bei Rockstar auch das ganze, ich glaube, das ganze Grant-RP-Konstrukt ist dann gefallen, wegen Rockstar. Und das, ich sag mal so, die würden sich theoretisch dann wieder schlecht machen, wenn Streamer wieder drauf streamen würden. Und das bewerben würden. Deshalb, wir dürften, also du darfst, also wir durften wirklich gar nicht drauf. Es war alles gestoppt, was ging. Also, selbst wenn ich hätte wollen, hätte es nicht funktioniert. Also, ich glaube, das hätte, ihr wisst ja, ich hatte ja eine Bezahlung bei Grant, so war ja nicht. Deshalb war ja immer oben fett Werbe-Video. Aber selbst, ich glaube, selbst wenn ich das gratis gemacht hätte, ohne Bezahlung, ich hätte einfach so draufzocken wollen, hätte es nicht funktioniert. Weil eben Rockstar da so drüber geguckt hat, über das ganze Projekt. Und die wollten das ja nicht, ne? Und das war halt für alle Stopp, ne? Für alle. Das war auch der Grund, warum es da alle gewechselt sind. Und das wissen wir vielleicht gerade wieder nicht. Aber leider. Ja, easy, mein Blinddarm ist noch da. Geil. Fand ich aber auch schade. Naja, es gibt einen Arzt, der hat sich selber selber... Aber ich habe bis heute keine Nachricht zurückbekommen, wie das jetzt ist. Also, zur jetzigen Zeit. Kein Plan. Ich würde Geld dafür zahlen. Wie viel? 50k? Nein! Eben! Eben, ein bisschen mehr. So 25k sind... Versteckt alle Polizisten nur, dass die nicht mehr rauskommen. Und im Überfall, da kannst du mich grüßen. Grüße geht raus an Ben. Alter, unmöglich. Ich weiß, wie viele Cops online sind. Alleine die alle festzunehmen, Bruder. Das geht gar nicht. Geht gar nicht. Das ist ein Plastik-Regen-Cave. Also, ich brauche einen ganz schönen Dank zum Türen, ne? Luisa Brandon mit Hund. Danke fürs Zübwerden. Ja. Danke schön. Und PSG-1990 ist auch noch mal Web geworden. Kuss, kuss, kuss. Ja, und sichern ab. Kannst du die Ausbau vor? Schwarzfarben. Ich müsste gucken, was wir tunen können optisch. Ich glaube sogar, dass das geht. Müssen wir mal schauen, was alles optisch möglich ist. Aber ich glaube, der hat ein paar kleine Tuning-Teile zum Anbauen. Wir können mal gucken. Wir schauen mal bei dem hier. Gucken wir mal, ob der Anbau-Teile hat. Ich glaube, der hat hinten... Ne, der hat das nicht dran, okay. Weil schwarzer Auspuff wäre heftig. Also, die gehen wir noch mal runter mit der Kiste. Ich schreibe es nochmal rein, dass schwarz matt ballert. X4 und 3. Das ist immer so lustig, weil ich da mit markiert werde. Echt so? Mhm. Ja, was ich fühlen, ja. Okay, Schilo, das mach ich. Ich find Grand aber immer schon... Immer Fakur war ja komplett Pay-to-Win. Naja, Pay-to-Win würd ich halt nicht sagen. Wenn du jetzt jemanden niederballern möchtest in Grand, dann macht das halt auch keinen Sinn. Weil du kannst dir Waffen so oder so besorgen auf Grand. So ist das nicht. Das einzige, was halt ist, du kannst halt heftigere Autos kaufen, die vielleicht schneller sind. Das stimmt schon. Aber wenn du jetzt so einen Fight hast oder sowas und du möchtest ballern und schießen... Da weiß ich noch, da hatten alle Fraktionen an sich immer dieselben Basic-Fahrzeuge in die Garage gestellt bekommen. Die auch nicht schlecht waren. Das Lustige ist sogar... Das Lustigste ist sogar gewesen auf Grand. Das schnellste und beste Fahrzeug war ein Free-Fahrzeug, was du so kaufen konntest, ohne irgendwie Geld oder so zu investieren. Das war das Beste. Das war dieser... Dieser Jaguar-Verschnitt. Das war das schnellste und beste Viersitzer-Fahrzeug auf Grand. Mit dem konntest du durchrasen. Da war... Da hattest du kein Geld für ausgegeben müssen. An sich die besten Fahrzeuge dort... die OP waren. Oder wenn du gute Waffen wolltest, du hättest das keinen Cent da rein investieren müssen. Also wenn du Spaß hätten wollen würdest, genau. Dann hättest du einfach auch so machen können. Das Ding ist nur auf Grand, ich finde das so ein bisschen wie Fortnite, wie wenn du so einen Skin haben möchtest in Battle Royale. Gut, Karl 1. Dein Wagen ist ready. Nicht vergessen einmal einzuparken, ganz wichtig. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß damit. Okay. Dankeschön. Irgendwie ist mein Spoiler da oben. Achso. Die Dinger sind ja... Ne, die Wodohaube. Mach sie einfach nochmal kurz auf und zu. Die hängen nochmal ein bisschen. Das liegt an dem Böckchen. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Haust rein. Tschüss. Ist immer so Pay2Win was nicht, weil das was wirklich nur Geld gekostet hat, was halt war, waren halt entweder ein paar Autos oder Kleidungsstücke. Aber sonst könntest du alles so beschaffen. Und dadurch, dass das beste Auto eh eigentlich so ein Auto war, was du so nicht kaufen konntest, ja, ist das halt eh alles ganz legitim gewesen, fand ich. Ah, hier. Passt. Dann fangen wir mal los. Dann fangen wir das Ding mal tunen, ne? Man kommt halt so schwer an Geld, ohne irgendwas zu bezahlen. Du, aber ich muss dir ehrlich sagen, auf Grand gab's so viele coole Leute, die auch oft was abgedrückt haben. So ist es nicht. Ähm, ich weiß das halt von den Leuten, die halt auch so drauf gespielt haben, dass es immer Leute gab, die auch Geld einfach dir gegeben haben. So, die haben einfach oft Geld verschenkt. So, just for fun. Hab ich ja auch oft gemacht. Es war jetzt nicht so schwer, da irgendwie mal was geiles zu machen drauf. Es war eine Zeit lang schon spaßig, doch. Das einzige, was mich genervt hat, wo ich gesagt habe, das würde ich nie mehr wieder machen, wären glaube ich Livestreams auf Servern, die offen sind. Das habe ich ja auf Grand gemacht. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich es auf Majestic nicht mache, auch. Auf Majestic mache ich ja nur Videos. Äh, 10.000 mal besser auf, also wenn du auf einen öffentlichen Server gehst, egal welcher. Du wirst halt so von irgendwelchen Leuten abgefuckt, dass es unmöglich, dass du drauf spielen kannst, normal, ne. Deshalb, ich würde niemals wieder so ein Angebot, glaube ich, annehmen, wo ich Livestream auf dem Server. Weil das Livestream ist auf dem öffentlichen Server, meine ich, ne. Das war echt nicht ohne. Das ist ja immer alle mitgezogen. Das hat ja auch dann kein Fun gemacht. Ich weiß noch, da wurde ich dann die ganze Zeit entführt und so. Und irgendwelchen Stream-Snipern, die wollten halt die ganze Zeit nur, äh, Dings machen. Und ich habe halt auch letztlich probiert, da RP drauf zu spielen, aber es ging halt nicht, ne. Also dann habe ich auch irgendwann gesagt, komm, jetzt spiele ich da keine RP mehr drauf. So, und mach einfach nur noch so ein bisschen auf, auf gut Fun, ne. Doch, Majestic mache ich halt dann Troll, habe ich ein bisschen umgetrollt. Das ist aber auch lustig. Hat Spaß gemacht. Einmal mit Cisco zusammen, war echt lustig. Alter. Was ist hier los? Was ist hier los? Für 3, 0, also 0, kleines und großes und was? 1, also für 3, 0 oder was? Was passiert mit 1, also 7 und Mafia? Der hat halt gar nichts. Gar nichts passiert da derzeit zwischen denen. Wirst du überall auch markiert, wenn man Xion im Namen hat? Ja, leider. Das heißt, wenn du zum Beispiel diesen Xion 3 markierst, werde ich auch mit markiert im Chat. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, auch wenn du Xion 1 oder so schreibst, dein Name ist immer mit markiert. Deshalb denke ich immer, die Leute sprechen mich an mit Ad Xion, ne. Und dann sehe ich das immer so aufgeteilt. Ad Xion, Ad Xion ist dann markiert und dann die 3 hinten ist nicht mehr dran markiert. Ganz komisch. Ich glaube, ich bin immer froh, wenn die Leute nicht unbedingt Xion heißen im Chat. Aber ja, ist halt so. Okay, ne, da gibt es keine Anbauteile, glaube ich. Oder vielleicht irgend... Ach doch, Motorhaube. Äh, was... Ahhhh, okay, man kann das hinten... Die Frage, will ich das für 4, 5? Ich glaube nicht. Oh, Spoiler wäre doch geil gewesen, umbauen. Hm. So, lass mal Motor aus. Felgen. Wichtig, ganz wichtig. Die sind gar nicht mehr so teuer hier. Ich brauche irgendwas Heftiges, weil... Bruder, die Standardfelgen finde ich so hässlich einfach. Also ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, dass die Standardfelgen echt ugly as hell sind. Gut, die haben so viele drauf. Das will ich auch nicht. Ich will irgendwas... Ich will ein Trendsetter werden. Irgendwas Neues. Oh, die hier sehen ganz gut aus, ne? Ich glaube, die würden ballern in... Warte, ich mache die erstmal schwarz. Das ist das erste. Felgenfarbe ist schwarz. Bevor wir mit irgendwas anfangen. So, für 1,8. Einfach küsern nennen. Einfach küsern. Oh, Alter, das war auch heftig. Na ja, die kosten 5,4, ne? Wobei, die würde ich... Also ich weiß, das ist eigentlich so eine JDM-Felge, ganz klar. Aber die würde schon ballern. Also ich mir das jetzt gerade so angucke. Hier mit den roten Schräubchen drin. Ich würde das irgendwie cool finden. Aber ich schaue mal weiter. Die muss ich mir merken. Die TE37 sind das. TE37 merke ich mir erstmal. Ich habe ja gesagt, ich will ein Trendsetter werden. Ich möchte jetzt nicht immer so Standardfelgen haben, die die anderen Leute auch immer drauf fahren. Auf den ganzen Autos. Die fahren halt immer dieselben. Also ich sehe halt immer dieselben. Auf den Karren. Ob ich sage, dass die Cops zu mir reinkommen. Bitte ne, Bruder, bitte. Bis jetzt haben mir die am besten gefallen. Raus ein komplettes PD gerade. Aber wenn die wissen, dass ich hier drinstehe, ne? Wenn die das wüssten, die Jungs. Ne, dann machen wir mal Tuning. Bis es da was gibt. Bei Tuning gibt es ja auch noch schöne Felgen, die ein bisschen breiter sind. Die dürfen nicht zu sehr reingehen, die Felgen. Was sind die? Geht auch nicht. Sieht kacke aus. Na gut, das wäre natürlich noch Plus Ultra. Ja, hier gibt es irgendwie nichts, was mir glaube ich gefällt. Wobei das hier sieht halt so Standard aus. Standardfelgen. Die Frage ist wegen dem Rot, ob ich das Rot umändern kann von den Bremsscheiben. Weil wenn ich die, äh von den Bremssetteln, wenn ich die Bremssettel, die Bremsbacken. Wenn ich die vielleicht umlackieren könnte, dann wäre vielleicht das auch nicht so geil, wenn ich dann hier rote, ja gut, die lackieren sich mit um. Aber es ist, man muss auch sagen, die Rückleuchten sind ja auch rot. Das wäre schon, ja. Ja egal, ich überlegs nochmal. Was sagt ihr Leute? Also unter Sport hier diese, wenn ich jetzt vorhin hatte, ich fand die ganz cool. Das waren die hier, ne, diese hier. Ich weiß nicht, ob die auf den Lambo passen so. Ich würde es halt cool finden, weil es ein neuer Trend wäre. JDM-Felgen auf einem Lambo. Und die, die sehen gut aus. Die glänzen auch sehr schön. Ich finde, die hätten was. Was sagt der VIP-Chat? Ist es geil oder nicht so geil? Jetzt heißt er Kyzone 3, ah geil. Dankeschön, er hat sich umbenannt Kyzone 3. Immerhin, Bruder, immerhin. Jetzt ist es nicht mehr so nervig. Jetzt sehe ich immer, wenn ich angeschrieben wäre. Dankeschön. Er hat sich einfach gerade umbenannt. Danke an Kyzone 3. Ich werde es umbenennen. Jetzt tue ich mir leichter im Chat. Wie findest du für 3.0 kleines und großes NOS? Ich glaube, auf 3.0 wird es eine NOS-Flasche geben. Aber die wird halt, ähm, die wird halt etwas runtergepatcht. Sag mal so wie es ist. Fällt ihr gut? Fällt ihr gut? Sonst vielleicht... Oh warte, die werden aber auch... Ne, die sind... Ne, da ist die Reifen so... So kackig niedem eigentlich nicht. Das ist... Baller, 10 von 10. Ja gut, dann baller ich die dran. Passt schon. Sonst... Die würde es halt auch noch geben. Aber die... Ja, die bangen halt durch. Weil die... Dings so groß sind. Also die T... Ja komm, ich hau sie dran. Passt. Hammer. Äh, bevor ich jetzt weiter fortfahre. Ich tu nur ganz schnell mein Dings dran. Genau. Zack. Dann... Scheibentönung. Auf maximales Level. Machen wir. Jetzt kann ich halt noch mal gucken, ob ich vielleicht hinten das Heck so machen sollte, wie ich es wollte. Oder nicht. Das war glaube ich unter... Heckstu... Ne. Dach. Auspuff. Ne, wo ist denn das Käfig? Ah hier, Motorhaube. Hm. Würde ich sogar so lassen, wie Standard das ist. Ja, sieht besser aus. Ich lass den Standard. Wenn wir den schwarz machen, sieht das sicher geil aus. Wir haben ja gesagt, wir machen den komplett black. Ich mach erstmal schwarz den Lack. Jetzt können wir immer noch gucken, ob wir den wirklich black on black machen. Ich hab ja gesagt, schwarz matt, ne. Alter, das hätt schon was, ne. Holla die Waldfee. Also matt schwarz wäre schon Träumchen. Ich glaube, ich mach ihn matt schwarz, Leute. Wir machen ihn matt schwarz. Das, das ballert. Sekundärfarbe, da können wir jetzt den Innenraum machen. Aber ich glaube, den Innenraum mach ich auch schwarz. Oder wir machen ihn rot. Wobei er ist jetzt rot. Ne, rot ist hässlich. Ne. Wir machen Innenraum schwarz, oder? Black on black. Vielleicht nicht so ganz extremst. Graphit schwarz in. Ja. Alter, das sieht heftig aus. Alter Bruder. So Scheinwerfer. Da nehm ich aber nicht diese Xenon Scheinwerfer. Da lass ich die, die jetzt drin sind. Und ich glaube, ich bin jetzt fertig mit der Kiste, ne. Der hat jetzt alles, was er braucht. Die Türen sind abgebrochen. Geil. Hier ist einfach abgebrochen. Die machen einfach gerade das, was sie wollen. Und ich bin fertig, ne. Eigentlich, ja. Ich bin fertig. Das ist er. Das ist mein neues Kfz, wenn ich da jetzt rausfahre. Oh, Alter. Okay, das ist, das ist heftig. Doch, das ist schon geil. Ah, warte. Äh, Kennzeichen noch schwarz. Das ist noch wichtig. Das soll man noch schwarz machen, das Kennzeichen. Fast vergessen. Auch wenn man jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit ohne Kennzeichen fahren will, weil es Karl-Heinz ist. Aber schwarzes Kennzeichen, ein Muss auf dem Auto. Jetzt aber. Alter. Einparken muss ich nochmal, hat er gesagt, ne. Hammer. Ein Kennzeichen auch nochmal dann anmuntieren, machen wir dann später. Beim Einparken. Alter, wie krank. Man sieht gar nichts rein ins Auto. Schaut mal. Mein Arm. Ich bin nicht. Ich bin nichtyeah. Ja, ich bin nicht. So wie es gehört halt. Das ist schon tiefer. Tiefer geht er nicht. Ich sag mal so auf 3.0 gefixt, da gehen alle Autos ein bisschen tiefer. Da kannst du den auch noch mal etwas tiefer legen als so. Ich fühle das mit den Matten. Einfach Mattschwarzer... Mattschwarzer Ventador. Wo ist er denn? Ah, ich hab aber sauviele Autos, ne? Seh ich grad. Ich weiß den Namen nicht, ich find ihn nicht, ich find ihn nicht, ich find ihn nicht, Alter. Und jetzt Kennzeichen? Hätte ich gesagt irgendwas langes oder irgendwas kurzes. Ey, ich dachte der hat mir ein Kennzeichen zugesteckt, der Brie. Der hat mir gar kein Kennzeichen zugesteckt. Oder hat er mir das ins Auto geschmissen? Äh, der hat mir das Kennzeichen gar nicht zugesteckt. Jetzt bin ich mad, ey. Der hat mir, 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 der hat mir doch ein Kennzeichen zugesteckt. Der hat mir das zugesteckt, das Kennzeichen. Gott, ich warte mal rüber. Der Brie hat mir doch ein Kennzeichen zugesteckt. Ich war mir so sicher, er hat es mir zugesteckt, aber irgendwie hab ich es nicht mehr. Oder er hat es mir falsch hinzugesteckt, das kann auch sein. Ich überlege nur ganz schnell, mit oder ohne Spoiler? Ich mein, ohne Spoiler sieht halt auch geil aus. Weil es fahren die meisten mit Spoiler, ne? Die meisten. Ich fahr mal eine Runde ohne. Ich überlege, ob ich das besser finden soll. Ja, ohne sei, irgendwie, sieht er sehr maesthetisch aus. Dann wirkt er ein bisschen breiter. Dann wirkt er mehr wie so ein Düsenchat. Ich schau's mir mal an. Wie wirkt's da wieder so, als würde was fehlen? Da sind auch zwei Löcher drin. Wiegen wir ab. Habt ihr vielleicht vergessen, der kann sein, weil ich ihn in so ein Gespräch verwickelt hab. Ich schau's nochmal mit Spoiler. Ja, ne, wirkt halt mit Spoiler bulliger. Aber ohne finde ich ihn hübscher. Also ohne sieht er halt ein bisschen eleganter aus. Mit Spoiler sieht er halt aggressiver aus. Das heißt, wenn wir mal so ein bisschen Understatement machen wollen, können wir den abbauen auch. Oh mein Auto steht ja noch da, stimmt. Muss ich ganz schnell wegkriegen. Weiß ich, der Auto ist noch da. Sind noch drei da. Der müsste hier sein. Oh, schau mal ein schöner. Mein schönes Fortleid Auto. Was ist denn los? Na geht doch. Mit dem selben Sound. Hydrois 2001 Ich bin mal nur ein Kennzeichen. Ups, hallo. Hallo. Hast du zumindest ein Kennzeichen? Nein, ich bin auch hier für ein Kennzeichen. Oh. Ja, weil eigentlich hätte ich vorhin eins kriegen sollen, aber ich hatte es vergessen, mir hinzugeben anscheinend. Weißt du, wann die wiederkommen? Nee, ich warte einfach so ein bisschen. Kann sich ja dazu gesellen. Ja, wie lange wartest du hier schon? Einen Minuten. Boah, ist aber schon lang. Das geht. Ich gehe mal schon aufs Klo hier und ich gucke. Boah, ich habe heute zwei Monster Energy getrunken. Alter, du musst raus. Okay. Irgendwo erkenne ich dich. Hast du nicht der Junge, weiß nicht, in der Fallen hat mal? Nee, du bist der, der diese Haare hat wie so ein Spaghetti-Kopf. Nee, keine Ahnung. Das bin ich, glaube ich, mal überfallen, oder? Habe ich nicht mal überfallen, bin mir unsicher. Wirklich, ich habe schon so viele Leute überfallen. Warum? War einfach so. Kann schon sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an Dexter? Ja, der Hund. Ja. Ich glaube, da waren wir im Juve und das Stöckchen holen müssen. Ja. Weiß ich noch. Ach, du warst das. Ja. Ja, von Dexter zu Spaghetti-Kopf. Schnell geht's. Einmal Spaghetti zu mitnehmen, bitte. Mit einer schönen Schuss. Ich hatte so Glück, dass an dem Tag niemand, also kein Polizist da war, oder die beschäftigt waren. Ach, da sind wir weggekommen, oder was? Was? Ach, kann das sein, dass das der Tag war, wo ich einfach rein bin und wir dann einfach ganz mal wieder raus sind, oder dass das was war? Ui. Cool. Ja, doch. Kann sein. Ich kann mich schon daran erinnern. Da waren wir im Juve drin und du warst der Dexter, der Hund. Aber... Ja, aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, dass dann da alles weg war. Cool. Ciao. Ich bin nicht so gut in Erinnerung. Ich schaue mal, ob der Zwerg kommt, sonst haue ich den Laden da zusammen. Wurde mich mies abgezockt sonst. Ich weiß nicht, ob die Autos offen sind. Oh, da sind acht Kitzer drin. Du? Hallo? Na, egal. Hallo? Grüß dich. Ich habe mein Kennzeichen nicht bekommen. Ich habe es doch vollständig, ich gebe dir jetzt, da bist du weggegangen. Ja, aber wir haben vergessen. Ich kicke noch meins, bitte. Danke schön. Der Herr da drin ist auch für ein Kennzeichen da. Ich hätte gerade acht Pizza aus dem Auto geklaut, der war offen, der war schuld. So, machen wir ein neues Kennzeichen dran. Was nehmen wir? Was könnten wir schönes draufschreiben aufs Kennzeichen? Ja, bitte. Nee. 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 Bibiboss? Warum Bibiboss ist so ein Kackname? Bubatz. Bubatz. Ja, das wär's. Babe. Batman, Black Pearl, Babe. Nee, irgendwas Dummes. Ich würd irgendwas Dummes draufschreiben. Wie wär's damit, wenn wir das Kennzeichen abmontieren und der Kopf sieht das, dann steht da No Data. Im Kennzeichen No Data. Oder nichts. Nee. Roblox RP. Okay. I love you sicher schon vergeben. Das brauch ich bald probieren. Hm. Hm. Ich hab mehr Geld als du. Ja. Nö. Ähm. Das ist 1,8,187 sicher schon vergeben. Ja. Das ist schon vergeben. War klar. Das wär doch geil. Das ist aber vergeben, oder? Ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben. Das ist doch richtig geschrieben. Das ist richtig, ne? Aber das dem sensiert. Also wär's ne Möglichkeit, ne? Weil anonym hat schon sicher wer. Anonym muss ich gar nicht probieren. Zensiertes Kennzeichen. Oder zensiert vielleicht. Gibt sich zensiert aus? Zensiert würde auch gehen. Was sieht besser aus? Aber zensiert ist 100 pro. Kennzeichen zensiert. Oh. Mit dem Kennzeichen verdeckt. Hier fährt ein Lamborghini mit dem Kennzeichen verdeckt. Ist doch auch geil, oder? Wenn der das nicht den Funk durchgibt. Kennzeichen verdeckt. Ja, wie ist das? Kennzeichen verdeckt? Ja, Kennzeichen verdeckt. Ja, da können wir's ja nicht lesen. Das wär doch geil. Ich glaub, verdeckt ist 100 pro schon vergeben. Aber das wär schon lustig. Verdeckt wär schon lustig. Kennzeichen mit dem Kennzeichen verdeckt. Nee. Copycat? Nee. Verdeckt ist aber schon lustig. Verdeckt wär... Oder verdreckt. Verdeckt. Das ist 100 pro vergeben. Oder leer mit dem Kennzeichen leer. Oder null. Nee. Null ist sicher schon vergeben. Schade. Vielleicht irgendein Buchstabe. Aber soll ich verdeckt nehmen? Der Kennzeichen geht nicht. Kennzeichen geht nicht. Ich hab ihn verdeckt. Ja. Das ist ein geiles Kennzeichen. Ich nur in Verkehrsanhaltung bin. Wir haben Kennzeichen verdeckt. Guten Tag. Guten Tag. Gucken Sie mal auf mein Kennzeichen. Das ist nämlich verdeckt. Wohl wahr. Da fährt ein schwarzer Lamborghini mit dem Kennzeichen verdeckt. Wenn Sie das durch einen Punkt hören, dann wissen Sie, es ist verdeckt. Verstehen Sie? Das ist gut. Hast du das nicht immer auf ganz unauffällig gemacht, sagst du? Ja, auf ganz unauffällig. Ich denke mir so, wenn ich das hier so mache, dann ist es eh verdeckt. Hm. So ist es. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. So ist es. Gut, dann fahr ich mal. Ich bring dich nicht um. Dann noch einen schönen Abend. Nee, ich bring mich nicht um. Tschüss. Auf jeden Fall. Uhhhh. Lamborghini dann. Wup Wup. This is the sound of a Spide. Mmm. 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 Ah, kein Zeichen. Pkkkkk. Funkst du einmal oder soll ich? Adam 33, 186, Autohaus. guten tag einmal mit dem fenster runter guten tag was ließ das läuft ich hätte gerne mal führerschein von dir aber bist noch ziemlich jung kann es sein dass ohne kennzeichen gefahren bist nein gerade nicht also wirklich nicht die können das bestätigen ich stehe ja schon die ganze die ganze weile gehen sie rein und fragen sie ja wir haben es aber gerade auch gesehen war das gerade noch kein kennzeichen montiert es war die ganze zeit ein kennzeichen dran montiert aber ich wollte es ja gar nicht weg fahren oder so ich wollte den probe fahren wenn habe ich ja frisch gekauft an sich aber sie können fragen die wissen dass ich ja die ganze zeit rumsteht wie alt bist du denn dass du ein auto fährst 14 führerschein darfst du aber erst ab 16 machen ist das ist das eine private straße hier ich dachte das war privat zum fahren ich wollte eigentlich nur einmal vor und zurück fahren die aber schon ganzen tag ja hast du denn okay hast du trotzdem führerschein oder ich habe ja habe ich aber für was anderes magst du mir trotzdem aber geben oder dein flugschein habe ich ja okay gut bin gleich wieder bei dir ich bin aber wirklich nicht weggefahren sie können fragen vielleicht bin ich vorher nicht mit den kennzeichen gefahren das problem ist es fahren jetzt sicher so viele jetzt stehen angebaut darf man ja man muss stehen und dann darf man es anbauen du darfst in der fahrt darfst du es nicht an und abbauen wenn du stehst darfst du es an und abbauen jederzeit auch ohne aussteigen so steht es im regelwerk das heißt während der fahrt wenn ich fahre darf ich es nicht an und ab montieren also alles richtig gemacht da hab ich mir mal selber ein klassenbucheintrag gegeben bei einer probefahrt wisst ihr noch wo ich während der fahrt das kennzeichnen und ab montiert habe da hab ich mir dann selber auf den kopf gehauen dann schon die ganze zeit rum rum sie müssen den mit dem blonden hahn drin fragen den bin ich schon die ganze zeit also seit zehn minuten 15 minuten bin ich hier alles gut werden wir gleich mal ja weil die kam gerade erst später dazu aber ich glaube sie haben den falschen kommen sie mal her ich glaube ich weiß wen sie suchen hallo ne ja ich glaube ich weiß was sie suchen ich habe den gerade vorhin gesehen jetzt macht es klick bei mir war vorhin schwarzer ne der ist vorbeigefahren also ein schwarzer sv nur mit 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 ohne ohne ding der war einfach nur schwarz und nicht dunkel schwarz nicht matt schwarz die haben den verfolgen ich dachte nicht wer das jetzt das ist dumm ein bisschen knapp dran da kann ich das abhören ich mach das jetzt nicht aber die 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 denken ich wäre das gewesen aber da war vorhin wirklich jemand mit einem schwarzen lambo der hat sich ja eingeparkt glaube ich den suchen sie nicht mich ist entgegen gekommen und den haben sie verfolgt jetzt haben sie den kratzer reingemacht ich habe sie bei mir nicht berührt jedenfalls ich glaube ich weiß wen sie suchen da ist also wie ich darum stand ist ein schwarzer sv gefahren aber mit mit lackierung wie meiner aber nicht matt sondern glänzend das war ein schwarz glänzender war das karl heinz wir haben aber die info von dem bismatch bekommen dass du hier wohl mit einem fahrzeug rumfahren soll sollen ich bin damit nicht rumgefahren bin ich nicht ist gut pass auf das ganze privat gelände solange dass ich hier drauf bewegt ist es nie da können wir dann nichts machen ich bin ich bin da will ich nicht rumgefahren gerade also sie haben den falschen glaube ich aber sie suchen wenn der autohändler jetzt sagt du darfst hier auf diesem gelände vom autos fahren aber er hat mich ja vorhin mitgenommen im auto habe ich wollte nur sagen vorhin sie haben glaube ich den falschen sv der hat sich davon eingeparkt da waren schwarzer in der in lackierung wie der nur war der nicht matt schwarz der war glänzend schwarz ich habe vor uns mitgenommen auf probefahrt jetzt macht er hier ein bisschen fahrstunden bei uns solange auf eurem gelände ist das ok denkt bitte dran vorne an der laterne da an der letzten ist das ende danach ist öffentlicher grund exakt ja wissen wir gut gut dann einmal hier den flugschein zurück karl heinz dankeschön der flugschein ist aber okay oder ja ich habe einen flugschein gemacht naja solange das nur für spielzeug flugzeuge nutzt ja nicht schon echter flugschein er funktioniert richtig über flugstunden genommen und so also ich habe wirklich einen flugschein gemacht na aber ob das ab 14 jahren darfst lass das fliegen mal lieber sein naja also wenn man wenn man eine sondergenehmigung kriegt machte ich auch auf 14 mit so sägeflugzeugen hast du eine sondergenehmigung ja anscheinend schon sonst hätte ich den ja nicht beantragen kannst du ja ja man kann nicht fragen dann lande ich nämlich überall mit meinem flugzeug ne überall auch nicht ja doch so mitten auf der straße in der schule fliegt dann hab ich der kurste junge in der schule klar doch schon gut ja cool dann fahr ich noch mal meine runden auf und ab aber ich schwöre ihnen ich bin nicht gefahren vor ich war das nicht das war wer anderes also da schwöre ich ihnen gut dann über weiter und jawohl schönen tag noch tschüss ist aber ganz schön schnell ja hallo was tust du denn ich schwöre ich habe nichts gemacht die haben die suchen wirklich den falschen da war vorhin einer mit seinem sv der gesagt aus wie meiner nur in glanz und den haben sie verfolgt und ich bin halt in dem moment rausgefahren die dachten ich wäre es gewesen wo haben sie den verfolgt ja anscheinend da hinten die ganze zeit aber ich bin ja nicht gefahren das problem war der hatte kein kennzeichen dran und ich habe am parkplatz das kennzeichen noch abmontiert so just for fun und der hat halt auch kein kennzeichen da sagten sich wäre das gewesen ich dachte schon die haben jacob gerade verfolgt ich habe zu gesagt dass das halt auch so einer war der der ist ja wie er lang gefahren aber ich war es halt wirklich nicht aber das glauben die mehr 100 pro nicht ja gut ich packe den hier mal lieber ein bevor ich hier dann wegfahre ich habe aber mit meinem roller mit dem darf ich erfahren das ist ja traurig bin ich nicht mit der kiste gefahren vorhin ich war es halt dieses mal legit nicht aber das vorhin mit dem mit dem ja war eh klar ich hoffe das angemeldet aber warum war das eklatste hier versteckt ich wusste es warum fahre ich da auch mit 90 er ist ja ganz lustig rollklo guten abend hallo ja da habe ich das dokument halt warte ja aber den führerschein haben sie mir offiziell abgenommen ja ich bin 90 statt 80 gefahren haben das recht ja 96 80er ist aber schon doch doch das ist eine aerox das hat 50 kubik du kannst auch mit 50 kubik 96 fahren da ist ein sportauspuff dran in dem schreiben steht ja nicht drin dass ich es geht um die kubikmeter man kann ja auch mit 50 kubik theoretisch 200 fahren ist möglich jetzt hast du genau den richtigen der gar keine ahnung von hat ja haben sie keine ahnung vom moped tuning wenn sie die drossel aus dem moped rausnehmen dann fährt die auch 80 legal naja aber hier schon mit dem dokument also ich wüsste es nicht also sie müssen auch definieren in den usa kannst du ohne drossel fahren ist aber du musst dich doch an die geltenden gesetz ja das muss ich das muss ich ist 96 wenn ein geltendes gesetz das wir hier fahren darf ja das das stimmt aber das habe ich ihnen ja bestätigt nur sie haben gesagt das hat keine 50 kubik aber da muss ich sie ausbessern dieses fahrzeug hat 50 kubik aber ein sportauspuff dran da steht doch drin du dich nicht an die gesetze hältst erlicht diese lizenz ja ich halte mich aber an die gesetze nur weil ich jetzt ein bisschen drüber bin jetzt kann ich mal passieren bisschen drüber 16 km h wie über 60 km h wie 16 km h drüber ja aber es ist ja nicht so schlimm oder das kann mal passieren nur mal ein bisschen ja es ist so schlimm ist das jetzt nicht pass auf achte bitte drauf ja mach ich halte dich an die geschwindigkeiten und was in dem buch also sorry aber das wäre das ding halt eh nicht ich keine ahnung ich äh drück mal da jetzt ein auge zu ne ja wegen 16 km h weil ich ja egal ich probier alles dass ich jetzt ich mache jetzt simpomat auf 80 auf dem roller nenne ich dich heute noch mal endlich dann muss ich aber das Supreme Court mal informieren dass du dich dann nicht an die gesetze ja dann musst du informieren dann ja ok gut gut dann vielen und schönen abend ebenfalls tschüss tschüss der Choke ist halt das ding fällt halt eh nicht schneller als diese 90 da und wie lange der braucht so beschleunigen ich glaube er ist jetzt einfach nur pisst dass er mich nicht erwischt hat dass ich mit meinem Aventador da um die Ecke kommt ich glaube sie sind gerade einfach nur richtig hart pisst weil die haben jetzt gewartet ne die haben gewartet bis ich mit dem Aventador um die Ecke fahr die haben nur drauf gewartet jetzt sind sie ends mit dass ich mit dem Roller fahr weil mit dem darf ich fahren weil wie er mir unterschiedlich sagen wollte der Roller hat aber keine 50 Kubik weil er so schnell ist denke ich mir so äh doch ich fahr mit der Kiste schau 80 80 boah macht das spaß mit 80 zu fahren ich muss dann die Ecke ich muss die Rolle auftanken fällt mir grad ein der muss betankt werden war ganz schön Abbruchsmutter haben wir der Recom auf 3.0 abmwm4cl war das geil ja das war das geil das war das wirklich geil Pro Gamer kennst du mich noch ps ich mag am meisten deine Karlheinz streams da diese echt lustig und verrückt sind schönen Abend euch noch Dankeschön Pro Gamer ich muss raus haben nicht jedenfalls einen schönen Abend ich hoffe die Cops jetzt nicht ends mit auf mich weil ich jetzt mit dem Roller fahr weil ich werde glaube ich jetzt bald mein Auto ausparken und dann mal eine schöne Reise bringen das Ding ist halt komplett leer gefahren ich muss da so schauen dass ich das irgendwo aufgetankt bekomme ich glaube das ist ein Cop oder ist das ein Cop ja vielleicht wenn du das Geisel genommen hast Karlheinz mir fällt grad ein ich wurde das Karlheinz noch nie das Geisel genommen das finde ich ein bisschen schade aber wir haben schon lustig mal so eine Geisel mitmachen warum nicht Kalei dank für Sipfern auch Dankeschön SunnyGhost wie wärs mit TooLoud als Kennzeichen oder was das war geil TooLoud als Kennzeichen aber da brauchen wir ein lautes Auto für Survive wie wärs mit Lamborghini ne geht aber auch nicht ist zu lang der Name Lukas Matzland für Sipfern LetItDieDank für 2€ auch Crymedia und was kleines geht raus an dich alter vielen Dank äh viel vielen Dank er muss ganz schnell weiter siehste ist ganz schnell weg und ich fahr damit mal eine schöne Rolle auf wenn sie können ist das Fool passt und ich fahr jetzt ganze 96 kmh zu schnell also ganze was hat er gesagt 13 kmh zu schnell wieder waren es 98 und ich rase mit der Hütte ich rase durch die Stadt ich darf ja nicht auf die Autobahn fahren aber ja was Autobahn fahren mit der Kiste ist nämlich tabu jetzt müssen wir schauen wie komm ich jetzt zu nem nächsten Abschlepphof das ist die Frage wo ist der nächste Abschlepphof sei schon äh nächster Dings Parkplatz ich fahr zu ich fahr zum ich fahr zum Sandy Parkplatz nach oben wir fahren jetzt mit dem Roller äh ich seh die Hütten Gaudi hoch bitte verfolgen sie mich ich bin ein Kind auf nem Roller ah das seh ich dann aber ne beim beim Kourt gehen sie dann hin Ja hier, der Herr Karl Heinz der fährt mit seinem Roller ganze 13 kmh zu viel das geht nicht oder 16 das geht nicht das kann er nicht machen ich glaub die lachen sich ins Fäuse jetzt ist eigentlich wer da vom Kourt Nee seh nicht so aus mann ich hätte übelst gern heut beim Kourt die Dings gemacht den Rasen gemäht vielleicht komm die heute extra nicht weil ich da bin weil bin ausgenommen Sonny Go, danke fürs Sippwerden, ne? Und Habub's Mutter, da ich schon für Plastik für den Euro. Als Kennzeichen Plastik. Da brauchen wir wieder so ein Plastikmobil. Am besten ein, äh, wie heißt das Ding nochmal? Aus der DDR-Zeit. Du hast Plastik gebaut, ist dieser eine Wagen da. Och ne, jetzt crash ich weg. Geil, super. 4 April, Virginia. Danke fürs Crashen. 0x316 wieder. Also 0x316, den kenn ich schon. Das ist ein einziger Crash, den ich jemals bekomme auf RLO. Ab und zu mal. Das ist ein Trabi, ne? Trabi heißen die Teile. Gut, jetzt schreibt der Chat eh schon wieder, ihr habt ja eine Streaming-Verzeugung leider. Aber er ist ein Trabi. Schön aus Plastik die Teile. Wäre mal geil, wenn du das Color-Zeit genommen hast. Tja, das denke ich mir halt. Es wäre richtig nice. Wäre mal richtig lustig. Weil dann könnte ich mal ein bisschen, äh, so die, die, äh, Kinderkarte spielen, wisst ihr? Weil es ist ja ein Kinderleben, was hier auf dem, auf dem Ding steht. Wäre richtig lustig. Wurde meine Heimatstadt Zwickau gebaut. Ah, okay. Der Trabi ist schon cool. Hab einmal gesehen in meinem Leben, weil in Österreich gibt's die Teile ja nicht so. Ähm, hab ich einmal gesehen. Und das Ding, wenn du halt draufklopfst, denkst du halt, das ist eine Playstation, auf die du draufhaust, ne? Es ist einfach so ein dumpfer Plastikton. Aber er ist ja nix Schlechtes, ne? Die Teile laufen anscheinend immer noch. Oder was, mein Opa hat mir damals erzählt, ähm, mein Opa ist ja auch Deutscher. BZW, er ist Pole, aber er ist dann nach Deutschland, ähm, geflüchtet irgendwie, so im Krieg war das. Der ist, ähm, hat auch gesagt, in der, diese, diese ganzen alten Sachen aus der DDR gehen nicht kaputt. Wenn die damals in der DDR dieses, diese, dieses Gesetz hatten, dass die ganzen Sachen, also alle Gegenstände, die hergestellt werden, dürfen nicht kaputt werden. Und müssen so gebaut werden, dass die standfest bleiben. Das heißt, du kannst den Kühlschrank kaufen und der läuft nach 50 Jahren noch, so gefühlt. Wisst ihr, was ich meine? Weil mittlerweile, wenn du zum Beispiel einen Fernseher kaufst, die haben ja diese Sollbruchstellen. Das ist ja auch bewiesen worden, dass das so ist. Geräte, die du heutzutage kaufst, haben Sollbruchstellen. Du kannst mir nicht erklären, dass wir ins Weltall, äh, Leute raufschießen können. Auf eine Raumstation. Aber ein Fernseher nach so und so vielen Jahren eingeht, wisst ihr, was ich meine? So, man kann, man kann das bauen, dass das nicht mehr kaputt geht. Aber das ist eine Sollbruchstellen. Weil die Leute wollen natürlich, dass die Sachen kaputt gehen. Also die Firmen, die wollen ja, dass die Sachen kaputt gehen. Damit sie im Geschäft machen. Und damals, also DDR-Zeit, diese ganzen DDR-Produkte. Sollen, also sollen laut mehreren Aussagen nicht so schnell kaputt gehen, wie, äh, wie man sich's denkt. Alles mit dem Roller. Warum geht das mal bis 102 Prozent? Ja, weil FFM immer wieder Updates schiebt und die Prozentangabe immer dann anders ist. Das ist vielleicht ganze 80, muss ich aufpassen. Ah, jetzt ist mein Tank wieder leer, Alter. Können wir ins Casino gehen, mal schauen. So, einmal auftanken, bitte. Eine Tankfüllung. Yes. Danke. So, der Heimbach. Dank fürs Sipwerden auch. Dankeschön. Ultra Noob. Dank für 2 Euro. Und, äh, Justy Guse. Ich feiere dich und deine Streams bist der Beste. Kannst du mich... Und Benni, 1 zu 7 grüße. Grüße. Benni, 1 zu 7 und Justy Guse. Oder Guse. United G, das G steht für Gön. Äh, hast du mich etwa vergessen? United G noch nie gesehen, Bruder. Was? Das G steht für Gön, kenne ich aber von Monte. Aber danke für 2,02 Cent. Ostplay Finn, Fabian Husli. Danke fürs Sipwerden. Paul Compa. Du hast mein Spanien nicht vorgelesen. Ich glaube, ich bin... Na echt? Na super. Bin... Ich probiere mein Bestes. Ich probiere mein Bestes, okay? Wenn ich mal was überlese, tut es mir sehr leid. Aber ich probiere mein Bestes heute auch wieder. Und Justy Guse ist noch mitgebrochen. Philipp Seidel. Mach wie ein Golffahrer, hau die Alte runter. Standard Steilfähigen im Golf drauf. Ja, das könnten wir auch machen. Aber wir haben nicht gemacht. So, David Lessing, 9 für 2 Euro. Ich grüße dich, Ultranook und Cryon Elite Player Swip geworden. Hensch, hab ich's logo gefragt. Du kannst jederzeit auf Hungerger Sutterhugo reacken. Echt? Darf ich? Das... Weiß nicht, wo ich nur das Problem sehe. Wenn ich jetzt auf Hungerger Hugo oder auf Sutterhugo reackte, ist ja auch Content von Monte drin, ne? Da ist das Problem. Also nicht bei Hungerger Hugo so. Ich glaub, der hat kein Problem mit, sondern ich weiß nicht, wenn ich auf sowas reackten sollte. Wenn ich das sowieso auf Twitch, ne? Aber wenn ich auf sowas reackten sollte, ich weiß halt nur, dass halt Montes Netzwerk oder nicht Netzwerk, sein Management, ja, sehr viele Sachen einfach dann down nimmt, ne? Also du kriegst keinen Strike oder so, aber das Video wird dann gesperrt. Weil ich hab's... Ich mein, ich hab das letztes Mal bei Alpha Kevin gesehen, weil er hat... Das hab ich eh auch letztes Mal erzählt. Der hat einen kurzen, so einen Zwei-Sekunden-Clip von Monte drin gehabt und da wurde gesperrt, aber er kann auch daran liegen, ich glaub, Monte und Alpha Kevin verstehen sich so gut, also, weil Alpha Kevin mal was zu dem ganzen Casino-Thema da gesagt hat. Glaub ich deshalb vielleicht, vielleicht aus dem Grund, ich weiß es nicht. Aber ich möchte halt nicht dann unbedingt, äh, auf was reackten, dann Video hochladen dazu. Und, oder jetzt zum Beispiel live im Stream zu etwas reackten, wo ein Monte drin ist und vielleicht kommt dann halt das Management und sperrt das, ne? Ist dann auch blöd, das ganze Stream gesperrt, theoretisch. Dann müsst ihr so etwas rausnehmen und dann wieder neu hochladen, so gesehen. Ne, aber das ist mir ein bisschen zu, ähm, ja. Also wenn, dann müsste ich schon Monte fragen, ob ich das darf, wie dieses Management, ob die damit einverstanden sind, dass man auf sowas reaktet, weil ich glaub, bei Monte und Content auf YouTube ist immer schwer, ob man das darf oder nicht. Hm. Aber das akzeptier ich ja auch. Ich hab ja auch schon so, ähm, mit Content so ein bisschen überlegt. Äh, bei mir merke ich, dass immer mehr und mehr Kanäle, so diese, diese, wie sagt man, die Zusammenschnittkanäle rauskommen. Die, die sprießen wie am Meer von mir. Wo ich mir auch denke, das ist schon fast too much. Ich fand's damals cool, da gab's so drei Kanäle oder zwei, die haben halt, ähm, oder nicht, jetzt hab ich Reaction gesagt, ich mein, äh, top, äh, wie sagt man, Zusammenschnitte, ne. Best Moments, so, aus den Streams, wo ganze Streams zusammengeschnitten werden. Ich hab's damals drei Kanäle oder zwei, war gut. Ich hatte ja auch meinen eigenen Wuppel, den ich ja derzeit nicht aktiv hab. Aber ab derzeit gibt es, glaub ich, von meinem Content zehn verschiedene Kanäle. Wo ich mir auch so denke, ist schon etwas viel. Ich denk mir so, ein, zwei, drei reichen doch. Ich mein, der erste, das er gemacht hat, war, glaub ich, hier der, äh, wie heißt er denn? Da hab ich mir wieder komplett lost, ey. Mein Körtl war ganz am Anfang auch schon dabei und, äh, wie heißt er denn? Der zweite Kanal fällt mir gar nicht ein. Körtl war ganz am Anfang dabei. Hast du ja schon mal auf Crymax reaktet. Ja, aber weißt du, mit der Crymax, da weiß ich, mit dem bin ich gut, da hab ich kein, äh, kein Problem, auch wegen Management oder so, glaub ich nicht. Crymax ist, äh, da gibt's nix, weißt du. Bei Monte bin ich mir halt unsicher, weil da ein ganzes Management hintersteht, der das halt, obwohl ich das halt weiß, dass die auch down nehmen, die Sachen. Aber ich hab halt auch schon überlegt, so, ähm, ob das schon zu viel wird, so, ganz viele Zusammenschnittkanale. Zum Beispiel find ich's schade, ich hab, ähm, auf Twitch, wisst ihr ja, da hab ich ja gestreamt und habe, äh, dieses, diesen ganzen Stream wollte ich, äh, zusammencutten, hab ich jetzt auch, also Shandle zusammengecuttet und vor ein paar Tagen hat jemand, ich weiß eh, ob das Körtel war, also ich muss mal gucken, hat jemand den, die Stream-Ausschnitte ihm hochgeladen auf dem Kanal, wo ich mir gedacht hab, find ich halt schade, weil die hätte ich halt gerne hochgeladen auf meinen, äh, Hauptkanal. Und der hat's aber schon vor mir hochgeladen, weil der hat halt, äh, deshalb ist auch, by the way, auf Twitch sind die, sind die Stream-Wiederungen offline, weil ich die gerne auf dem Hauptkanal mit ein bisschen im Schnitt, also nicht viel Schnitt, sondern nur ein bisschen hochladen würde auf dem Hauptkanal. Aber die Leute, die halt auf YouTube eher gucken, da nochmal die Wiederholung nachgucken können. Da fand ich halt schade, dass da nicht gefragt wurde, so ob das so okay geht, weil ich hab ja nicht umsonst auf Twitch meine VODs aus, so wisst ihr, die sind ja aus bei mir. Und der hat also den Stream komplett anscheinend mit aufgenommen, oder ich weiß nicht, die Clips, die da waren, ich weiß auch nicht. Aber fand ich so ein bisschen schade, weil ich halt komplett, äh, das alles auf dem Hauptkanal hochladen wollte. Und ja, ich bin auch nicht so Fan von, wenn die Leute halt sowas machen, wenn man halt selber auch das nur hochladen möchte. Ja, ist halt blöd. So, zack, zack. Darf man aber auch Insta so Reels oder so machen? Klar, kein Problem. Ich hab auch kein Problem mit, wenn auf, äh, TikTok so die Videos laufen, so, äh, Clips so. Wenn man das hochlädt, wo so ein, ein Stream-Ausschnitt drin ist. Das ist ja nicht das Problem. Da hab ich ja kein Problem mit. Äh, Problem sind eher die ganzen Kanäle, die gerade aus dem Nichts kommen und auf YouTube komplette Zusammenschnitte machen. Das find ich so ein bisschen fraglich. Vor allem, ich hab auch schon welche gefunden, die machen teilweise Eigenwerbung und, ähm, ihr wisst ja, ich hab ja gesagt, solange man sich monetarisiert, ist okay. Und es gibt auch welche, die monetarisieren die Sachen auch. Das heißt, die verdienen damit Geld oder haben, ähm, ja, die Absicht damit, Geld zu verdienen, BZW sich selber damit zu pushen. Bin ich halt nicht so Fan von. Aber ich, äh, solche Kanäle möchte ich nicht stricken. Zum Beispiel das, äh, ja, das war Punkt Exe. Gut, aber zum Beispiel Punkt Exe find ich ganz lustig. Der hat auch, der schneit ja nicht nur mich rein, der macht ja mehrere Zusammenschnitte. Der ist so ein bisschen wie so ein, der ist so ein bisschen wie Hungryo Hugo, der macht halt so von mehreren Leuten so Zusammenschnitte. Das find ich okay, weißt du? Ja, konzentriert sich nicht nur auf meinen Content, sondern der schreibt, aber da fand ich halt schade, dass er das aus Twitch einfach rausgenommen hat, weil das wollte ich halt komplett hochladen bei mir. Aber ist halt so. So was wollte ich denn auspacken meinen Dings, ne? Mal hier. Zack. So. Es ist halt, es ist halt, wisst ihr, ich verstehe so, wenn es so ein paar Kanäle gibt, die das machen, aber wenn es halt so viele werden und du gibst halt den Kanal namens Xyron ein und du findest halt ganz viel, ganz, also wirklich komplett ganz viele Kanäle, wenn du das durchgehst, so, wo alle so Zusammenschnitte vom selben machen, ist halt auch nicht so schön, find ich. Das ist dann zu viel. Jetzt fahr ich aber endlich mit der Kiste rum. Also jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum manche Leute, sagen wir mal, so ein bisschen sagen, es ist so too much, so ein bisschen einschränken, dass sich jeder Highlights macht. Ich hab das bei Montes auch nie verstanden, warum er so gesagt hat, ja, zwei Kanäle, die Highlights machen. Ich glaub, der hat hier, ähm, richtiger Kevin hat er ja und die Crew, die hat ja die zwei Kanäle. Die dürfen Highlights machen, alle anderen Kanäle dürfen nicht. Hab ich nie verstanden, wie man das so macht, aber ich verstehe das, weil es werden einfach sonst zu viele. Sonst gibst du den Namen und du hast 50.000 Kanäle, die, äh, deinen Content hochladen, wisst ihr? Und teilweise dann doppelt und dreifach, dann ist halt auch nicht schön. Ich finde auch, es sieht auch nicht schön aus, wenn du den Namen eingibst, dann siehst du sowas. Weil jeder, zum Beispiel, ähm, ich streame hier auf YouTube, man kann hier die komplette Videolung angucken. Teilweise habe ich schon gesehen, dass die Leute, hab ich einen Kanal gefunden, der, der kopiert einfach das Thumbnail aus dem Stream. Dann denkst du, das ist mein Stream und dann klickst du drauf und das ist einfach Zusammenschnitt. Der kann ich so wirklich, wisst ihr, was ich meine? Das sind auch Kacke. Das ist immerhin überhaupt gut gefahren. Also ich verstehe, dass man das so ein bisschen einschränken muss, weil es halt sonst echt zu viel wird. Es wird einfach zu viel. Und es sieht halt nicht immer schön aus, wenn man halt dann, ja, äh, auf YouTube den, den Livestream zum Beispiel sucht und man möchte nachgucken und dann kommen da 50.000 andere, die dann halt, äh, Highlights aus dem Livestream schneiden und dasselbe Thumbnail auch verwenden. So, ich geh mal tanken, das wollte ich mir noch vorhin machen. Endlich fahre ich mit meinem SV. Schön. Ne, also, aber, ähm, das ist jetzt gar nicht mit einbegriffen mit TikTok oder Reels auf Insta. Das ist ja was komplett anderes, Leute. Ihr könnt gerne, äh, Reels auf, 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 auf Ding machen. Ihr könnt auch auf TikTok Clips hochladen. Das ist nicht das Problem. Es geht jetzt rein um diese Zusammenschnitte auf YouTube, die halt, äh, teilweise auch monetarisiert werden. Um das geht's halt, ne? Zum Beispiel, ich hab auch gesagt, äh, da gibt's ja wen auf, auf TikTok, der macht komplette Restreams von meinen Livestreams. Das ist ja auch nicht okay. Wisst ihr? Das ist ja auch nicht okay, wenn man komplett einen Livestream restreamt. Das ist ja auch kompletter Bullshit. Aber wenn ihr jetzt auch Shitte habt, die, ihr lädt so kleine Clips hoch auf, auf TikTok oder auf Twitch, äh, auf Twitch sei schon, auf TikTok oder auf Insta, ist okay. das ist ja auch nicht okay. Das ist ja nichts Großes. So, fahren wir mal. Ich will den Ding jetzt, ich will den Ding jetzt mal richtig ans Limit bringen. So richtig hält er ins Limit. Push it to the limit. Wir könnten damit eigentlich zum Nürburgring fahren und mal den, den Wagen wirklich ausfahren. So, ich fahre mit mal auf Nürburgring. Ich fahre schon übelst lange. Ich wisse was, ich fahre jetzt mal, ich schaue mal, was die Bestzeit am Nürburgring ist, weil die haben jetzt komplett resettet. Ich fahre jetzt mal hin und check mal, weil der Wagen ist ja übelst schnell eigentlich. Wenn ich das mit Nitro kombiniere am Nürburgring, wenn ich da die gerade Straße fahre, könnte ich sogar Streckengefahrt knacken. Könnte ich. Ich könnte es probieren. Weil der Wagen fährt sich ja super. Ja, guck mal, wir probieren es. 280. Was haben wir gehabt? Vorhin gesagt, er hat gesagt, 3.10 fuhr er bei ihm nur, ne? Aber er war halt die zweite drin. Also ich bin schon bei 3.13. und ich habe noch nicht mal gekoppelt Gas gegeben. Schauen wir noch mal, komm. Go, 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 go. 2.90. 2.90. 2.97. 3.100. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ey, bist du jetzt hoch, beschleunigen auf, äh, was hatten wir von 3.30? Ich hatten wir kurz vorhin. Ne, der braucht gerade ein bisschen meiner. Jetzt aber, komm. Jetzt runter, bam, das habe ich halt hier keine. Ja, 3.15, 3.16. Also, irgendwie kommt mir vor, das ist gerade langsamer als der andere, warum auch immer. Vielleicht liegt es an der Federung oder an der Reifen, ich weiß nicht. Oder weil ich keine Bumps gerade mitkriege, das kann sein. Wenn ich in die andere Richtung vorkriege, kriege ich mal Bump. Ja, ich schau mal hier. Ja, jetzt hier. Bisschen schneller. Wenn ich vorhin 3.30 draufgehe, für eine kurze Zeit. 3.16. 3.27, 3.29, ja, doch. Komm, gib mir die 3.30. 3.31, 3.38. Passt. Was darf ich heute zahlen? Rechnung? 1.122, diese Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Ja, komm, wir fahren auf dem Ring und gucken. Ach, ich vergesse, dass hier auch einer steht. Ja, komm. 450 Dollar habe ich noch Zeit, äh, zu zahlen. Also, auf nach Deutschland und schau mal, was die beste Zeit ist. Vielleicht schlage ich die mit dem, aber sie meinten, aber beschleunigungstechnisch ist das Ding ja ein Wunder. Also, er müsste, auch wenn er in den Kurven jetzt nicht zu, das Monster ist, müsste er doch die Bestzeit knacken können. Vor allem, wenn ich da nochmal Nost reinballer, irgendwo nach einer Kurve, wenn ich dann voll reinschalte, dann kann ich das vielleicht sogar schaffen. Wir packen das Ding erst mal ein. Auf nach Deutschland mit Karl-Heinz. War ich mit Karl-Heinz schon mal auf dem Ring? Ich glaube schon. Ja, doch, einmal war ich. Ein einziges Mal war ich. Oh, mein Lord. Guck mal mal. Auf 3.0 gibt es dann Flugtickets, die dann kosten, wenn du rüber willst. Da musst du dann erst mal 5.000 Dollar zahlen, dass du rüberkommst. das war schon ein bisschen heftig. Na, vielleicht eine kleine 500 Euro Doni musst du rüber, dass du rüberkommst. Also, natürlich, In-Game Doni, also In-Game Doni, ich sage schon, In-Game Tickets. Ich in Real Life stelle ich mal vor, 500 Euro, sonst kommt es nicht rüber. Bei manchen Servern sogar realistisch zu denken, ne? Gibt es ja Server, da musst du, glaube ich, 500 Euro zahlen, dass du überhaupt eine Fraktion gründen darfst. Das ist schon etwas, ja, ich weiß nicht, wer auch so einen Server spielen möchte. Also, ich nicht. Ja, Bruder, du musst dann mal 500 Euro für eine Fraktion ausgeben, Bruder. Ja, 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 so. Ich bin da. So, jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Nochmal voll tanken und dann geht es auf die, auf die Reise geht es dann. Ich finde, die Grafik hier sieht so geil aus. Mit Nitro natürlich, wir verfälschen das Ergebnis. Dürfen wir das? Dürfen wir das? Ich weiß es nämlich nicht, ob wir das dürfen. Ich probiere es einfach. So, Ryan, äh, Bruxy, mach mal matt-schwarz mit matt-gold drauf. Ja, das sieht dann aber kacki aus, oder? Gold auf dem Auto, so. Ich mag dieses, ich mag diesen Gold-Perleffekt nicht, wenn der auf matt-schwarz ist. Das sieht so, weiß nicht. Ich, ich fühle es nicht. Ah, da ist sogar wer. Guck, ne Black Series. Da vorne fährt ne Black Series vielleicht. Ich muss ein bisschen warten, ich gebe dir ein bisschen Abstand und dann komme ich erst drauf, weil sonst, nein, guck mal, Race. Das ist in der Best, die Beststrecke. Hallo? Hallo? Meinen Sie zusammenfahren, oder? Ne, ich fahre allein. Okay, da bin ich weg. Ebenfalls. Ryan Walker mit 4,35, ja, das knackt man doch, oder? 4,41, 4,51, also, da musst du schon hart reinballern in die Eisen. Also, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich werde das probieren, jetzt haben wir schöne Fahrbahnen gerade. So, ich lasse ein bisschen fahren und dann kommen wir. Dann kommen wir. So, Justin Tzugi, danke für den Euro 7 Cent. Kalle, sind alle Autos gleich schnell auf dem Server? Nein, alle anders. Die fahren alle anders schnell. Zühne die Schlafmütze, Kalle 1 zu Mafia und Chaos machen. Am besten mit dem Motorrad reinfahren, das wär's doch. Race, Nürburgring, Strecke. So, Rennen erstellen, Nordschleife. So, machen wir mal 30 Sekunden bevor es startet. Passt. Strecke erstellen. Da vorne ist er. Ich bin lange nicht mehr gefahren. So, Nitroh ich noch rein, fallt der Fälle, wenn wir es brauchen. Und dann würde ich sagen, volle Konstellation, ist es los, ne? Konsti 2,5 und Kalle, danke für das SIP werden und Sturmkiller Nico, danke für 2 Euro. Ah, Hirsch, auf der Rennstrecke. Schau mal. Jetzt geht's los, Leute. Macht's euch fertig auf einen neuen Streckenrekord. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Ich fahre mit Cheaten. Und ich habe gerade über den Grünstreifen gefahren. Ich wette, was mit euch, das machen die anderen auch, dass sie so eine Zeit kriegen. 100 pro. Wenn du hier so drüber fährst, Zeit gespart ein bisschen. Bittet mich, ich habe es gehört, dass das Leute gemacht haben. Ich glaube, so kriegen die auch diese Zeiten zusammen, weil sie einfach nicht alle legit fahren so. Weil du kannst einfach über den Grünstreifen. Aber ey, der Wagen fährt sich Bombe. Oh, 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 ich glaube, das ist nicht so gut eingesetzt jetzt. Das ist nicht so gut. oh, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh nee, eingedreht wurde er wirklich jetzt Ach, weißt du, ich war so kurz vorm Ziel und er dreht sich hier unten ein Das ist ja so lächerlich, Alter, wieder So lächerlich Unglück Ist ja so eine gute Runde geworden, ne? Die wäre eigentlich richtig gut gewesen Ich habe probiert, Nitro reinzuballern, aber leider ging sie sich nicht aus Weil hier hätte ich sonst durchschallern können, das Nitro Mal bessere Zeit rausballern können, aber Ja, 5,17, Alter, 5,17 Das Auto pfeift, ne? Wenn das komplett durchfährt Das Auto pfeift übelst Boah, ich hätte sogar eine Idee, Leute Ach nee, das ist eine dumme Idee Das ist eine richtig dumme Idee Äh, wartet mal Jetzt guck ich mal, jetzt hatte ich 5 Ah, guck hier 4,35 Und ich 5,17 Und ich 5,17 gefahren 4,35 Das ist eine heftige Zeit Das ist wirklich eine heftige Zeit Hallo Ja Welche Zeit sind Sie hier gefahren? 4 Minuten 55 Ui Ist Ihrer Folge tuned? Ja Kann ich mal Ihren fahren? Meinst du, das geht gut? Ja, ich bin doch jetzt auch hier durchgefahren Sie können ja meinen fahren, aber Na dann Hier ist Ihrer Folge tankt Ne, aber halb, aber das reicht Das reicht? Da bin ich mir unsicher Das tanke ich nochmal voll Schau mal den Koffer ran, bevor du fährst Vielleicht hilft dir das Äh Ui Ja doch, das könnte helfen Ich bedanke das mal Willst du nochmal alleine fahren Oder fahren wir zusammen? Ich fahr halt gerne allein Weil ich dann nicht jemanden reinfahre Ich will eine gute Zeit hinkriegen Na dann, viel Erfolg dabei Dankeschön Dann kannst du auch mit meinem mal fahren probieren Ja, mache ich Super Cool Ja, es ist blöd, weil der da vorne ist Naja Fahr du mal vor Boah, der weiß, ich fahr mit Scheiß drauf Oh nee, jetzt ist es zu Ende Ja, jetzt fahren wir zu zweit Wir probieren es, komm Einen Moment Was sind das für ein Auto? Die sind wir noch nie gebaut SVJ Ah, okay Ne, nur SV Nicht SVJ SV, äh Lamborghini Winterdor SV Ah, okay So, jetzt Na, guck mal Viel Glück, Kleiner Ebenfalls viel Glück Danke Thanks sko´ art Ja, buddies Wie chử J concealed Her Ich 直 ja okay jetzt verstehe ich warum du damit best zeit fährst ach du kacke geht das ding gut oder ich kann in der kurve vollgas geben ja das macht sinn ich kann es die anderen autos ja komplett kloppen gehen gegen das teil hier was weil ich rennen fahr viel zeit verloren dadurch ich fahre den scheiß zusammen ja das ist halt weil ich unbedingt best zeit fahren will ich merke das gerade ich fahre so ein schützerer gerade einfach gegen die gegen die wand reingefahren danke danke brie er wird sich freuen wenn sein auto zurück bekommt mit dem damage da vorne drin aber schau der sv ist nicht so schlecht da vorne er hält sich gut mit der geschwindigkeit weil er halt schnell ist aber in der kurve ist halt langsamer wo ich damit der kurve voll mit halten kann und hier hört er halt wieder aus auf der sv deshalb ist der sv so fies bei einer highspeed verfolgen boah das ist ja die strecke ja guck jetzt mal wer auf der langen strecke sind komme ich nicht drauf bin sind Ich kombiniere nicht hinterher jetzt gerade wenn die Strecken so lang sind Und da küsst sich noch mal die Bande Das ist irgendwie so eine schlechtere Zeit als davor Nein Ich wollte ihn von links rollen, aber er hat keinen Platz gemacht In der Kurve bin ich schneller als er In der Kurve gab es heilung Ja, da bin ich schneller Sorry Bray Oh ne Jetzt überschlagen Sind wir noch da vom Ja, da ist noch wer da, super Das ist so lächerlich Bis ich noch was klagen hat, diese Scheiße Ja gut Ich ruf mal Dings an und dann sag ich mal Dass ich heute eine Abholung brauche Denn mich hat es zerschlagen Liebes LAFD Mich hat es am Ring überschlagen Gut, das habe ich mir wieder toll gemacht Dickes F in den Chat Ja doch, war ein Überschlag Das war ein Überschlag Da war er Offiziell Ich glaube, ich bleibe doch beim SV Das war das Kammer für rausballern Den anderen Typen Jetzt hat sie es ausgerannt Bestzeit, Leute Richtige Bestzeit jetzt hier Ich bin dem Ziel angekommen Aber im anderen Ziel Ja gut Dann beenden wir mal das Race Verlassen wir das mal Bestzeit Der kriegt sein Auto jetzt auch nur noch abgeschleppt Wie er Eieieiei Traurig Das ist Das ist traurig Wenn sie sich auf der Rennstrecke überschlägt Oh, hallo Katze Oh, hallo Ist da jemand Der Stinky Katze? Hm, ist der Stinky Hallo Wer ist denn da? Hallo Ja, du Das ist ein braves Stinky, gell? Ein braves Stinky Ja Du riechst heute gut Hm Kleiner Stinkstiefel Hm Magst du was sagen? Magst du was sagen? Kleiner Stinky Hm Sagst du was? Er mag nicht reden Na komm, dann geh Komm 60 FPS Limiter ran Slack meine Facecam ein bisschen rum Abstand brauchst du nicht, Prinzessin So, slack meine Facecam nicht mehr Abstand brauchst du nicht Es war kein Überschlag Ja, was war es denn sonst, wenn es kein Überschlag war? Äh, wenn der Wenn das Dach zum Boden zeigt So wie es bei mir jetzt war War es ein Überschlag Das Dach War Richtung Boden geneigt Ich muss nicht am Dach aufkommen Es reicht, wenn das Wenn sich das Ding überschlägt Hallo Guten Tag, das ist in der FD Guten Tag Es wird geschrieben, dass Sie sich überschlägen Über Ich hab mich überschlägen, ja Genau Ähm Kollege von uns ist auf dem Weg zu Ihnen Dankeschön Wissen Sie, welcher Kilometer ungefähr Wo Sie sich überschlagen haben Welcher das ist? Äh, kurz vor der Ziellinie Also wenn Sie vom Ziel in die Gegenfahrbahn fahren Sollten Sie gleich ankommen Alles klar Dann werden wir Sie finden Das ist eine Kurve bei der Ziellinie Ich war ganz in der Nähe schon Alles klar Das habe ich hingeschafft Danke, tschüss Ciao Oh nee, kannst du nicht da drauf drücken Hallo Nicht Du drückst uns auf die Du drückst uns auf die Buttons rauf Mein Gott Sorry, wusste ich nicht mit den Twitch-Crims Aber kurz fürs Feedback Ach, schau, der ist auch noch da Ja, ich habe es nur gesehen Aber dann war es eh schon zu spät So Aber alles gut Ähm Wölfi Gerne machen Dank für das Hip-Fern auch Punkt X ist gesabt bei mir Hallo Sturmkiller Nico Ahirsch Auf der Rennstrecke Haben wir auch vorgelesen Gell Justin Tsui Dank für 1,07 Sint Vielen Dank Und den Dings hier raus Schaut Da kommt er Hallo Hallo Hey, was ist denn passiert? Mich hat es überschlagen Mich hat es aus der Planke rausgeschmissen Wie viel hat es denn an du bitte auf den Tacho? Ein bisschen viel Jetzt kommt die Feuerwehr und holt mich raus Tut mir leid Alles gut, Hauptsache dir Ja, ich habe dich vorhin ein bisschen weggeschämmert Das wollte ich auch nicht Ich wollte nur überholen Alles gut Aber es ist ein Biest, das Auto Also in den Kurven, Alter Ich, äh, schon heftig Ja, bei deinem hatte ich ein bisschen Angst Dass ich gleich Ja Skippen wir anfangen Ja Hast du das FD schon verständigt? Ja Die sind auch im Weg Habe ich auch gesagt, wo ich liege Ich bin ja kurz vor dem Ziel gewesen, oder? Ja, weit ist es nicht mehr, nee Ja Traurig Das ist traurig Da, da muss ich warten Leute, hau mir mal einen fetten Like ab, oder? Was habe ich gesagt? Klingt das rechts einblende, ne? Das ist wichtiger Ja Schau mal raus So, Leute Einmal einen Like-Button pushen, bitte Nicht vergessen Abonnieren Glocke aktivieren Ja Haut mal drauf Jetzt geht's los Für den Überschlag Und wir gehen nach Ah, noch mal Ich bin sehr bewusstlos geworden Oh, nee, ich denke, ich bin bewusstloser, toll Bekommst du die Tür vielleicht auf? Nee, wir müssen auf der Safety warten Die sind am Weg, meint der ja gerade noch Ich denke, ich bin bewusstlos, ne? Weil wenn jemand bewusst ist, glaube ich, sollte man den hinlegen Ja, ich bin gerade eingeschlafen Hallo, ui Hallo Ja, Mann, ey, du machst das Ui, ja, aber ist schon Bettszeit Guck mal auf die Uhr Ja Ist schon spät Jetzt bin ich fast eingeschlafen im Auto Leute, auf die 6000 Likes Haut mal drauf hier Ja, und so drauf Bei mir ist das Auto von Karl-Heinz Nein, das ist mein Fahrzeug Er wollte mal fahren Oh, da ist der Frittenkopf wieder Ah, nee, Spaghetti-Kopf Nicht Frittenkopf Aber es sieht auch aus wie Fritten Oh, nee Es muss halt so kurz vor dem Ziel passieren Ich bin echt ein Pechvogel Du kommst dann doch irgendwie die Tür auf Nee Ich bin eingeklemmt Du hast ein FD aber durchgegeben, wo du bist, oder? Ja Ja, hab ich Ich hab auch gesagt, sie sollen gegen das Ziel fahren Weil ich fast angekommen bin Hm Der weit ist es nicht mehr Aber bist gut gefahren, das muss man echt sagen Bist echt gut gefahren Nee, bin ich nicht Bin scheiße gefahren Nur weil du jetzt nicht im Ziel angekommen bist Nein, ich bin vor allem wirklich besser gefahren Ich war richtig schlecht gerade gefahren Wirklich schlecht Ich muss Ich meine, ich bin jetzt gerade dein Auto gefahren Und Black Series fährt schon besser Ja, das schon Auf alle Fälle Ist überhaupt jemand vom Abschleppdienst da Später das Auto abzuschleppen? Wenn nicht Gehe ich in den Dienst Und dann mache ich das Weil ich bin Mechaniker Ach, das sind Abschlepper Schleppen sie auch Autos oder auch andere Sachen ab? Nein, ich schleppe Autos Okay Oh Uiuiui Wo macht der jetzt einen Rückwärtsgang? Vielleicht PI Das Auto ist nicht so wichtig, Kleiner Nee Was zählt Ist der Charakter Es ist der Charakter, der zählt In dem Fall zählt, dass du überlebt hast Naja Ich dachte, der Charakter zählt Alles andere, das kann egal sein Wenn der Charakter zählt Nur der Charakter zählt Ja, mal gucken, wie es mit den Schmerzen sind Weil ich glaube, das tut schon weh Das Adrenalin tut es ja erstmal so dämpfen Ich glaube, deshalb bin ich auch eingenickt irgendwie Ich habe schon weh Ich habe schon Aua Hallo Guten Tag Ich habe schon Aua Kommt sogar Zehner dafür Beste, hab dich lieb Danke, Roman Dankeschön, Ziff, LBK Groß hat Nee, Prost, da Ich wünsche sehr groß Dann die Prost, da Ich wünsche dir, dass ich versippt werden Igor, Servus Kannst du ein Server-Regel auf FSK-4 zu machen? Nein, kann ich nicht Leider Du bist wer? Heinz, möchtest du schicken? Nagels beruhig dich, dass du vielleicht ein bisschen Ich habe es gerade gegessen Jetzt ist mir kurz übel Mir ist richtig schlecht Oh, nee Oh, nee Es ist mir schlecht Es wird mir schwummrig Das ist aber mein Auto Das ist aber mein Ich würde Mir ist übelst schlecht gerade Jetzt habe ich an Chicken Nuggets gedacht Es ist mir übelst schlecht Bitte nicht Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung Mir ist gerade übel Ich hoffe, die kommen schnell vom FD Das hört sich echt nicht gesund an Och, nee Und da kommt noch was Ich muss ein paar Meter gehen Oh, nee Jetzt ist alles nass an den Beinen Hier eine Kotztüte Oh, nee Da kommt ein Schoko-Zug Okay, den halte ich jetzt aber zurück Den halte ich jetzt zurück Ich stuhle mich jetzt nicht ein im Auto Ich stuhle mich jetzt nicht ein Aber da kommt ein Schoko-Zug Ich spüre ihn Karl-Heinz, mach bitte durch Die wird gleich geholfen Ich hoffe, der kommt so spät wie die Deutsche Bahn Wenn es ein deutscher Bahnzug ist Dann haben wir alles richtig gemacht Nein, nein Ich komme erst gar nicht Ich hoffe, das ist kein ICE Dann habe ich nämlich Durchfall Hoffentlich ist es keine Wildwasserbahn Das wollen wir doch nicht jetzt hier Versuchst du mal eine Zeit zu schlagen, Sören Was mache ich? Das ist mir richtig übel Meine Zeit schlagen Ich glaube, der fährt nicht mehr Dann zieh mal den Zündschüssel ab Mir ist gerade so schlecht Der Speiübel Also, wie ich jetzt an die Chicken Nuggets gedacht habe Ist mir echt übel geworden Ich weiß auch nicht Vielleicht eine Gehirnerschütterung Oder einfach, weil ich keine Chicken Nuggets mag Ich weiß es nicht Ich bin ja raus Die kommen gleich Naja, ich weiß nicht, wie leicht ich den Schokozug noch zurückhalten kann Ein bisschen zumindest Jetzt habe ich mich Bauchweh auch noch Oh nee Jetzt habe ich Bauchschmerzen Mach mal das Fenster auf Ja, kann ich nicht Ich kann probieren Ich kann probieren einschlagen oder so Ich kann jetzt auch nicht das Fenster einschlagen Ich kriege so ein bisschen Luft Jetzt habe ich Bauchweh Und der Schokozug kommt und mir ist schlecht Oh nee Oh nee, ich will mich jetzt echt nicht einstuhlen im Auto Ich will nicht wirklich Ich fahr mal kurz dahin Du darfst einfach nicht daran blinken Ja, aber ich denke halt an den Schokozug Das ist ja das Problem Oh nee, ich habe noch zwei Tafeln Schokolade in der Tasche Ich hoffe, die schmelzen nicht Oh, das drückt Oh, das drückt aber ganz schön jetzt Ich will nach Hause Beine zusammenkneifen Ja, Beine zusammenkneifen Ich probiere es Oh nee Oh nee Denkt doch noch schön jetzt Warte, ich drücke zurück Ich drücke zurück Ich drücke zurück Zurück drücken Nein, der Schokozug kommt jetzt noch nicht an Der kommt jetzt noch nicht an Der hat heute Verspätung Der hat Verspätung Und der ICE kommt auch nicht Der hat auch Verspätung Okay, ganz ruhig Karl-Heinz, du bist groß genug Dass du dich im Auto einscheißt Du bist groß genug Du brauchst keine Windel mehr Jetzt muss ich aber echt überlegen, wie ich das jetzt zusammendrücken soll Oh, das zieht den Popo Das zieht Oh, ich weiß, sie reden zum Glück Gleich Heute noch durch Zwei Minuten noch Ja Oh Ich stuhl mich halt echt gleich ein, du Ja, denk an was Schönes Die kommen von der anderen Seite Ich hab doch gesagt, sie sollen von der anderen Seite anfahren Weil, ach egal Ach, wie blöd kann man sein Ich hab gesagt, ich bin an der anderen Seite Nein, hier Aha Der Schokozug ist immer lustig Wenn der ankommt Oh Gott Oh Gott Oh nee Sie kommen jetzt, sie kommen Ich drück Drück mit der Hand dagegen Drück mit der Hand dagegen Ich probier's Ich will den Stuhl nicht vollsausen Sonst stinkt das ganze Auto nach Scheiße Warum kommen die nicht? Mir geht's übel Ja, die kommen Die kommen Ist alles wohl mit Kotze und mir schlecht Ja, der ist schon da Oh, ich hab Bauchschmerzen Alles gut Ich hab mich angekotzt im Auto Ich hab Bauchschmerzen Und ich glaub, ich krieg gleich Drückfall Ja, das ist Kann man wieder reinigen Ich glaub, das ist ein ECE, der heute ankommt Er ist doch schon da Oh nee Hier Hier sitzt er Hallo, guten Tag Hallo, holen Sie mich raus Ich hab so Bauchschmerzen Und mir ist schlecht Ähm, ja, eine Sekunde Wir holen nicht gleich raus Ja, Schokozug Königt sich an Da ist ein Kind Bei dem kündigt sich der Schokozug bald an Wir brauchen jede Einheit Der ist aber falsch angefahren, Leute Der hätte von hinten anfahren sollen, ne? Der ist jetzt den ganzen Weg gefahren So, was zu lange dauert Ich hab gesagt, dass du von der anderen Seite komm Ich hab halt auch nicht verstanden Der reizt Darum Ja, der drückt Ich nehme an, dass du mir nicht unbedingt erzählen möchtest Was so ein Kleiner Junge in einem Fahrzeug auf einer Rennstrecke zu suchen hat Ich darf doch Ist doch abgesperrt Ist doch privat hier Ist doch kein öffentlicher Ort Der darf der Sauberung Fünfjähriger fahren Wenn er will, oder nicht? Aber vielleicht sollten sie sich mal umsorgen Um einen Brechtdolfer machen Der gleich rausschustert Wenn sie nicht gleich schneller machen Weil mir ist echt schlecht Ach, das ist halb so wild Es ist, ist Ja, ich will halt nicht ins Auto kacken Ich hab's jetzt die ganze Zeit zurückgedrückt Aber es wird schlimmer, wenn ich zurückdrück Wir haben dich in einer Minute heraus Okay Ich hoffe, ich schaff's noch eine Minute Ohne, dass der Schuh gut zukommt Danke Wenn er rauskommt dann So, ich setz mal mein Brecheisen an Dann schaust du, dass du vielleicht auch ein bisschen dagegen drücken kannst Dann schau mal, dass wir die Tür aufklicken Ich drück dagegen Jawohl Sind sie schon dran? Jawohl, ich drück auch schon Ja, perfekt So, einmal bitte langsam vorsichtig aussteigen Ja Aua So, okay Setz dich mal hin Ich soll mich hinsetzen Ja Aber ich hab übelste Bauchschmerzen gerade Also, mir ist übelst schlecht Okay Hast du Schmerzen, weil dir schlecht ist? Oder weil du Irgendwie mit einem Lenkrad Ich hab Ich hab Ich hab dreimal gekotzt da drin Vielleicht auch deshalb Okay Ja, ist übel Äh, engine one Ja, das ist kein Problem Aber da müssen sie weggucken Ich geh dann in den Wald kacken Wenn's geht Weil es drückt so dermaßen Ja, aber nicht zu weit weg Nee Warten lassen sie mich So Ich muss in den Busch Aber nicht gucken Nicht gucken, okay Nicht zu weit Nicht zu weit gehen Ja, ich will in den Busch kacken Ja, ich will in den Busch kacken Aui Aui Wollte ich sagen, da ist das Blut im Stuhl Da macht Da denken sie, dass ich mal wehgetan habe Im Bauch, ey Ich guck Ich mach das erste Mal draußen auf Klo Ich bin fertig Eine große Erleichterung Wir dürfen nicht gegen die Fahrbahn Geht's besser? Ja Aber schlecht ist mir trotzdem noch Und ich hab Bauchschmerzen Na, Krankenwagen ist unterwegs Wie schnell warst du denn? Ich hab keine Ahnung Ich bin gegen diese Leitplanke Dann hat sie mich überschlagen Und ich bin auf allen Fällen wieder aufgekommen Okay, das hat Das heißt, das hat dich einmal überschlagen Ja Oder mehrmals Ich weiß nicht Ich weiß nur, dass ich mich jetzt einmal überschlagen Und ich bin dann irgendwie auf allen Fällen wieder aufgekommen Ich bin jetzt gegen die Dings gedroschen Ja, da bin ich jeden gedroschen Und deshalb Ich hab meinen Kopf angehauen Und ich glaub, deshalb ist mir schlecht Mhm Das heißt, ähm Neben den Bauchschmerzen hast du irgendwelche anderen Symptome? Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit? Ich glaube extreme Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel Alles klar Ich geb dir schon mal im Voraus eine Kopfschmerztablette Das ist so gut wie alles, was ich momentan dabei hab Sein macht da keine Wolle Und mein Füß Bitteschön Danke, soll ich die einnehmen? Ja genau, am besten sofort einnehmen Okay, ich nehme sie sofort ein Ach, ist das schön Aber die verzeiht dir halt viel Italien läuft es wirklich Du bist der kleine Karl-Heinz, richtig? Ja Ich hab schon viel von dir gehört Mhm Jetzt erzähl doch mal genau Was verschlägt einen so Jungen denn schon hinter das Steuer? Ja, ich wollte halt hier fahren Weil nicht In der Stadt darf ich ja nicht fahren Aber hier darf ich Hier gibt's kein Gesetz, dass ich hier nicht fahren darf Weil es ja privat ist Es ist ja keine öffentliche Strecke Und deshalb wurde ich hier gefahren mit dem Auto Und das Auto gehört auch nicht mir Das gehört dem einen Typen da Ja gut, ich bin nicht die Polizei Wem das Auto gehört, da will ich mich gar nicht mit auseinandersetzen Ne, das da vorne ist mein Auto Der schwarze Wagen Das ist meiner Sag mal, hast du erst meinen gefahren? Ich bin seinen gefahren Okay Aber es ist ja eine Rennstrecke Darf jeder fahren Da ist doch kein Straßendingsbums So genau kenne ich mich damit in Deutschland nicht Aber das muss ich zugeben Achso Ja, solange da keine Altersdingen steht Ist ja alles gut Dann warten wir jetzt hier Sollte gleich die Ambulanz kommen Nur ein paar Minuten Ich hab echt Übelkeit Kümmern wir uns leicht drum Wird dann gleich besser Sobald die da sind Können die dir was Schönes geben Aber sicher Entschuldigung, ob ich was zu trinken Oder ob ich gar nicht aufstehe Chantel Warum? Ja gut, dann hol ich mir was zu trinken Schnell Hey, was ist? Oh, hallo Ambulanz 2 Kommen Frage Ankunft Du kannst es nicht genau sagen, aber was? Ja, den vor Das ist geil Ein Pommes Einmal Pommes mit Lachs, bitte Lassen die Bauchschmerzen schon ein bisschen nach Oder sind die nach wie vor stark? Bisschen besser, aber meine Kopfschmerzen sind immer schlimm Und die Übelkeit Ist klar, werden die Kopfschmerzen schlimmer oder? Keine Ahnung Ich weiß es nicht Es pocht halt Okay Bleib mal kurz hier sitzen Ich komm gleich wieder Mhm Das soll mich ja alles Mal eine Gehirnstüterung schreiben Ja, das soll auch eine Gehirnstüterung darstellen gerade Einige Gehirnstüterung zu mitnehmen, bitte Atrax 03 und Prost, Daniel, mal vorgesen, gell? Glaube ich Ja, müsste sein Ja, hab ich Welfie Gamerin, danke für das Zip werden Und mir geht's auch vorgelesen Fast, hab ich das vorgelesen So muss das Dauert halt hier alles gerade länger Weil ich halt, ja, hier mitten im Dings drin bin Die brauchen echt lang, bis sie da wen holen Trage hier auszuklappen Klapp wohl nicht Gut Trage geht nicht Was trinken? Komm, Elektrolyt Ich hätte dich jetzt, wenn ich gekonnt hätte, auf eine Trage gesetzt Aber irgendwie wollen die sich hier nicht ausklappen lassen Ja, ist halt, äh, deutsche Meisterwerkskunst funktioniert nicht Geht mal Ja Klumpat Richtiges Klumpat Richtiges Klump Klumpat Ein Klumpat, ja Auf alle Fälle Ja, dann warten wir halt Ey, wir sind kurz vor 6.000 Likes, Leute Haut mal drauf auf den Button Und vergesst nicht Abonniere und Glocke aktivieren Kostet auch nix Würde mich sehr freuen, Leute Oh, Italia mit 5 Schweizer Flankos Hallo Xen, kennst du mich noch? Und weiterhin einen guten Stream Noch Italia Gut, es ist halt Italien, ne? Ob ich Italien noch kenne? Ja, Bruder, Digger, natürlich Warum hast du Italienflanken Und die Schweizer Flagge dran? Bist du da an, an, irgendwie Angeeckt oder wie? Oder heißt Italien Und haut 5 Schweizer Flanken aus Aber kuss, kuss Ja, warten wir mal Ich kann euch noch auf den Chat eingehen Schön auf den VIP-Chat eingehen Wärts noch alles da im VIP-Chat Schreibt mal einen einzelnen Chat Wer noch im VIP-Chat ist Ich glaube, es ist gerade kein Mod da, ne? Aus dem Grund heute Heute insgesamt waren Nicht so viele Mods Habe ich heute den ganzen Tag Schon VIP-only an Also daran, weil die Mods Halt nicht so da sind Ich hoffe, das ist okay für euch Ich glaube, den VIPs gefällt es, ja, ne? Z4 10-4 Nee, sie sagt Glumpad Ja, da ist der Krankenwagen ja schon Cool Aber ich, Gott sei Dank Haben sie da keine Käsetrage ausgepackt Das freut mich übelst Käsetrage? Ja Ja Was meinst du denn? Ja, diese Käseliege da Oh, es sind doch viele Das war Glumpad jetzt Auch mal eine gegen die Kopfschmerzen Nein, machen wir nicht als Kind Also von den Käsentragen weiß ich jetzt nix Das wäre, soll ich ja hätten Da gibt es so eine Käsetrage Da will ich nicht drauf Die sieht so käsig aus, so Und stinkt so nach Käse Ja, das ist die Käsetrage Bäh Ja, das ist leider die einzige, die funktioniert Die andere können wir leider gar nicht ausklappen Ja, aber es riecht nach Käse Bäh Die riechen mir jetzt eh schon so schlecht Bäh Nee, auf die will ich nicht Schau, komm, wir helfen dir mal drauf Nee, ich will nie da drauf Dann kannst du dich draufsetzen Du musst dich hier nicht hinlegen Du musst dich hier nur draufsetzen Aber ich will mich nicht mal draufsetzen Das ist die Käsetrage Wenn ich mich draufsetze, stinkt alles Das macht ja nix Das kriegen wir wieder hin Nee, das kriegen wir eben nicht hin Weil ich wäre eh schon speiübel Du bekommst ja gleich was Gegen die Übelkeit Dafür musst du dich aber auf die Trage setzen Ja, aber das ist käsig Nee, wir versprechen, das stinkt nicht nach Käse Das ist ein richtiger Stinke-Gauder ist Da soll ich mich nicht draufsetzen Kann ich die für dich nochmal desinfizieren Das hat nix mit desinfizieren zu tun Ich stinkt die ganze Tage Ich stinkt nach Gauder Da setze ich mich nicht drauf Dann würdest du mir jetzt nach Desinfektionsspray riechen Nee, es riecht nach Stinke-Gauder Wenn man auf den Stinke-Gauder-Desinfektionsspray rauftut Dann stinkt trotzdem noch Stinke-Gauder mit Desinfektionsspray Der Geruch bleibt ja trotzdem Mensch, Karl-Heinz, du hast gerade ins Auto gekotzt Du hast mit deinem eigenen Kopf Lieber das, dass es mich auch auf den Gauder zu setzen Ja, Stingy ist Na gut, ich setze mich drauf Aber wehe, ich kotze mich da jetzt an Wir haben ja Kurztüten Das ist ja gar nicht Bäh Finde ich zu Info Er hat sich wohl einmal überschlagen Mit Geschwindigkeit weiß er nicht wie schnell Ist wohl mit dem Kopf und dem Bauch Gegen Sammertunbrit und Lenker gekracht Klagt über starke Bauch- und Kopfschmerzen Bauchschmerzen Zu sagen Scheißen gehen besser Also ja gut, er hat sich vorhin in den Wald erleichtert Aber ich glaube, dass durch den Aufprall sich der Schoko-Zug halt früher angekündigt hat, als er eigentlich kommen sollte. Weil er vormus ist noch nicht gackig. Ja, ich habe halt sehr starke Kopfschmerzen. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Boah, ich weiß nicht. Das Problem ist mir auch so übel und schlecht. In Kombination ist es eine wilde sieben oder acht. Aber es ist so richtig schwummrig auch. Aber ich sehe noch alles so vor mir. Aber es ist alles schwummrig irgendwie. Vor allem jetzt, wo ich mich ja hingesetzt habe mit dem Käse, Alter. Oh je. Lass sie lachen. Ich werde hier gerade echt... Es ist echt nicht gut. Aber hättest du jetzt gerne Schmerzmittel dann gegen die Schmerzen im Kopf? Wenn sie sowas haben, wenn ich einfach so wegnicken kann, wäre supi. Ja, wegnicken, das wäre natürlich jetzt nicht gerade die beste Idee. Aber ich könnte dir ein mittelstarkes Schmerzmittel in der geringeren Dosierung wegen dem geringeren Körpergewicht anbieten. Ja, nehme ich. Dann würde ich nämlich eine halbe Ampulle Ibuprofen verabreichen. Was verabreichen sie? Eine halbe Ampulle Ibuprofen. Oder hast du irgendwelche Unverträglichkeiten? Ja, nee, aber ich nicht. Aber Ibuprofen nimmt man auch so ein, oder? Die gibt es auch in flüssiger Form. Warum geben sie mir das flüssig anstatt so, was schneller wirkt, oder wie? Das wirkt schneller, genau. Hefti, hört. Okay, dann nehme ich das. Genau, das piekst einmal ganz kurz. Ich lege dir noch einen Zugang und dann machen wir das. Okay. Ich mag aber keine Spritzen. Deswegen legen wir direkt den Zugang, dann musst du es nur einmal ertragen. Ja, aber da habe ich ja so ein... Nicht drüber nachdenken. Okay. Dann vor. Der sitzt einmal und dann kriegst du von mir einmal eine halbe Ampulle. Felix Säubert, heute doch keiner. Doch, heute, ganz am Anfang vom Stream war eine 1-7-Donation da. Direkt am Anfang, Bruder. Direkt am Anfang. Magst du dich dann hinten in eine RTB reinsetzen, statt auf der Trage zu sitzen? Oder möchtest du trotzdem lieber auf der Trage sitzen bleiben? Nee, ich will weg von der Antrage, ich will in eine RTB rein. Ja, dann würde ich sagen, setzen werde ich gleich in eine RTB. Okay, wenn du hier sitzen kannst, dann geht das auch im RTB. Kann ich. Kann sie mich wohl mal tragen? Moment. Kollege, magst du mir kurz helfen? Mhm. Dann passen wir auf den Zugang im rechten Arm. Hier, für drei. Eins. Jawohl. So, drei. Und dann gehen wir mal rüber, können wir ihn hinten reinsetzen. Ah, die hopp. Ja, ist zu. Ah, stopp, ja. Moment. Achso, du musst den aufmachen, ja. Ja, ich hab den ja gerade jetzt ausgepackt oben. Mhm. Perfekt. Ich will be. Sollten sich die Schmerzen während der Fahrt zum Merkenhaus verschlimmern. Mhm. Sag bitte nochmal Bescheid, dann gebe ich dir nochmal ein bisschen was. Okay. Tipptopp. Wenn die übel werden, sollte er auch einfach Bescheid sagen. Ich gebe mein Bestes, vorsichtig zu fahren. Nee, sowieso immer übel beim Fahren hinten. Ob wir die Trage nicht hinten reinschieben? Nein, nein, die nehme ich, die packe ich ein. Ach, zum Glück. Die stinkt so richtig. Ich kann sie nicht zusammenklappen, aber du kannst sie mit einem. Ich kann sie nicht zusammenklappen, der Arme. Ja. Ich glaube, das ist mein erster Unfall, den ich hier habe, wo ich offiziell mitgenommen werde. Ein allererster RP-Unfall auf dem Nürburgring. Bin halb Italiener, halb Schweizer. Achso. Italiener, dann ja geil. Ordentlich schlecht. Aber wohnst anscheinend in der Schweiz, ne? Okay, nee, Match. Danke für Südlern auch. Tobi. Moin, moin. Geht's euch noch? Nein, Spaß. Bin auch noch da. Geil, dass du ihm wieder gesagt hast. Tobi, Gruß geht raus. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Ey, Kleiner, alles Gute, geil. Dankeschön. Wenn noch einer mein Auto vielleicht drüber bringen möchte, Versubi. Das können wir leider nicht. Nein, nicht sie. Jemand von denen da draußen. Wohin denn? Auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz, ja. Ich glaube nicht, dass wir das da über die Boxen kriegen. Ja, nicht das. Das, was hinten steht. Das ist meins, der schwarzer Wagen. Alles klar. Subi. Oh, Italien. Weiter in einem guten Stream. Vielen Dank, Italien. Nochmal. Jetzt dann rauchen. Nein, ich werde nichts rauchen. Arthrax. Man muss rauchen. Nein. Nein. Oh, was? Also, wieso? Nein. Nein, nein, nein. SpongeBob? Nein. Mayonnaise ist kein Instrument. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick. Nein, Patrick. Mayonnaise ist kein Instrument. Mehr Rettich ist auch kein Instrument. Dieses Nein, Patrick. Mayonnaise ist kein Instrument. Mehr Rettich ist auch kein Instrument. Das sind so, das sind die alten SpongeBob-Folgen, die echt noch gut waren. Oh, was ist denn da los? Katze? Kopf angehauen. Oh, hat Steffi Katz den Kopf angehaut, gell? Okay. Kommt jetzt einfach raus. René! Danke, René! 50 Euro. Ja! Haut da raus. Ohne Message. Das ist sehr schön. Dann sage ich ihm mal, er schreibt nichts dazu. Aber heute sage ich mal, ohne Message. René, 1981, 52. Was ein schöner Name. Mit einer schönen langen Zahl hinten dran. Ich finde das schön, dass du nichts dazu geschrieben hast, lieber René. Und da weiß der Support einfach nur so. Er möchte gar nicht Aufmerksamkeit hier im Chat bekommen. Er macht es einfach so. Ja, Bril macht es einfach so. Just for fun. Vielen, vielen Dank, René, Alter. Dankeschön. Wir haben mal umsteigen in den Flieger. Und dann steigen wir hinten in L.A. wieder rum in den RTW. In echtes Flugzeug. Dann wieder zurück. Und dann... Hui. Genau. Hui. Ich helfe da mal raus. Ja. Ups. Hallo. Und dann gehen wir doch mal rüber. Boah, mir ist echt schlecht, du. Darf ich mal ganz kurz den Puls fühlen? Mhm. Gucken wir doch mal. Der ist noch leicht schwach. Das könnte vielleicht ein bisschen Schwindel und Übelkeit auslösen. Aber es ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Also keine Sorge. Das heißt, ich kann uns fliegen. Ja, klar. Ja. Sag mal, hast du irgendjemanden, den wir anrufen sollen, der sich um dich kümmert? Nee. Gerade nicht. Ist keiner da, der hat sich mitgekummert gerade. Okay, sollen wir mit ins Oceans kommen? Ja, müsste nicht. Er könnte aber, wie er wollte. Na, dann komm. Äh, ich fahre mit ins Oceans. Er ist wirklich schlecht gerade. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich glaube, sie müssen mich tragen. Er ist ganz schwindelig. Okay, Moment. Gucken wir doch mal ganz kurz nach, ob wir irgendein Medikament dabei haben, was ich gegen die Übelkeit vergeben kann. Ah ja, nicht nur Übelkeit. Mir ist gerade irgendwie schwindelig. Ja. Sonst nehme ich dich gerade auf die Schulter und dann gehen wir raus. Mach mal das so. Alle, hopp. Warte mal. In meinem Shop gibt es keine Sofortüberweisung oder wie. Warte, ich kann mal gucken. Wir kommen vor, ich hatte welche. So ein Shop. Mh. Ja, gibt es doch. Äh, EPS-Überweisung kannst du mit Sofortüberweisung machen. Bei Clana kannst du auch. Aber EPS ist das Sofortüberweisung. Ob ich hier durch die Tür komme, äh, mit dir auf die Schulter. Moment. Mh. Und danke schön für die Mitgliedschaftsverschenkung. Von Atrax. Kann ich dich hier aber gerne wieder auf die Schulter nehmen. Mh. Wunderbar. Lala. Äh, ja, mit Clana und mit, mit EPS geht beides sofort. Was ich weiß, ist dasselbe. Habe ich am Handy gar nicht gesehen. Danke. Äh, kein Problem. Immer wieder gern. Ja, aber, äh, geht beides. Also, ähm. Moment. Man kann auch mit Bank. So ist nicht. Machst du den Test. Ich glaube aber, ja, es heißt halt nur anders. EPS ist irgendein anderer Service als sofort. Ah, bitteschön, kein Problem. Immer wieder gerne. Dann, Kemp, kannst du gerne nochmal wieder hinten einsteigen. Mhm. Und dann kriegst du von mir nochmal ein kleines bisschen Womex. Das ist gegen Übelkeit und gegen Schwindel. Er ist wieder zu. Ach, jetzt halt. So. Wunderbar. Oder Paypal geht aufwegs, ja, aber Paypal hat auch nicht jeder. Jetzt kommen wir erstmal zu dir rein. Und dann gebe ich dir einmal noch durch den Zugang, ähm, eine 1ml, 1ml Ampulle gegen, äh, Womex gegen die Übelkeit und Erbrechen. Danke. Jetzt kümmert er sich schon mich. Er macht das aber gut. Schmeckt dir die neue Red Bull Sorte? Ich hab's schon probiert, ja? Schmeckt gut. Dann machen wir uns weiter auf dem Weg zum Oceans. Okay. Schmeckt ein bisschen wie das Heidelbeer Red Bull. Nur verbesserte Rezeptur irgendwie. Äh, der Aquila, oder, äh, Aquila doch. Endlich habe ich es mal in den Stream geschafft. Ich mag Kaleins mit am liebsten. Oh, das freut mich. Dankeschön. Äh, der Aquila mit, äh, 5 Euro und ehrenhaften Viehs. Zeit haut mit raus, oder Zaid. Und, äh, Blood Hunter. Man 66, danke für 4,50 und keine Message. Das freut mich auch. Dankeschön. Das ist immer schön. Keine Message. Kaleins muss ich mal ein Feuerwehr-Auto kaufen und damit rumgefahren. Der geht aber leider nicht. Aber jetzt, ich werde da zur Feuerwehr. Ich muss mal fragen, ob die Feuerwehr sowas wie, wie so eine Kinderfeuerwehr, so eine freiwillige Feuerwehr oder sowas. Ich weiß noch, was das lustiger ist, das 25, 25, 25. Ja, das war ja auch eine gute Folge. Ja, die alten Spongebob-Folgen einfach heftig, lustig. Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Und mehr Rettig ist auch kein Instrument. Das waren so die goldenen Zeiten von Spongebobel, wirklich. Und der alte, der alte Sprecher von Dadeo ist einfach schön gewesen. Oder der alte Sprecher von Patrick, der war ja auch gut. Was ist das für Sachen? Warst du schon kacki, Alter? Warst du schon duschen? Wird das mit der Übelkeit besser? Ein bisschen. Aber mir ist es gerade wegen einem Spitz ist schlecht, weil ich wieder am Auto sitze und hinten sitze. Dann wird von hinten Autofahren insgesamt oft schlecht. Das nennt sich Reisekrankheit, Schätze. Ja, ja, ich glaube, das habe ich. Das Wohit sollte eigentlich auch dagegen helfen, aber dann gebe ich dir gleich nochmal ein bisschen was davon. Ne, ist nicht so schlimm. Ich glaube, es wirkt langsam. Es braucht nur ein bisschen. Perfekt. Kein, das ist ja Jugendfeuerwehr. Ja, auf der Leiter, auf der Drehleiter fahre ich dann runter. Weil Reisekrankheit ist halt in real life. In echt, das ist ganz schön, wenn ich hinten im Auto sitze, wird mir so schlecht, dass ich mal fast kotzen muss. Ich muss, wenn ich im, also wenn ich reise, muss ich vorne sitzen. Entweder als Fahrer oder als Beifahrer. Mir wird sogar als Beifahrer so ein bisschen übel. Aber nie so schlimm wie hinten. Sobald ich hinten sitze, im Auto, mir wird direkt schlecht, nach ein paar Metern. Also ich muss, ich muss vorne sitzen. Das Lustige ist halt, wenn ich selber fahre mit dem Auto, gar kein Problem. Oder als Beifahrer auch noch aushaltbar. Aber Alter, hinten. Alter, so schlecht wird mir da. Könnte ich jedes Mal so kotzen. Da sind wir dann auch schon. Ist der Grund, warum ich mal vorne sitzen darf. Dann komm mal mit rein. Okay. Ich weiß nicht, ob Karl-Heinz Nox kennt. Ich hab keinen Plan. Weiß ich grad nicht. Irgendwie ich gehe, als hätte ich mich angeschissen. Da kannst du dich einmal hier vorne auf das Bett setzen. Mhm. Da gucke ich mir noch mal kurz den Bauch an. Ich tast den einmal ganz kurz ab. Ich werde dann meine Erkenntnisse an Bertha weitergeben. Und die würde ich dann gleich weiter behandeln. Mhm. Dankeschön. Ja, was haben wir denn da? Bei mir auch in der Sechskrise. Ja, das ist ganz schlimm. Also. Ja, der Bauch ist leicht verhärtet. Mhm. Spürst wahrscheinlich selber, wenn du hier so ein bisschen drückst. Vielleicht hab ich deshalb so auf Klo müssen. Ja, weil das, oder das kommt von den Schmerzen, dass sich das quasi ein bisschen in den Bauch zieht und deswegen der Bauch so gesehen verkrampft. Ähm. Gut. Das ist einmal notiert. Der wird sich die Bertha gleich drum kümmern. Und dann. Okay. Ähm. Er sitzt. Karl-Heinz ist dann den braunen Zug rauslassen auf das Bett. Nein, hat er schon im Wald gemacht. Ähm. Die Bertha weiß Bescheid. Die wird dann gleich nochmal zu dir kommen. Und du kannst dann um 21.26 Uhr gehen. Okay. Dankeschön. Die Rechnung schenke ich dir einfach mal. Oh. Danke. Das ist sehr lieb. Jawohl. Dann einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Danke. Ebenfalls. Jo. Ciao. Ciao. Der hat mir die Rechnung nicht ausgestellt. Das ist voll nett. Es ist um 26.00 Uhr darf ich wieder gehen. Ist das schön. Schön, schön, schön ist das. Sag das mit dem Blut in der Kacki. Alter. Da bin ich hier für immer festgesetzt. Da machen die alle Tests mit mir. Ich hab Blut in der Kacki. Nee. Da bin ich hier festgesetzt. Schön. Zwei Dank für das ist ein. Viel, viel Dank. Gruß geht raus. Dankeschön. Ja. Freiheit PS ist noch. Willkommen bei den Mitgliedern. Dankeschön, dass Sie Mitglied werden direkt jetzt um diese Uhrzeit. Das ist doch mal schön. Ja, nicht wundern. Ich hab Web-Only an. Wobei Freddy ist jetzt das Mod da. Soll ich sonst freigeben den Chat? Ich weiß nicht. Ich find's grad so angenehm am Abend. Hast du mir Schluss was zu essen gegeben? Ich denke mal Chandler hat das gemacht. Wenn nicht, mach ich noch mal was. Chandl. 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 Sie schläft nämlich schon. Chandl. 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 Sie hat nichts. Sie pennt grad hinter mir. Ich wechsle jetzt nicht auf. Ich schau einfach, ob sie schon... Weil ich stream schon die ganze Zeit. Ich schau, ob sie schon fressen gemacht hat dann. Also ich hab unsere Katzen sowieso immer was zu fressen da. Aber Nassfutter muss ich gucken. Aber an sich bekommen die immer Nassfutter. Und Chandl. Und Chandl. Ach. Die ist ja hier. Was war okay. Aber ich weiß es nicht mehr. Das ist schon so lang her. Aber Kinox hat auch nichts mit Herrn Nox zu tun, ne? Nox ist wer anderes. Was er das jetzt meint. Der hieß ja... Kinox sein Charakter hieß ja komplett anders. Der hieß... Wie hieß denn der nochmal mit Nachnamen? Der hatte den Namen, den auch die Leute im RP immer auf diesen Schildern drauf haben. Auf den Namensschildern. Beim PD drüben oder als Medic. Da gibt es diese Namensschilder und da steht der Name immer drauf. Ich weiß nicht mehr wie der hieß. Der Charakter. Mit Nachnamen. Irgendwas mit G glaub ich. Irgendwas mit G war es. Er... Ach keine Ahnung mehr. Das ist so lang her. Nee, also Herr Nox ist nicht Kinox. Nee, nee, hat nichts damit zu tun. Graham, genau. Graham war das. So hieß der Charakter. Weil der Name Graham, der ist auf diesen... Polizei-PD-Abzeichen rechts steht es oft mal drauf. Oder beim... Beim Ding. Genau. Schön, dass ich mal einen Chat lesen kann. Ich mach mal kurz einen Chat auf. Ich schau mal, was die Leute schreiben. Ich mach mal aufmache. Ist schön ruhig. Guck. Jus Marshall. Jus Marshall. Ja. Echte Marshall. Ja. Echte Marshall. Ja, Robert kann auch wieder schreiben. Ich glaub vor allem am Abend ist es dann angenehmer mit dem Chat. Am Tag ist immer schwer. Das ist ein Kinox. Hast du ja mit dem Putzmittel. Stimmt eigentlich. Ja, hast recht. Ich bin clean. Ich weiß nicht, ich kann mit Stimmbruch an. Ich weiß es nicht. Hallo, ich bin's, der Karl. Ich bin im Stimmbruch. Und ja. Also irgendwie hört sich das komisch an, wenn Karl im Stimmbruch wär. Ich glaub so irgendwie. Oder ist richtig tief so. Ja, hallo. Ich bin Karl. Nee, das hört sich falsch an. Oh, das ist ein Heli, ne? Frag mich warum, was denn passiert. Was ist denn 26 jetzt dann, ne? Nee, eine Minute noch. Dann kann ich raus. Uno Minuto noch. Kommt aber wieder Grant. Die Frage hab ich vorhin schon beantwortet. Warum es gar nicht gegangen ist, dass Grant kommt. Weil ich find's ja heute auch los, wenn die Leute immer dieselben Fragen stellen, so. Vor allem die hab ich heute schon beantwortet. Aber gut, das können die Leute auch nicht wissen, so. Ich denk mir immer so, das spricht sich dann eh rum, warum das so ist. Vor allem die anderen YouTuber haben's ja auch gesagt, warum sie nicht auch mal auf Grant können. Oh, ich kann aufstehen. Bin ja nicht der Einzige, der nicht mehr drauf kann. Wissen, wie ich dort streamen darf. Weil die ja Streaming dicht gemacht haben, wie ein Rockstar so. Haben die alles mit Streamern dicht gemacht, was ging. Vor allem der Poser ist 50 Mal hintereinander rein, der Brie. Immer noch. Ja gut, das ist Streamingverzögerung. Das ist der Sound auf der Spende. Ja. Bist du schon entlassen? Ja. Jetzt bin ich entlassen worden. Ich überleg' gerade, wo ich hinmüsse. Da in Richtung Hauptplatz wär' ganz gut. Nee, dann komm. Jetzt fragt es schon drittes Mal. Kommt auch mal wieder Grant. Ja, Brie fragt schon das dritte Mal. Ich frag mich, ob man das checkt, wenn es... Warte, ich warte jetzt ab im Chat, ob man das nochmal schreibt. Und du hast gecheckt, dass ich mir geantwortet hab im Chat. Schau' wir mal. Das ist ja unglaublich. Aber ist das so neftiges Streamingverzögerung von 5 Minuten oder was bei dem? Schau' wir mal. Jetzt war ich jetzt auch nicht mal auf dem Chat. Ja, ich hab Tabletten bekommen und so. Und jetzt ist es mir nicht mehr so schlecht, aber keine Ahnung. Jetzt hat die Berta sich um mich noch gekümmert und ja. Dann ist es gut. Wann bist du wieder Admin? Äh, vorgestern. War ich Admin? Nee. Immer dann, wenn ich grad Bock hab. Also, ich hab nie nen Zeitplan. Wenn ihr nach nem Zeitplan fragt bei mir, wann ich streame, wann ich Admin bin, wann ich Karl-Heinz bin, wann ich Mark-Humpel bin, gibt's leider nicht bei mir. Ich mach immer das, äh, worauf ich gerade Lust und Bock habe, muss man ehrlich sagen. Aber macht ja auch keinen Sinn, warum soll ich nen Zeitplan haben, weil welchen Charakter ich spiele, ne? In der nächsten Mal. Wann kommt wieder ein Grant-RP? Wann? Jetzt ist der ganze Chat voll. Der ist halt geil. Nee, ich warte auf den Typen, bis, äh, wer war das, ich glaub Thomas hieser. Ich warte, bis der das nochmal fragt. Noch auf ein viertes Mal. Aber jetzt hat er, jetzt hat er nicht mehr gefragt, schade. Also, du hast das geil im Chat. Kotze im Auto nochmal. Nee, ich kotze jetzt nicht rein. Der ist nett. Den kotze ich in sein Auto nochmal voll. Jetzt müssen wir die Frage stellen, wann kommt eigentlich wieder Fortnite? Das ist die wichtige Frage, Leute. Wann kommt eigentlich wieder Fortnite? Also, die Frage müsst ihr mich wirklich mal stellen. Das ist ganz wichtig. Wann wieder Fortnite kommt. Nee, wann kommt Fortnite-RP? Wann kommt Real-Life-Fortnite? Wann kommt der Real-Life-Online-Fortnite-Server endlich? Der Fortnite-RP-Server, der alles in den Schatten stellen wird. Wann kommt der überhaupt? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Oder, wann ist wieder Bewerbungsphase? Wann kommt RLU 3.0? Das sind so die Fragen, die uns alle begeistern, wie im Chat. Und wann, wann kommt eigentlich wieder der Tief-Simulator? Auch eine wichtige Frage. Willst du hier rauslassen? Ja, genau. Einfach hier rauslassen. Perfekt. Okay. Dann alles Gute, Kleiner, gell? Dankeschön. Ich wünsche dir auch noch alles Gute. Tschüss. Danke. Winky, winky. Wieder mal hupt. Genau. Und wann kommt Roblox-RP? Und Minecraft. Der Minecraft-RP-Server, wann ist denn der eigentlich draußen? Und wann kommt 4.0? Das sind Fragen, die interessieren uns alle Leute. Das sind wichtige Themen, die wir hier ansprechen müssen. Ich bin Tadeus. Er ist Tadeus. Wir beide sind Tadeus. Sie sind Tadeus. Sie sind Tadeus. Ich bin Tadeus. Auch eine sehr schöne Folge von GTA. Wurde ich schon sagen. Sehr schönes manchmal Folge. O8. Planio. Sechs lang versippt werden. Der Zocker 96. HIP geworden. Dikatsu ist HIP geworden. Daiketsu Infinity. Entschuldigung. Daiketsu. Freiheit PS haben wir vorwiesen. Dankeschön. Und noch eine Frage, die wir im Chat beantworten könnten. Wann streame ich eigentlich endlich GTA 6? Das könnten wir auch fragen. Aber ihr werdet es lustig finden. Diese Frage war wirklich mal im Chat bei mir. Wann ich endlich GTA 6 streamen kann. Oder Leute, die mich fragen, wann kommt eigentlich GTA 6 raus? Das sind auch Fragen, die im Chat natürlich sehr gerne von mir beantwortet werden. Übermorgen. Übergestern werden sie jetzt so weit sein. Oh, hat das PD offen. Ich kann mal fragen, ob die da sind. Weil ich hier einen Waffenschein hätte. Ich habe es ja einmal probiert. Hat nicht funktioniert. Beim zweiten Mal funktioniert es vielleicht. Upsala. Derzeit besteht eine Sperrung am Gebrauchtwagenhändler wegen eines Brandes mit massiver Rauchentwicklung. Oh, da fahre ich aber hin. Das ist doch schön. Ja, ich kriege aber immer solche, oder so Basic-Fragen, die ich auch bekommen. Wann wieder Krieg bei 1 zu 7? Oder Tim Wolf ruft an. Hallo. Du hast mich angerufen, Karl. Alles gut. Hat sich erledigt. Vor drei Stunden. Ja. Ja. Okay. Jawohl. Gut. Tschüss. Ist aber ganz schön laut hier. Bisschen leiser hier. Ist ja ganz schön laut. Die machen ganz schön einen Krach hier irgendwie. Hallo, Entschuldigung. Leiner? Ja, was ist los? Hier ist eine Sperrzone. Bitte nicht durchfahren. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe es erst gemerkt, als hier alles hochgegangen ist. Ist ziemlich laut. Warum machen die da so einen Krach um die Uhrzeit? Das kann ich leider nicht sagen. Ja, man muss direkt mal eine Anzeige machen mit einer Lärmbelästigung hier hinten. Geht ja gar nicht. Weiß mich da einfach in die Sperrzone reinfallen. Ist dem scheißegal. Ah, das ist schön. Das ist richtig schön. Jetzt kann ich mein Auto wieder. Aber ich stehe jetzt am Nürburgring. Soll ich das da? Ich könnte das so schnell einparken gehen. Aber das macht ja keinen Sinn. Soll mal alles rüberfliegen. Oder wann kommt die Hochzeit? Ja, das sind auch Sachen, die ich oft bekomme. Das ist... Warte, was habe ich schon was ausbekommen? Vielleicht mal wegen Rufstuhl. Habe ich schon gemacht jetzt gerade. Sollte ich mal zur Anzeige bringen. Wann kommt RLO 20.0? Dankeschön, Shadow, für 2 Euro. Morgen. Fahren Sie das Gebiet bitte weiträumig. Ich fahre da nochmal rein mit meinem Auto. Ich würde gerne meinen SV wiederholen. Aber der steht jetzt halt oben. Ich könnte ihn sonst von... Wobei, ich könnte es ihm sonst... Das kostet 5000 Dollar. Das mache ich nicht. Ich hole sonst mein Fahrrad. Ne, ich hole meinen Roller. Und fahre runter und hole den Wagen wieder. So mache ich das. Oder wann zeigst du dich? Oh, ich weiß noch, wie die Leute gefragt haben, ob ich mich bei einer Million zeige. Das war... Diese Frage wurde mir so oft gestellt im Chat. Das weiß ich noch. Jetzt habe ich meine eine Million. Seitdem her, bekomme ich die Frage nicht mehr so häufig gestellt. Fand ich mir übelst lustig. Da haben die Leute geschrieben, zeigst du dich bei einer Million Abonnenten? Zeigst du dich dann? Zeigst du dich dann? Da ist mir sowas... Hä, was ist der Grund dafür? Da ist mir so, macht das keinen Sinn. Muss ich mir bei einer Zahl zeigen? Ist ja richtig Abo geil sowas. Bei einer Million Abonnenten zeige ich mich. Tja... Gibt sicher Leute, die das machen würden. Ich nicht. Aber seitdem ich die eine Million habe, endlich diese Frage nicht mehr so häufig. Endlich. Ist richtig schön. Wann streamt Miss Flush? Das ist auch eine gute Frage. Handy Drifti ist überfallen. So, fangen wir mal hier rein. Das ist so egal, dass hier abgesperrt ist, ne? Das ist mir so egal. Oh ne, Karma kassiert. Och ne, ich hab Karma kassiert. Okay, das war richtiges Karma gerade. Ah, so kassiert mein Karma auf RLO. Und den besten hatte ich auch nicht. Also bin ich ja wieder Aua hier. Ja, wieder Aua. Also Wunden. Ja ne, gar nicht so schlimm. Ein hoch auf die magische Mies, Muschel. Nein. Wann komm, kochte du jetzt? Ja, zeigst dich bei 5 Millionen. Das ist, ne, das ist, fragen wir mal 2 Millionen. Das wäre doch lustig, so. Ja, 2 Millionen zeigst dich dann, oder? Auf alle Fälle. Ja, aber hallo, natürlich. Nervig. Also, man kriegt oft, also wenn du YouTube machst, du kriegst halt wirklich oft so dieselben Fragen gestellt. Aber das Ding ist halt, vor allem wenn du Livestreams, die Leute wissen das ja nicht. Ich kenne halt Personen, die da ziemlich mad drauf reagieren. Ich meine zum Beispiel der Drachenlord. Das beste Beispiel. Ihr müsst euch vorstellen, der streamt so. Und da kommt ein neuer Zuschauer rein. Und, äh, ich meine, ich weiß das halt, dass wenn ein neuer Zuschauer reinkommt, der zum Beispiel fragt, ja, ähm, was hörst du denn gerne? Sagt er dann, direkt richtig sympathisch mit ist, das haben wir jetzt 10.000 Silber gesagt. Und dann ist der Endspit und sagt, äh, er soll nicht immer dieselben Sachen fragen. Nicht mal so, der kann es halt nicht wissen. Der ist vielleicht erst mal im Stream und weiß das nicht. Ich glaube, ich bekomme auch immer die Frage, wann Bewerbungsphase offen ist. Im Stream zehnmal gestellt. Und ich antworte halt trotzdem normal drauf. Oder ich mache da meine Einblende rein. Wisst ihr diese, ist das die hier? Ja, die hier, ne? An die Bewerbungsphase wieder anfängt, weil das so oft gefragt wird. Nee, aber, ähm, denke ich mir halt auch so, weißt du, du hast einen neuen Zuschauer und dann bist du so richtig assi und sagst dem, ja, äh, ich werde mich da jetzt nicht das 10.000. Mal wiederholen. Immer so der arme Bré. Jetzt wäre das erste Mal, der war, weiß nix. Aber ja. Das hat auch blöd alle Informationen in die Beschreibung packen, ne? Einfach alles. So, man hat sich das 10.000. Deme gesuckt. Oder was halt, oder was, weißt du, welche Frage richtig hat triggert, also das ist jetzt wirklich hart triggering, wenn ich mal kein GTA spiele, also kein RL-O, die Fragen im Chat, warum heute kein RL-O? Diese Fragen, Alter. Das sind die allerbesten, also das ist, ich glaube, das ist mit beiden äußerst das krasseste, was am meisten triggert von allen Sachen, wenn ich mal was anderes spiele, oder es muss nicht mal, es muss nicht mal was anderes sein, wenn ich GTA spiele, warum heute kein, also ich müsste nur GTA Online spielen oder GTA Singleplayer oder sowas, oder auf einem anderen Server, warum heute kein RL-O? Das ist die Frage, die ich am meisten, am schlimmsten finde von allen, wenn ich mir so denke, Bruder, warum werde ich heute kein RL-O spielen? So als werde ich gezwungen, Alter, als wäre ich gezwungen, nur RL-O zu spielen, und es ist nichts anderes, ist so richtig so, warum? Diese Frage, ja warum wohl? Warum? Weil ich mal was anderes spielen will vielleicht? Was ist das für eine Frage? Oder zum Beispiel, was hältst du von Krieg? Solche Fragen, weißt du, da denkst du mir so, Bruder, ja glaubst du, ich setze mich da hin und sage, boah, das finde ich aber übelst toll, dass ich Leute bekomme, das finde ich toll, das finde ich super, ich war auch so, okay, die Frage könnte man sich selber beantworten, das sind solche Fragen, wenn ich mir denke, Bruder, das sind Fragen, die kann man sich selbst so easy beantworten, und es gibt Leute, die fragen sowas, was hältst du von Krieg? Ich habe diese Frage bekommen, als das angefangen hat, mit Ukraine und Russland, denke ich mir so, ja was will ich davon halten, dass ich das super toll finde, aber sicher nicht, was halte ich davon? Aber solche Fragen bekommst du gestellt auf YouTube, das ist kein Schein. Teilweise in Donis habe ich da auch schon bekommen, was hältst du davon? Ne, ne, wurde es doch echt schon mal erkannt, noch nie, zum Glück, noch nie, nein. Bitte, noch nicht, wer weiß, vielleicht passiert es mal, wobei, die eine Story, ich habe euch schon mal erzählt, wo ich mit Andel beim Mediamarkt war, mit diesem einen Kind, der was uns angestarrt hat danach, weil Andel rumgeschrien hat, mit Andel, ich habe eben mal gesagt, mit Andel weggehen ist immer sehr schwer, weil Andel sehr lautes Organ ist, das heißt, er redet sehr laut, und er redet halt wirklich laut, und da habe ich euch mal gesagt, da war so ein Kind, was in der Gamingabteilung war, beim Mediamarkt, und Andel übelst laut geredet, und da hat irgendwas gesagt, hier so von, von YouTube, die Stars und so, und YouTuber, und hat halt so gelabert, und Andel erkennst du eigentlich, seine Stimme, so extrem, dieses Kind hat uns halt mit großen Augen angesehen, ich weiß nicht, ob er uns erkannt hat, aber, wie gesagt, es ist immer unangenehm, mit Andel rauszugehen, weil er so laut ist, Alter, den hörst du 5 Kilometer, weißt du, du redest, für ihn ist das normales Reden, ich denke mir so, Alter, bitte Andel, du hörst dich eh so an, und dann, ach egal, jedenfalls Andel ist so laut, also, wenn uns mal jemand erkennt, dann hundertprozentig, nur weil Andel dabei ist, hundertprozentig, da ist, wenn dann, ein Andel dabei, wenn es passieren sollte, weil ich bin nicht so laut, Andel redet den ganzen Tag, als wäre er, ich weiß nicht, auf ein Konzert, das ist ganz schlimm, warum kein Andel-RP, ja, da müsste ich mal Kopf machen, da müsste ich mal Kopf machen, jetzt soll er tanken gehen, und, na, doch, da ist immer ein Komata, ist einer, immer nur zur Bundeswehr, dürfte da mal dir ein Foto machen, natürlich nicht, also, stell dir mal vor, ähm, du, ich hab kein Geld, ja, stell dir mal vor, du, äh, findest heraus, dass, so ein YouTuber vor dir steht, der sich nicht zeigt, öffentlich, denn es ist wohl das, letzte, was du fragst, ob du ein Foto mit dir machen darfst, oder, logischerweise, auch eine Frage, die kann man sich selber beantworten, das war eine richtig dumme Frage, aber solche Fragen meine ich, die kann man sich so selber beantworten, warum sollte man ein Foto mit jemandem machen, wenn man, wenn man doch, nicht erkannt werden möchte, so, das macht ja gar keinen Sinn, aber ich glaube, selbst, wenn mich wer erkennen würde, ich würde es niemals zugeben, dass ich es wäre, so, warum sollte man, sag einfach, es war anderes, ich bin der es nicht, also, ich glaube, dass, dass man mich wirklich, von 100% erkennt, naja, wird niemals stattfinden, oder, wenn du wieder fragt, weiß ein, ob Kurt heute streamt, ja, das ist auch eine geile Frage, im Discord, ja, liest man auch täglich, was ist jetzt los, ich habe jetzt nicht gleich das Geisel genommen, wie geht es deiner Katze, wollte ich mal erkundigen, einem geht es schon besser, also, ich muss sagen, dass, zum Glück spricht es, spricht es anders, der Wirkstoff, also, er, ich hoffe, dass er nicht sterben muss, so ist es, aber, meine größte Angst ist, dass das wieder zurückkommt, ne, dieses, dieses FIP, ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass es nicht zurückkommt, also, jetzt müssen wir eine zweite Behandlung kaufen, also, ihr wisst, diese Behandlung ist sau teuer, habe ich ja letztes Mal drüber geredet, wenn du FIP behandeln willst, musst du 1400 Euro hinlegen, circa, sind es 1400 Euro, dann müssen wir jetzt noch, ähm, gucken, wegen, ähm, Tierarzt, dass er, dass er seine Werte wieder richtig bekommt, dass er gesund wird, ja, ich hoffe einfach, dass er nicht sterben muss, das ist einfach meine Hoffnung, dass es auch nicht zurückkommt, und dass er, dass er danach wirklich geheilt ist, dass es nicht mehr wiederkommt, weil, ich sag mal so, die Krankheit kann an sich ja wiederkommen, also, dieser, dieser Virus kann ja sich wieder ausbreiten, und dann sich wieder mutieren, und dann kann es halt wieder da sein, also, ja, ne, also, ich hoffe es einmal, dass es, äh, funktioniert, und dass diese 1400 Euro, äh, nicht einfach umsonst ausgeben wurde, dass es dann halt wiederkommt, ne, und ich, ich habe auch gesagt, also, wir sollen jetzt wiederkommen, ihr wisst halt nochmal aus, aber ich hoffe einfach, dass er nicht sterben muss, aber, bis jetzt sieht es gut aus, also, er spricht gut drauf an, ähm, zum Glück, also, er rennt wieder durchs Haus, er war, aber muss man sagen, er war schon ganz, ganz, ruhig, und, und, du hast halt gemerkt, er, er frisst immer weniger, also, er wiegt auch immer weniger, so, das merkst du dann, und er war ganz ruhig, also, ich habe gemerkt, es hat etwas nicht gestimmt, das ist halt sowas nicht für Versicherung, äh, wenn du eine Katzenversicherung hast, ich glaube nicht mal die zahlt das, weil, es gibt kein lizenziertes Medikament dafür, deshalb ist es so teuer, also, das Medikament, was du dafür kriegst, gegen FIP, das ist nicht lizenziert, das gibt es eigentlich gar nicht, weil, ja, das Patent dafür jemand hat, der es nicht hergeben möchte, aber, ja, wie gesagt, äh, das, ist halt jetzt die Sache, muss man halt gucken, ob das wiederkommt, ne, und da muss man jetzt öfters mal zum Arzt und schauen, wie sehen die Werte aus, die Gutwerte und so weiter, und dann können wir weiter gucken, aber bis jetzt sieht es, zum Glück gut aus, dass er, das übersteht alles, ne, also, man merkt es jetzt schon, ihm geht schon viel, viel besser, er rennt wieder durchs Haus, ist erst, wieder so wie früher, also, er ist wieder ganz fit, rennt durchs Haus, äh, spielt mit den anderen Katzen, also, man merkt das, zum Glück aber, aber, war mich auch, so durch Zufall herausgefunden, dass er es hat, das war nur Zufall, ich bin echt froh, dass wir es herausgefunden haben, oder, stell dir mal vor, äh, du weißt das nicht, dass deine Katze das hat, und dann stirbt die dir einfach weg, einfach so, dann schläft die einfach ein, und am nächsten Tag ist sie einfach weg, und die ist gerade mal, ein Jahr alt, für die Katze, da echt die Daumen von Herzen, danke, dass du drauf geantwortet hast, das, äh, war es mir die letzten Tage sehr wichtig, tat mir sehr leid für sie, alles gut, ja, aber es ist, ja, es ist nie schön, wenn, wenn es, wenn es, ein Tier schlecht geht, ne, aber es sieht gut aus, also, ich bin aller, aller, äh, Hoffnung dabei, dass es im Glück geht, weil das Problem ist ja, weißt du, wir haben halt drei Katzen, und, ich sag so, dieses Coronavirus, da stecken die sich ja gegenseitig an mit, ne, weil, wenn es eine Katze hat, kannst du sicher sein, dass es die anderen auch haben, die Frage ist halt, ob es ausbricht, das liegt bei einem Prozent, die Wahrscheinlichkeit, das heißt, meine anderen Katzen könnten es jetzt auch kriegen, zu einem Prozent, da habe ich halt Angst, wenn sein Immunsystem nicht gut ist, dass er sich das halt wieder einfängt, und dann halt das wieder bekommt, ne, aber ich, ich hoffe einmal, dass es jetzt erst mal, erst mal so bleibt, bis es ist, dann, dass er gesund wird, und dann passt das, oh Freddy, keine Show, Freddy, keine Show, äh, danke, für eure Katze, auch bitte, ich habe das schon bezahlt, ich habe auch schon gesagt, bitte keine Spenden für die Katzen, ich kann das zum Glück bezahlen, und ich habe es auch schon bezahlt, also alles gut, aber Freddy, vielen, vielen Dank, also 50 Euro, mit ehrenhaften Fies, ich wollte noch mal Ruppellose holen, einmal Ruppellose, ich hatte heute so ein Glück, danke Freddy, aber keine Show, die jetzt endet, für die Katze, zwar nur eine Kleidigkeit, aber besser, wie nix, Dankeschön, wie gesagt, Geld, ich habe, Leute, ich kann es mir zum Glück leisten, ihr müsst dafür nicht spenden, habe ich auch im letzten Stream gesagt, ähm, Gott sei Dank, bin ich, so, dass ich es mir leisten kann, ich habe eh mal gesagt, vielleicht, dass wir da mal anderen helfen, für sowas, oh, schau mal, ich habe mal wieder gewonnen, ich habe heute so einen Lack, das ist unglaublich, ich sage mal so, es gibt Leute, die brauchen das Geld halt auch wirklich, und dann, ja, können wir da mal so einen Pool machen, für sowas, willst du mit der Crymax oder anderen YouTuber ein Video oder Stream auf deinem Server machen, ist eine spontane Frage, ähm, es war geplant, also du wirst jetzt lachen, es war sogar geplant, mit der Crymax und mit Standardskill damals zusammen Server zu machen, äh, nur habe ich das komplett verworfen, oh, das ist ein Kopf, ich habe das alles komplett verworfen, aufgrund der Tatsache, dass, äh, RLO 2.0, nee, RLO nicht 2.0, 1.0, haben wir damals noch aufgebaut, und, da war eben noch die Frage, machen wir einen öffentlichen Server oder einen Privatserver, ne, wären wir Schiene Privatserver gefahren, zum Aufnehmen, wäre es was geworden, aber wir sind dann doch, auf, ich habe dann doch gesagt, komm, wir machen das öffentliche, und dann hatte ich leider keine Zeit mehr, das zu machen, das war auch der Grund, weil, mit Standardskill oder Crymax war geplant, so einen Privatserver zu machen, wobei wir so ein bisschen Scheiße bauen, weißt du, es war geplant, aber wir haben es dann halt, aufgrund von RLO, wegen der Community, weil wir gesagt haben, machen das öffentlich, ist das nie was geworden, weil, äh, ja, einfach, dass jetzt ein öffentlicher Server ist, wo es ganz anderes geworden ist, als es, eigentlich geplant war, muss ich auch ehrlich sagen, ob da Zukunft was kommt, ich weiß es nicht, ich bin halt, ich habe ab und zu mal mit denen Kontakt gehabt, aber ich bin jetzt, nicht in großem Kontakt mit denen gewesen, ist das okay? Ja, 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 also ich fahre wie ein besoffener, glaube ich fahre wie besoffen, wenn er mich anhält, ja, jetzt werde ich hinterher gucken, Oh, zi! zi, 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 baby! Baby, don't you hurt me, baby, don't you hurt me, no more. What is love? Und ich bin weg, und ich bin weg, oh yeah. Bist du der, ist wir immer hier Office, also das funktioniert halt immer, ne? Dass wir um die Ecken stellen, ist so eine Sache, die, also das funktioniert halt wirklich immer, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, Leute. Das ist mein Humor, ey. Das ist, also ich stand auch komplett offensichtlich an der Ecke, und der Bre fährt einfach vorbei, dem ist es voll egal, der ist nicht gesehen. Ja, das ist, das ist das Eckenfahren, das müsst ihr lernen, Leute. Einfach in der Ecke stehen, warten, und der verdreht dran vorbei, er merkt es eh nicht. Du brauchst nur genug Abstand, aber deshalb ist dieses Auto so fies, du drückst aufs Gaspedal, bist weg, und dann hast du, dann hast du das Teil, das du genau so was abziehen kannst, und deshalb finde ich diesen Wagen viel besser als den anderen. Hat man genau das Helfe habe ich hier vorne auch gemacht, nur mit dem Busch halt, mit dem Busch versteckt habe. Ehren, Ehrenauto, Alter. Richtig Ehrenmäßig am Start, also jetzt tange ich das Ding einfach voll, auf ganz entspannt, und keiner kommt. Das ist deine Katzeschaft, ja, ich hoffe es auch, aber das siehst du leider erst nach, Monaten, wie das Blutbild halt ist, ne. Ob das halt dann wieder aussieht, also merkt man ja, also zum Glück merkt man das, wenn die Katze krank ist, das merkst du zum Glück. Also wenn ich jetzt irgendwann mal wieder merke, dass meine Katze, einfach immer müde ist, und halt gar keinen Bock mehr hat, richtig Spaß zu haben, weil er rennt ja durchs Haus, sonst, er ist immer durchs Haus gerannt, und mir ist schon so aufgefallen, er rennt nicht mehr durchs Haus, und wenn mir das nächste Mal auffällt, dass er nicht mehr durchs Haus rennt, direkt zum Tierhals und gucken. Einfach direkt zum Tierarzt mit der Katze. Also auch für euch, wenn ihr eine Katze habt, die einfach, wenn sie jung ist, vor allem, wenn sie jetzt ein Jahr alt, wenn sie wirklich jung ist, und ihr merkt, die ist überhaupt nicht verspielt, und liegt nur rum, und ist ganz schlapp, dann am besten zum Tierarzt bringen, und gucken lassen, direkt Blutbild machen lassen, ist auch wichtig. Am Blutbild siehst du es dann, ob sie es hat oder nicht. Ich bin einfach weg. Ich seh, guck mal her, Polizist, was ist denn tot passiert? Ich wollte das Ding jetzt, eigentlich volle Kanne ausfahren hier, aber von der anderen Seite, und dann mal richtig durchrasen. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob ich damit jetzt die 330, weil hier habe ich die 330 ja nicht geschafft. Nur bei bergab gehen. Ich will mal bergauf da fahren, hier. Wollen wir mal Bump mit, weil, ey, ich komme vor, der Wagen ist nicht so schnell jetzt. Ich bin vorne schneller davor. Ja, 3, 11. Oh, wieder Kopf, ah, nee, doch nicht vorne. Ich dachte schon, alter Kopf. So, probieren wir es jetzt mal. Oder wir gehen ins Casino. Komm, wir gehen ins Casino. Mal ein Rad drehen. Alter, wenn ich heute schon so eine Glückssträde beim Rubbel los habe. Was habe ich dann im Casino für ein Glück, bitte? Ganz schön. Ich glaube, die gehen mich gleich an. Ries. Ab ins Casino. Ich darf nun, dass es nicht nochmal ausbrüche bei der Katze und auch bei den anderen auch Kuss. Dankeschön. Bei den anderen kann es halt passieren, wenn sie älter werden, wenn dann das Ding halt, wenn halt die, wie sagt man, wenn sie, wenn sie, ach, äh, schlechtes Immunsystem bekommen, also wenn sie älter werden, dann kann es halt passieren. Aber die meisten Katzen kriegen das tatsächlich in den jungen Jahren. Also wenn es wirklich so ausbricht. Das ist meistens bei jüngeren Katzen der Fall, nicht bei älteren. Also wenn man schon mal, da, habe ich ja übelst informiert jetzt die letzten Tage drüber, wie das ist, genau, ne. Aber jetzt bin ich gespannt, ob ich was gescheites gewinne. Am besten wäre das Auto gewinne. Äh, drehst du dich mal auch fertig? Naja, 500 Chips ist jetzt nicht so geil, aber ja. So drehen wir nochmal. Jetzt vielleicht, also wenn ich den Cybertruck gewinnen sollte heute, das könnte nämlich sein, bei meinem Glück, wie ich es bei Robelos hatte, dann wäre das schon was Schönes, ne. Dann wäre jetzt was richtig Schönes, aber wird nicht passieren. Der dreht heute extrem lang, ne. Ach komm. Leck, komio. Wie viel habe ich noch eigentlich? Ich habe ja nicht mehr so viel Geld, muss aufpassen. Ich habe jetzt, äh, 2000 Chips da reingesteckt. Ja, ihr habt jetzt noch 250.000, ne. Ein bisschen aufpassen, drüber hole ich mir noch ein paar Pfeilchen. Das, was ich mache, ich hole meinen Gewinn wieder. Ich gehe, äh, Roulette spielen. Ich hau einfach alle Chips auf Roulette und dann hole ich mir wieder das Geld. Ach, wobei, Roulette habe ich gesagt, soll ich besser nicht spielen, ne. Ne, ne, dann spielen wir kein Roulette. Wir spielen sonst mal, ne, Blackjack ist auch schlecht. Bei Blackjack wurde ich so abgezogen, letztes Mal. Aber wisst ihr, noch einmal habe ich Blackjack acht Mal hintereinander gewonnen, war das. Das war richtig geil. Ach, komm, ich probiere es. Blackjack, komm. Karl-Heinz muss doch gut sein, Blackjack. Er muss doch, der muss doch der Kinderbonus da sein. So, 4000 Chips max. Ich hau, ich hau 1000 Mal rein. Please place your chips down. Please place your chips down. Natürlich gerne. Ein bisschen aus wie, wie andelt der Autohausverkäufer. Wo er sich noch nicht operieren hat lassen. So. Ja, toll, jetzt habe ich eine 17. Das ist so schlecht, aber halten. Ne, halten. Hörte ich jetzt auch eine 17, ne? Oder ein Ass zieht, das ich aus dem Poppiss. Hat er sich gerade ein... Der hat sich ein Ass aus dem Arsch gezogen. Ich glaube es nicht, Alter. Was habe ich euch gesagt? Was? Was habe ich euch gerade gesagt mit dem Ass? Das ist so eine Abzocke, ne? Warte, warte, ich will ja nur 1000 setzen. Das ist halt so eine dermaßen abgekackte Abzocke. Er legt sich einfach ein Ass drauf, obwohl er auch eine 8 gezogen hat. Das ist nicht fair. Eine 10. Jetzt holt er sich ein Ass raus. Ah, nicht mal. 20. Schön, halte ich. Das ist supi. Woher kommt nicht die Polizei raus, weil sie mein Auto gesehen hat. Aber jetzt legt er sich eine 21 auf mit der 3. Pass nur auf. Schau mal, jetzt kommt das Ass. 21. Eine 20. Sie erzockt ab, Alter. Du mich auch, Bruder. Du mich auch. Ich gehe, ich gehe, ich gehe drehen. Wirklich, das ist so eine Abzocke. Da kann sie Peter Giesel reinzünden, ey, da deckt das alles auf, dass das hier alles Abzocke ist. So, jetzt mal wir auf schwarz gesetzt, ne? Diesmal mal auf rot kommen. 1500 Chips, Junge. Warum suchst du nicht Karl-Heinz keine Eltern? Er hat schon Eltern. Er hat doch Wolf als Elternteil mit seiner Freundin, ne? Tobi, nicht viel, aber was für 3.0. Die Grüße aus Bremerhaven. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Florian Adabach, danke für den Euro und Paul Scooter mir auch noch mal vorgesehen. Ich hoffe, dass es noch nicht als Schaff, das habe ich vorgesehen. Genau, danke. Oh, hallo. Ich habe eine sehr gute Idee, Leute. Wir hauen noch mal 1500 Chips da rein und dann nehmen wir das mit und dann haben wir einen Gewinn gemacht. Weil wenn einmal rot kommt, kommt immer rot. Ich kenne das. Das ist immer dasselbe. Ihr müsst mir vertrauen, Leute. Müsst ihr mir vertrauen. So. Das geht auch noch mal Dank für deine Doniform, ne? Was ist eigentlich, wenn einer herausfindet, wo du wohnst? Du hast ziemlich viel verraten. Ah ja, das ist jetzt noch nicht passiert. Aber kann passieren, klar. Ach komm. Schwarz. Gut, vielleicht bringe ich auch Leute, ich sage mal so, auf eine falsche Fährte mit meiner Adresse in Graz. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht spiele ich dieses Uno-Reverse-Spiel. So. Weil theoretisch wäre es ja dumm zu sagen, wo man wohnt, ne? Das wäre eigentlich relativ dumm. Wobei Graz schon relativ groß ist, ne? Graz ist schon groß. Was heißt hier groß? Zweitgrößte Stadt Österreichs. Vielleicht sitze ich sogar gerade in Wien und ihr wisst das gar nicht. Oh, hallo! Die 18. Also vielleicht sitze ich gerade in Wien und chill dir mal eine Base und ihr wisst das gar nicht. Das ist schon passiert in den Postboten. Ja, aber der hat die Adresse glaube ich nicht, der Postbote. Der hatte nur den Namen von Schandl, hatte der den Namen gehabt. Ich weiß nicht, ob du Adresse beim Postfach angeben musst. Das weiß ich nicht. Aber der Postbote war schon sehr komisch. Ey, wirklich jetzt? Es geht da Black Black on Red Black on Red. Das ist doch genauso eine Abzocke. Sonst, wenn ich immer auf eines sitze, kommt immer das eine. Das ist doch so eine Abzocke hier, dieser Tisch. Ich merke das doch schon wieder, dass ich hart abgezockt werde. Witzberg. Vielleicht bin ich auch in Witzberg. Oder vielleicht bin ich auf Madeira. Ich spare, ich spare Steuern. Oder vielleicht irgendwo in Zypern. Auf Zypern, genau. Ich bin auf Zypern. Steuersparfuchs. Das ist doch so ein... Ey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht geriggt ist. Soll ich mal in das Skript reinschauen und gucken, wie das funktioniert? Das sieht es... Sorry, aber das ist so geriggt, das Ganze hier. Das ist so geriggt. Und sonst kommt fünf halt hintereinander dasselbe, ne? Und jetzt schwarz-rot, schwarz-rot und dann auf Doppel-Null. Ach, laber doch, kein Scheiß, ey. Das ist so geriggt, das Game. Mir kommt vor, seitdem... Wisst ihr, was mir vorkommt? Seitdem wir das neue Skript haben, ist das so extrem geworden. Ich weiß auch, beim alten Skript habe ich hier immer richtig abgesandt auf Blackjack. Auf dem Mund vielleicht, wie ich bin mal neu neu. Nee, aber eigentlich ist es ja eigentlich dumm, seine Adresse. Oder nur zu sagen, in welcher Stadt man wohnt, ist ja eigentlich voll doof. Echt voll dumm, ne? Ich überlasse es euch, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Aber ich hoffe, ihr seid nicht pisst. Ja, gut, ihr könnt ja gar nicht pisst sein. Ihr wisst es ja eh nicht. Aber nee, ihr wisst, was ich meine. Da darf man noch flunkern bei sowas, um seine Privatsphäre zu schützen. So. Aber ich meine, eins habe ich ja gemacht. Ich habe ja auch das, wie sagt man, das Unternehmen habe ich ja auch nicht auf mich registriert. Also in meinem Namen werdet ihr auch nichts zu meinem Unternehmen finden, weil das läuft ja über einem Anwalt. Man kann nämlich ein Unternehmen über einen Anwalt laufen lassen. sprich, das ist dann halt, wie sagt man, wie sagt man dazu, mir fällt es gerade nicht ein. Als nicht mit einer GmbH zu tun oder so. Aber das Unternehmen, also wenn du eine Anfrage hast, returned es, die Kanzlei des Anwalts. Du musst aber was unterschreiben dafür, dass das überhaupt möglich ist und ist auch legal. Also darf man machen. Aber als returned, es kommt der Anwalt, wenn was ist, kommt der Anwalt auf mich zu. So ist das. So ein Ding ist das. Ist natürlich für die Privatsphäre richtig gut. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Privatsphäre haben wollt und ein Unternehmen habt. Aber wenn irgendwas returnen kommt vom Anwalt, dann weiß ich, okay, Dings, ne. Weil deshalb findet man zu mir, über mich findet man glaube ich sonst gar nichts, ne. Am Ende ist es in Washington DC, ja. Das ist ein Unternehmen, dein Server. Nein, also YouTube ist ja mein Unternehmen. Also ich mache ja, ich mache ja hier Einnahmen generiere ich ja durch YouTube. Also der Server selber, da kann ich auch die Sachen, also alles was am Server ist so, wenn wir was einkaufen müssen, es gibt es und so, kann ich auch von der Steuer absetzen. Ist auch, also gehört ja auch dazu, weil ich stream das ja, ja. Ist ja, ist ja auch Ausgaben, die ich auf Server dann aufkosten habe und so. Aber das Unternehmen insgesamt ist an sich der Server hier mit YouTube ist aber die Haupteinnahmequelle, ganz klar, ne. Und ich wohne in einer anderen ganz tiefen Meer, das ist richtig. Ich hoffe, der Kist ist auf beiden Seiten warm. Ja. So, jetzt werde ich mich aber, äh, die Kennzeichen Wack 1, warum Wack 1 was? Verdeckt ist doch, beste Kennzeichen. Ich glaube, aber jetzt ist langsam nichts mehr los, also 66 Leute noch, ich finde keine Leute mehr. Ich fahre hier rum, ich schau mal, ich wollte eigentlich die, die Cops ein bisschen, also ich wollte jetzt nicht anziehen oder so, aber ich wollte sie ein bisschen nerven mit dem Auto, weil das echt fies ist. Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie Copsbaiting oder so betreiben, sondern einfach nur ein bisschen umfahren, ein bisschen cruisen, durchtalken. Dann kommt die eigentlich meistens von selber raus, wenn sie sehen, dass ich mitfahre, ne. Wie gerade vorhin. Auch in Deutschland. In Deutschland weiß ich nicht, wie das ist. Ich weiß noch, in Österreich geht das. Da kannst du eine Firma auf dem Anwalt laufen lassen. Und das ist komplett legal. Also da kommt halt der Anwalt zurück als Return. Und man schickt die U-Gas-Umgebung. Oh ja. Also der Anwalt weiß natürlich, wer ich bin. Natürlich. Also ich kann ja nicht zum Anwalt gehen, da die Firma aufsitzen lassen, der weiß nicht mehr, um was es geht. Na das wär's doch. Was machen sie beruflich? Ich mach eine Firma. Okay, passt. Ich nimm sie. Also der Anwalt weiß das schon. Natürlich. Der weint das schon. Natürlich weiß er das. Kannst ja nicht einfach eine Firma machen und der übernimmt das. Der muss ja auch rechtlich sich abklären lassen. Weil stell dir mal vor, du bist ein Dealer und gehst von einem Anwalt und bist es halt auch kacke. Und der vernimmt da das Geschäft. Also der muss das schon wissen. Der muss das wissen. Genau, so sei es, dass man eurer für das Vor- und Nachname, das muss man angeben und ja, mein Alter weiß man. Vor- und Nachname und Alter weiß man. Aber mehr weiß man. Ich hab ja, ich hab ja auch alles eigentlich im Netz alles gelöscht eigentlich. Ich hab nichts mehr im Netz. Also wirklich nichts null. Aber ich, das macht ja ein, German Let's Player das ja auch so gemacht. ein GLP. Oder warte, wen gibt's noch, der sich nicht zeigt? Ich weiß nicht, wie es Elotrix damals gemacht hat. Aber, ähm, ja, also Namen weiß man, aber ich weiß, ich glaub ich, bei GLP weiß ich auch nicht, ob man den, ich glaub da weiß, weiß man auch mittlerweile den Namen oder so. Doch, bei GLP weiß man den Namen auch mittlerweile, aber da weißt du auch nicht genau, wo der wohnt und wie er aussieht und so. Da gibt's immer nur so Vermutungen. Wissen Sie? Das größte Problem ist ja, Namen kannst du eh vergessen, vor Nachname, das hat immer einer. Einer hat's dann immer. Also das, das steht auch so, deshalb steht's auch im Impressum. Weißt du, da gab's auch mal irgendwann so einen Idioten, der meinte so, ja, er weiß meinen Namen und er will mich damit irgendwie triggern und so und da hab ich gesagt, Bruder, ist mir scheißegal, man findet darauf nichts, ich hab's einfach im Impressum angegeben, fertig. Dann kann mich auch keiner mit triggern oder so. Genau, andere zeigt sich auch nicht, das ist auch das Ding. was der Anwalt verrät, wer du bist. Ja, warum sollte er das machen? Ja, ist Manuel. Ja, bei GLP gab's ja auch schon Leute, die meinten, sie wissen Nachnamen und so, also das ist halt auch, ja. Das ist auch das Ding. Aber das Schlimme ist, es gibt halt so viele Stalker, ne. Ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Monte. Ein Monte hat ein Haus, mittlerweile weiß jeder, wo Monte wohnt. Das ist halt so traurig, ne. Ich find's auch, find's auch, find's auch so ein bisschen, ein bisschen schade, dass die Welt halt so ist, so auf, ich fahr da jetzt hin und schau, genau, das Schlimmste, was jetzt derzeit ist, ist bei, bei, bei Tanzverbot, weil Orange, Maurens seine Adresse geleakt hat. Das ist einfach so Bullshit, weißt du, der, der lebt da ganz normal, der tut niemandem was. Der Brie tut ja niemandem was. Und da kommen Leute vorbei und gehen auf den Sack so, weißt du, das ist so ganz schlimm, wenn ich. Ich versteh's zum Beispiel, ich versteh es, wenn du jetzt im Internet bist und du redest Bullshit. Beste Beispiel, was jetzt ist so, so ein Drachenlord. Der provoziert Leute im Internet, der redet richtig viel Bullshit im Internet. Mich wundert's nicht, dass da Leute vorbeikommen und es nicht so geil finden, was er halt im Internet äußert. Das ist okay. Ja, versteh ich. Kann ich verstehen. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich beleidige einen nach dem anderen und sage irgendwelche Scheiß über Leute und trigger die, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich da was Retoure für bekomme. Aber wenn ich jetzt so ganz normal, so wie ich hier mit euch chille, einen Livestream mache, ich mache Gaming-Content mit euch zusammen, ich tue ja keinem was. Das ist ja, ich tue ja keinem was. Ich beleidige keinen, ich habe keinen Beef mit irgendjemandem. Dann verstehe ich das nicht. Oder auch beim Tanzverbot. Gut, der hatte auch Beef oder so mit Leuten, aber dass du dann wirklich hingehst und da Scheiße baust bei dem, das verstehe ich nicht. Oder bei einem Monte jetzt. Der tut ja keinem was. Weißt du, was tut denn ein Monte? Der tut doch niemandem was. Der beleidigt ja auch jetzt nicht Leute persönlich. Dass er sagt, du bist das allerletzte. Du weißt, der macht ja nichts. Und dass dann Leute hinfahren und gucken, wo der wohnt. Gut, bei dem wurde eingebrochen. Was ich bei Monte ein bisschen blöd fand, ist, der zeigt halt alles. Der weiß, er hat viele Ohren und so, hat hier teure Sachen im Haus. Da hab ich mir auch gedacht, früher oder später bricht da einer ein, wenn er nicht zu Hause ist und was ist passiert, ist wirklich wieder eingebrochen. Das ist halt auch, ja, blöd. Aber bei Monte weiß ich ja mittlerweile auch sehr viele, weil das wurde ja auch immer geleakt und so. Ist halt, weißt du, und da denke ich mir so, da hab ich das, das Gute noch, wenn ich mich nicht zeige, ist wenigstens das weniger. Alleine, dass es dadurch ein bisschen weniger ist, dass irgendwer auf überhaupt die Idee kommt, hier hinzufahren oder irgendwie sowas zu machen, weißt du? Da gu bist du ans 80 groß, das stimmt auch. Das stimmt. Irgendwo hab ich gesehen, da hat irgendwer meine Geburtsartung komplett falsch eingegeben. Hab auch gesehen, teilweise auf Google hab ich auch schon nachgelesen, ähm, da gab's ja auch Leute, die haben komplett falsche Namen über mich eingegeben. Irgendwas, die haben irgendeinen, die haben komplett falschen Namen eingegeben von mir. Und da haben gesagt, das ist real und so. Ganz komisch. Da scheint's nicht weit weg von mir. Ja, die gibt's ja nicht mehr. Nee, aber da, ich versteh halt Menschen nicht, die sowas machen. Oder zum Beispiel bei Stars, was will ich, was will ich vor einem Star vor der Tür stehen und den fotografieren oder so. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Aber es gibt leider Leute, die nie so sind. Und aus dem Grund bin ich so froh, dass ich, äh, dass ich so ein bisschen untergetaucht bin, was das betrifft. Ja, ist halt nicht ganz so einfach. Also wenn, wenn man was bestellt, dann eher auf Schandels Namen, nicht auf meinen. Aber ja, es ist, es ist, es ist ein bisschen schwer. Aber dafür hat man seine Ruhe. Oder man sagt, ich sag so, man hat mehr seine Ruhe von Leuten, die ein bisschen komisch sind. Ich mein, man sieht's, man sieht's, was das für ein Ausmaß hat. Bitte bei Unge. Der Bré ist auf einer Insel in Portugal auf Madeira und da fliegt irgendein psychisch Kranker zu ihm mit einem Messer und gibt sich als Postboten aus, weil er seine Adresse hatte. Oder ich glaube, bei Crymax, ja, da wurde die Uhr geklaut. Bei Crymax hat auch wer rausgefunden, wo er wohnt, ist wer hingefahren, hat sich versteckt dort in der Garage und hat dann seine Uhr geklaut. Hat ihn einfach in seiner eigenen Garage überfallen. Das sind halt so Sachen, also das, also sowas will ich einfach gar nicht erst, dass sowas passiert. Das ist glaube ich der größte Grund, weshalb ich immer sage, ich bin so froh, dass ich mich bis jetzt noch nicht gezeigt habe und wenn ich mal diesen Step mache, wenn man sich zeigt, dann hast du halt diese ganzen Probleme. Es ist schon mal, es ist so richtig geil, sicher mal auf eine Gamescom oder so zu gehen und dann hast du halt Leute, die Autogramm wollen oder so. Sicher mal geil, das Gefühl. Aber ist es das wert, dass man dafür halt seine Privatsphäre so ein bisschen aufgibt und dann Leute kennen und es halt auch Leute gibt, die dir nichts Gutes wollen, weil sie einfach entweder verrückt im Schädel sind oder es gibt auch Leute, die sind einfach neidisch und gönnst dir nicht und zerkratzen dein Auto oder sowas. Das denke ich mir oft, das ist so der größte Grund, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob ich mich jemals zeigen werde. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich auch ein GLP nicht zeigt, warum sich zum Beispiel ein Zombie nicht zeigt. Du hast halt deine Ruhe. Du hast einfach seine Ruhe im Leben und ich glaube, das ist auch sau wichtig so. Aber mal schauen. Ich heiße in real life eigentlich Rasputin Töpfchen. Rasputin Töpfchen ist mein echter Name. Ja, also es gibt sehr viele hobbylose Menschen, die sowas machen. Leider. Auch bei Google sind beschissene Fragen zum Beispiel, wie hoch ist es zu uns am Bögen? Ja, das gibt es so einen Fragebogen, wie will man mit deinem vollen Namen angeben, wenn er auf Google steht. Ja, davor, also bevor ich den angegeben habe im Impressum, gab es Leute, die mich damit irgendwie fertig machen wollten. Aus dem Grund habe ich es dann einfach angegeben, weil ich mir gedacht habe, du findest halt eh nichts auf Google und die Firma ist eh nicht auf mich angemeldet, sondern auf dem, so offiziell ja über einen Anwalt. Da habe ich mir so scheiß drauf, tue ich es rein, weil bevor es jetzt irgendwer auf die Idee kommt, den Namen zu leag und mich damit zu erpressen, was jemand wirklich probiert hat, das hat mich wirklich probiert, jemand damit zu erpressen, da habe ich gesagt, ach scheiße, hoffe ich hau es ins Impressum rein. Dann kann er mich nicht damit erpressen, wisst ihr. Ich wollte eigentlich, ich wollte nie meinen Vor- und Nachnamen drin stehen haben, wollte ich nie. Aber wenn dann einer kommt und dich damit erpresst und wenn das schon so ist, Alter, stell dir mal vor, ich erpresse jemanden mit irgendwas anderem, so kacke. Dann habe ich das einfach angegeben und fertig war, ne. Seitdem steht das halt offiziell im Impressum drin. Ist halt so jetzt, ne. Aber besser als mich erpressen zu lassen und besser als, ja ich sag mal, zum Glück, dass ich nicht gefunden werde durch einen Anwalt, ne. Das ist halt das Gute. Zum Glück. So, danke Tobi für die Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Aber ja, es ist legend so passiert mit der Erpressung. Ja, es ist legend passiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, da ging es um irgendwas Komisches. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Aber nicht so lustig. So. Gut, ähm. Vielen, vielen Dank nochmal, das haben wir vorgelesen, das haben wir vorgelesen. Der ohne Lappen. Heute, wir holen heute keinen Vorder. Das haben wir noch gar nicht vorgelesen, Freunde. Dankeschön, für 2.40. Da ist das schön. Vielen Grimm. Dann zockst du wieder in The Forest. Morgen. Nee, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich werde, ich glaube, ich werde mehr, ähm, so Streams, wo ich mehrere Games zocke, werde ich mehr auf Twitch jetzt machen, demnächst. Finde ich geiler, finde ich gechillter, als dass er auf YouTube hochzuhalten. Ich glaube, bei RLO bleibe ich auf YouTube, weil das sich sehr viele nachschauen wollen. Aber ich glaube, wenn ich so Games zocke, so Mix, dann meine ich, glaube ich, Twitch. Mal schauen. und The Forest vielleicht demnächst auf Twitch. Äh, einfach vorgelesen. So, Dankeschön, CryMedia. Ich bin wieder da, wollte mal fragen, ob du mich aus, äh, deiner Person raus jetzt grüßen würdest. Ich möchte nicht danach fragen, weißt du, also entscheide du mal bitte, ob du mich grüßen möchtest. Liebe Grüße, Twain. Ich grüße Twain, oder, doch, Twain? Twain ist richtig, oder Twain? Oder Twain ist richtig, ne? Liebe Grüße, von mir raus. Und Nils, weh, danke fürs Zappen. äh, sehr ohne Lappen. Ich bin maskierter Musiker und das Anonym bleiben als Privatperson ist nicht immer so leicht. Bist du bei ACD? Ne, aber es war auch was maskierter Musiker. Zum Beispiel, ich weiß, ich weiß zum Beispiel, wer unter Marshmallow steckt. Ich weiß, welcher DJ das ist. Das ist ein DJ, den gibt es schon länger. Äh, das Ding ist, auch wenn du es weißt, ist halt die Aufmerksamkeit, wenn du dann normal auf der Straße gehst, viel weniger. Oder zum Beispiel, wenn du noch einen DJ, den ich kenne mit Maske, ähm, Daft Punk als Beispiel. Du weißt auch, wer dahinter ist mittlerweile. Aber wenn die jetzt ganz normal auf der Straße rumlaufen, die sind weltberühmt, ja, erkennt sie trotzdem halt keiner, weil du halt, also wenn die im Vordergrund sind, hast du eine ganz andere, ein ganz anderes Bild von denen, als wenn die jetzt neben dir laufen würden. Und ich sag mal, so ein Daft Punk kannst du circa gleichstellen mit, ja, wobei es schon, Daft Punk ist halt schon heftig, wenn du es vergleichen willst mit einem anderen DJ. Ich sag mal jetzt, ein Hardrail, der halt auch weltbekannt ist. Wobei Daft Punk schon bekannter ist, würde ich mal überfassbar um. Aber schau mal, wenn du jetzt ein Hardrail auf der Straße siehst, erkennst du den mehr, weil er sich halt so zeigt, als die Leute von Daft Punk, obwohl du weißt, wie die aussehen. Genauso wie bei, bei Marshmallow, weißt du auch, wie die aussehen. Oder zum Beispiel in Crow, genau. Bei Crow weiß doch eigentlich auch mittlerweile jeder wieder unter der Maske aussieht, aber ich glaub, wenn der dir vorbei geht an der Straße, merkst du es gar nicht. Das merkt keiner. Weil er sich halt öffentlich nicht so gibt. Das ist das Ding. Weil sich der Mensch halt, wenn er an Crow denkt, sich ein ganz anderes Bild einprägt. Und das ist das Teil. Das heißt, du kannst halt auch, wenn die Leute wissen, wie du eigentlich aussiehst, eigentlich normal einkaufen gehen und hast viel weniger Probleme. Weil du dich in der Öffentlichkeit halt anders gibst. Das ist halt der Vorteil. Also auch gar nicht mal so schlecht. Das hat halt eigentlich schon einen Vorteil, wenn man sich maskiert zeigt. So, dankeschön, dann Crymedia. Nochmal Kuss, Digi. Vielen, vielen Dank. Nochmal 1399. Vielen, vielen herzlichen Reiz da mir. Braucht aber zu viel raus. So, jetzt haben wir glaube ich alles vorgelesen, oder? Ich glaube, heute habe ich jetzt alles vorgelesen. Ah, Nils, du hast noch gesuppt. Danke, Nils. Ja, Nils. So ein bisschen Real-Life-Talk gemacht hier. Also, gut, ich würde mal sagen, wir machen, wir machen heute mal Schluss dann. Ja, ohne Lapp nochmal. Hab vor kurzem bei Sony unterschrieben und alleine beim Treffen mit den A&Rs habe ich eine Maske getragen. Jetzt ohne Witz. Ah, nicht schlecht. Ah, nicht schlecht. Hast du durchgezogen? Heftig. Da würde ich aber mal gerne wissen, wer du, was du für Musik machst, was du für Musiker du bist. Der ohne Lappen. Einfach muskierter Musiker. Erstmal unter, unter Vertrag bei Sony. Hast du Vertrag bekommen? Also hast du unterschrieben? Weil schreibt, hab vor kurzem, doch, du hast ja unterschrieben, okay. Das heißt, du machst also wirklich professional Musik. Heftig. Oh, Katze miaut. Ich bin gleich bei dir. Ich würde sagen, noch eine saftige Fußballspinne für mich. Das ist der Saundere Spinde. Aber nur eine, okay. Ich bin, ich bin wasted. Wir machen noch eine. Auf dein, auf dein, Ah, Katze. Ich bin gleich bei dir. Die, die will schon irgendwas machen. Simon, was ist deine Mopedzeit? Was hast du erlebt? Du hast die Mopedzeit. Die Disneyland. Mopedzeit. Ja, kann ich dir was Musikers erzählen? Ich bin mit dem Moped gefahren. Das, ich glaube, das zweite, dritte Mal in meinem Leben. Und, da habe ich mir noch ein bisschen schwer beim Schalten getan. Das weiß ich noch. Und da bin ich mit dem Moped gefahren und ich war irgendwie abgelenkt. Irgendwas war und dann habe ich, ähm, ja, eine rote Ampel fast übersehen und bin dann fast über die rote Ampel gefahren. Aber bevor ich über die, oh, da war eine Abbiegespur vorhin. äh, und bevor ich über die rote Ampel gebrettert bin, habe ich eine Vollbremsung gelegt und habe vergessen zu kuppeln. Und dann hat es mich fast aufs Maul gelegt. Ich bin, also der Hinterreifen ist blockiert gewesen. Ich habe voll abgebremst, der Hinterreifen war blockiert. Das Hinterrad ist nach vor gekommen. Also so ein bisschen, so wie ein Drift hat es ausgesehen. Ich bin aber nicht gestürzt, aber bin fast auf die Fresse gefallen. Und danach war, ähm, die Kupplung kaputt. Weil ich halt die Kupplung nicht gezogen habe in ganzen, ähm, Dings, ja. Und dann bin ich halt da gestanden und durfte das Ding nach Hause schieben. Mitten auf der Straße. Und alle Leute haben geguckt, da war eine Busstation, haben alle geguckt, so richtig blöd, und haben sich erschrocken. Weil das ist halt echt laut. Weil man hat gehört, wie die Kupplung kaputt gegangen ist. Die hat es, glaube ich, zerrissen. Und, ja, der Reifen hat halt gequietscht wie sonst was. Das ist mir, in der Muppe-Zeit, war, glaube ich, erst der, schlimmste Sache, die mir passiert ist, weil ich mich halt fast auf die Fresse gehauen hat. Und ich fast über Rot gefahren bin. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich war da so abgelenkt. Irgendwas war da. Ich glaube, ich habe, genau, ich habe irgendwo hingeguckt. Entweder es war ein Auto, was geil aussah, und ich habe irgendwie das Auto angeguckt, oder ich weiß nicht mehr. Ich war wegen irgendwas, was ich abgelenkt. Also niemals ablenken lassen, auf die Ampel gucken. Immer auf die Straße und auf die Ampel schauen. Ich sage nur, dass wir hier vorgelesen, genau. Dankeschön an Crime Media nochmal. Vielen, vielen Dank. Ich mache mal eine. Aber nur eine. Ich muss noch jemanden suchen, der irgendwo alleine steht. Oder soll ich das bei den Cops machen? Ach komm, ich mache das bei den Cops, die da unten standen. Die sahen so süß aus. Ist ja voll auf die Fresse gefallen. Oh, warte. Ach, ich dachte, das wäre jemand. Oh, warte, die sind, oh, da sitzt ja gar keiner. Mal schauen. Wir sind gerade in der Verfolgung, es klappt nicht so gut. Wir sind nicht so gut. Mal blips. Das mit dem Boot, das mit dem Boot, würde ich auch gerne durchziehen. Ja gut. Ist nicht gecheckt? Er ist nicht gecheckt, oder? Nee, der ist nicht gecheckt. Ryan Miller. Achtung, Achtung, diese Tür ist nicht gecheckt. Achtung, Achtung, diese Tür ist nicht sicher. Hint er jetzt raus? Was hat der gemacht? Komm, ich wollte... Was hat der Wolfi? Ist es der Wolfi? Glaube. Das ist der Sound, auf dem Spenkel. Oh, oh, ja. Oh, bist du? Oh, ja, schaut es mal. Vielleicht irgendwer, der irgendwo alleine steht, sich übelst erschrecken könnte. Oh, äh, nee, nee, ah, hier doch, da, einer. Ja, da gehe ich hin. Die erschrecke ich richtig hart jetzt. Ja, für drei Songs habe ich unterschrieben. Ich schreibe dir mal auf IG. Und mein zweiter Korn, so ist Tarnung. Oh, ja, schreib mir mal auf IG. Ich hoffe, ich sehe das. Oh, da ist ein Freddy. Oh, ich dachte, da baut wer an. Das ist wirklich traurig, ey. Mein Gott, ich wollte eine Fußrumspinne machen. Oh, hier hinten, der baut 100 Pro auch an. Oh, da ist ein Kopf, der gerade guckt auf Pflanzen. Ja, ist ein Kopf auf der Sonne auf Pflanzen. Ach, Kacke. Meine Katze ist gerade schon deppert. Die will irgendwas. Also, entweder die will spielen, oder irgendwie ein Spiel kommt. Da verspielen, Ah, hier in der Tuning Garage, das wäre wer. Ja, probieren wir mal. Noch eine durchziehen. Ja, jetzt fahren sie wieder. Ja, Alter, komm, lecko mio. Irgendwie finde ich keine Leute, die Ruhe, in der Ruhe, da, da steht wer rum, oder? Bredou stehst rum, oder? Oh, ich glaube, das ist gerade rausgegangen, ich glaube, das ist gerade offline gegangen. Na, super. Ist doch etwas schwieriger, als ich mir gedacht habe, nach Leuten zu suchen, die irgendwie rumstehen, die ich verarschen kann. Ja, der fährt auch wieder weg, ey, das gibt es doch nicht. Ich würde eine Fußrumspiele, will ich doch machen. Geht aber nicht. Und dann müssen wir mal schauen, in welche Richtung sich das Ganze dann entwickelt. Oh, schau mal, Skippo. Versteh mich bitte, ähm, jetzt nicht falsch, aber ich muss halt aktuell, äh, hinter dem PD, beziehungsweise hinter den Beweisen stehen, die mir halt vorliegen. Du, ich verstehe dich von Gott. Korruption! Das war auch meine Aufgabe, Sergeant oder Allgemein aus PD, Hm. Ja. Hör ich da was aus Korruptionsvorwürfen? Ich habe null mit Korruption zu tun und damit werde ich ja nichts zu tun haben. Ich glaube, dieser Polizist ist korrupt. Wir sollten ihn einsperren. Da muss ich hinter den Beweisen stehen und dazu stehe ich. Was ist, denn die Pflanzen sind komisch. Pflanzen? Ich bin in den Pflanzen drin, so ist es. Ich habe mich hier eingelassen mit meiner Familie, aber ich habe gehört, sie sind korrupt. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Ich glaube, wir werden sie gleich festnehmen müssen. Bitte nicht nochmal, ich wurde gerade schon festgenommen, beziehungsweise... korruptionsvorwürfen. Nein, ich war eine Geist. Oh, eine Runde mit Leid. Oh. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Herr Polizist, nehmen Sie den anderen Polizisten in Korruption jetzt fest oder nicht? Aktuell ist er kein Polizist mehr. Nein. Wurden Sie gerade entlassen? Er wurde heute Abend entlassen. Warum? Weil er korrupt war. Richtig. Beziehungsweise die Beweise... Wirklich korrupt. Waren Sie wirklich korrupt? Also jetzt ist... Also wirklich... Nein, war ich nicht. Keins der weiß. Aber der andere Polizist hat gesagt, sie sind korrupt. Ja, weil er seinen Job macht. Das ist auch cool. Ach so. Was wird Ihnen denn vorgeworfen? Dass ich angeblich schmierig stand, bei illegalen Sachen. Sie standen da so schmierig bei illegalen Sachen. Dass ich... Leute decke. Oi, oi, oi. Sie decken Leute. Ja, angeblich. Oh, ich bin hier einfach nur reingekommen, hab gar nicht zugehört und hab einfach sie als korrupt bezeichnet, dass sie wirklich korrupt sind. Ich hab jetzt nicht gedacht. Oh, oh. Ja, manchmal liegt das Bauchgefühl auch richtig. Naja, ich hab keinen Bauch. Ich hab nur hinten einen Sack dran. Dann liegt der manchmal richtig. Da kommen nämlich Fäden raus. Wollt ihr jetzt sagen, ich bin korrupt oder was? Ich mach's mir jetzt hier gemütlich. Ich mach mir mein kleines Spinnennest. Oh Mann, ey. Hört auf jetzt damit. Und den fühl ich... Das sind dann die Fäden der Wahrheit. Und den geb ich dann auch viel Spaß mit ihrem grobten Dasein. Nein, das ist kein Spaß. Ja, sie werden sich ja irgendwas gegen einreichen, schätze ich mal. Wenn sie einen Anwalt brauchen, rufen sie mich an. Ja, die Spinne oder was? Ja, ich hab einen kleinen Aktenkoffer dabei. Ich helfe ihnen gerne. Einen kleinen Spinnaktenkoffer. Da wird mir selber gebastelt. Ja gut, dann buche ich schon mal. Da können sie gleich mal buchen. Wir können vor Gericht ziehen. Dann sitze ich neben ihnen. Müssen sie aber aufpassen, dass ich mich noch auf dich drauf setze. Und dann geht's vor Gericht. Mit meiner Kenneaktentasche. Und glauben Sie mir, meine Aktentasche ist kugelsicher. Und da passt viel rein. Also wirklich viel. Oh, ich glaub, da hat grad grad was kaputt gemacht. Irgendwann hat da grad eine Scheibe eingeschlagen. Ich sollte aber vielleicht mal nachsehen, dass das geklaut wird. Ja, dann mal schnell schauen, bitte. Ja gut, mal gucken. Ich guck mal aus dem Fenster. Warte, sieh, ich muss mein Spinnennetz von drüben. Ich hab mein Spinnennetz bis rüber zum Ding gebaut. Bis zum Bildschirm. Oh, lolololo. 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 Bin drüben. Nicht das Spinnen jetzt kaputt machen, bitte, weil es muss ich neu bauen. Für was ist der rote Knopf? Der rote Knopf? Den bitte nicht drücken. Okay. Ich gehe wieder zurück, da sehe ich nichts. So, und jetzt zum Ausgang. Tschüss. Tschüss. Weißt du was lustig ist? Ich bin da rein, das Fußraus spinne. Ich habe dir jetzt gesagt, dass er korrupt ist. Der hat anscheinend wirklich Korruptionsvorwürfe gehabt. Das wusste ich gar nicht. Und er so, nein, ich bin nicht korrupt. Also weshalb sind sie denn hier? Warum wurden sie rausgeworfen? Ja, wegen Korruption. Ah, das ist so schön. Das ist wirklich so dumm gerade gewesen. Ich habe mich gerade richtig schlecht gefühlt. So, Katze nervt. Ich muss jetzt halt offline gehen, Leute. Jetzt wirklich. Gamergeek. Gib zu, du wirst vergeile Leute. Oh, klingt. Gib es einfach zu. Nein! Ich habe irgendwo hingeguckt. Aber sicher nicht da hin. Da war eine Bushaltestelle mit alten Ommas. Aber da gucke ich sicher nicht hin. Äh, Crymedia. Gehe einen PD-Job und drücke Panic auf. Nein, das mache ich jetzt nicht, Alter. So kommen die alle angefahren gegen mir. Die armen Brees, vor allem um die Uhrzeit nicht. Wenn die was zu tun haben. Die sind gerade in der Verfolgung und kriegen den Panic reingeschallert. Und ich bin dran schuld. Vor allem, man sieht ja auch, wer den ausgelöst hat. Da steht Karl-Heinz da. Der wird sich auch denken, was ist denn da löst? Warte mal, Crymedia. Also, liebe Leute, ich wünsche euch was Gutes. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen oder so. Schauen wir mal. Oder morgen. Mal gucken. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich lasse nochmal die Einblätter durch. Dann rattern. Crymedia auch nicht so viel raus. Nochmal, Alter. Trans99, vielen, vielen Dank. Ähm. Lass mal, lass mal einen korrupten Korb spielen. Ja, das wäre irgendwie erstmal lustig. Aber davon eigentlich nicht, aber wäre lustig. So, jetzt auch wirklich. Das müssen wir jetzt nochmal einblenden lassen. Vielleicht ist es vorgelesen. Habe ich es schon. Ich wünsche euch jetzt wirklich ein gutes Nächtele und und ich kann mich da noch mit 11.90 gute Nachts euch das auch nochmal einspielen lassen. Irgendwie hört das nicht mehr auf sonst. Ah, es hört nicht mehr auf. Ja gut, Leute. Ich wünsche euch jetzt wirklich was. Vielen, vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Ihr wisst, Leute. Like da lassen. Ähm. Wichtig. Die Doppelfinger, nicht Doppelmittelfinger, sondern Doppeldaumen hoch. Richtig, richtig. Geile machen. Wir sehen uns dann. Haut rein. Ich verabschiede mich und... Ich verabschiede mich und... Ich verabschiede mich und... Vielen Dank.